Uns ist in alten Meeren Wundersfilge seid, Von helle den Lobbebären, Von großer Arbeit, Von Freuden hochgeziehten, Von Weinen und von Klaggen, Von Gürnerreckenstrieten Moget ihren Wunder hören sagen. Die erste Strophe, die kennt jeder, oder doch fast jeder. Wer aber kennt das Nibelunglied, Sieht man ab von ein paar Namen und ihrer fragwürdigen Aura, Wie Siegfried und Kriemhild und Hagen, Sieht man ab von Marginalien wie dem Drachenkampf Oder dem die Unverwundbarkeit des Helden verursachenden Lindenblatt, Sieht man ab von Richard Wagners Version, Die sich nicht allererst an die deutsche Fassung des Gedichtes hielt, Sondern an die altnordischen Quellen, Die Wagner für Älter erachtete, nicht immer zu Recht. Und sieht man ab von dem unseligen Schlagwort der Nebelungentreue, Wie es zwei Weltkriege unseres Jahrhunderts pathetisch umdonnerte. Das Nationalepos des deutschen Volkes. So hat man das Gedicht mit schöner Selbstverständlichkeit Und Unbefangenheit im 19. Jahrhundert charakterisiert Und tradierte die Formel dann weit in unser Jahrhundert hinein. Was meint das? Eine Geschichte von Liebe und von Leid, Von Heldenkraft und wilden Kämpfen, Von Verrat und Widerverrat, Von List und Gewalt, Hinterhältigkeit und Opfermut, Von Blut und Goldgier und Rache Und dem nicht endenden Hass des Menschen gegen den Menschen, Schließlich von einem Untergang in Flammenblut und Tränen, Als alle sich gegen alle zu Tode gesiegt haben. Das mag gemeint gewesen sein als Geschichtslehrer für die Zeit um 1200, Aber das Nationalepos des deutschen Volkes? Just in der gegenwärtigen Phase, In der der sogenannte Zeitgeist verlangt, Dass man sich neu und leidenschaftlich befasse mit dem Begriff des Nationalen. Gerade heute, wo man ein Bekenntnis zum Nationalen Für angemessen oder gar für nötig hält, Da lohnt es sich, über diesen Begriff und seine Rezeption nachzudenken. Auch mithilfe eines alten Gedichtes, Das von der Nation lebhaft in ihre Arme gezogen wurde, Als man es vor 200 Jahren wiederentdeckte. In ihren Armen hat vor allem die Romantik es gehegt und gepflegt, Philologisch wie poetisch. Wo aber ist sein Ort heute, Da suspekt geworden ist oder zu sein scheint, Was dem Nibelungenlied seine Konturen und seine Substanz gab, Volk und Kampf und Heldentum und Ritterwesen und Standesehre und Sippenbindung Und das brennende Element der Rache. Die Kenntnis dieses Gedichtes gehört zu einer Bildungsstufe der Nation. Jedermann sollte es lesen, Damit er nach dem Maß seines Vermögens die Wirkung davon empfange. So Magistral Goethe 1827 Möge jeder nach dem Maß seines Vermögens Die Lesung und Kommentierung des Nibelungenliedes auf sich wirken lassen, Wie es in den nächsten Wochen diese Sendung füllen wird. Allererst schulde ich Ihnen einen Hinweis auf die Überlieferung. Sie werden fragen wollen, Wie ist denn dieses Lied überhaupt auf uns gekommen? Es gibt insgesamt 34 Handschriften, Die zum Teil nicht vollständig sind Und sie stammen aus dem 13. bis 16. Jahrhundert, Also die ältesten etwa um 1230. Diese Handschriften verkörpern nicht das Original. Wohl aber konzentrieren sie sich auf drei wichtige Redaktionen. Die nennt die Philologie A und B und C. Und alle drei Redaktionen gehören dem 13. Jahrhundert an. Es ist wichtig zu wissen, Dass wir uns auf die Redaktion B stützen, Von der die Philologie meint, Dass sie die dem Original am Nächsten stehende sei. So dann ein Wort zur Datierung. Ein heroischer Stoff. Er entstammt der Völkerwanderungszeit. Und er hat nun ein modernes Gewand angezogen. Das heißt ein hochmittelalterliches, ein höfisches Gewand. Und wir sind ziemlich sicher, Die Kriterien erspare ich Ihnen, Aus zeitgeschichtlichen, aus dichtungsgeschichtlichen, Aus sprachlichen Gründen sind wir ziemlich sicher, Dass das Nibelungenlied in der uns vorliegenden Fassung um 1200, Um das Jahr 1200 entstanden ist. Und nun werden Sie fragen, wo? Die wichtigsten Handschriften stammen aus dem oberösterreichischen Bereich. Und auch die Reime, die Sprache und geschichtliche Anspielungen Verweisen auf diesen mittelbayerisch-österreichischen Raum. Insbesondere ist auffallend, Dass der Dichter ganz genau, detailliert, Die Landschaft zwischen Passau und Wien kennt. So zweifeln wir denn nicht daran, Dass um 1200 dieser Dichter, unser Dichter, Das Lied im donauländischen Bereich gedichtet hat. Ein Dichter, dessen Personen wir nicht kennen. Es ist gewissermaßen Gesetz des Volksepos, des Heldenepos, Dass es anonym ist. Wir wissen auch nicht, welchen Beruf er gehabt haben mag. Vielleicht war er ein Spielmann, Vielleicht ein Angestellter, also ein Ministeriale, An einem fürstlichen oder geistlichen Hof. Vielleicht war er ein Klerikus, ein Geistlicher. Was nun den Stoff angeht, So muss ich wenigstens in Stichworten, Wenn auch ganz unzulänglich knapp erwähnen, Dass es sich um zwei gewaltige Komplexe handelt. Da ist zum einen das Siegfried-Brünnhild-Lied, Und da ist zum zweiten das Lied vom Burgunden-Untergang. Ich sage gleich mal in Parenthese, Die germanische Anfangsbetonung fordert auch im Deutschen, Dass die Namen auf der ersten Silbe betont werden, Auch wenn es sich nicht nur um zweisilbige, Sondern um dreisilbige Namen handelt. Also Burgunder heißt es, Nibelungen heißt es, Walküre heißt es, Und nicht, Ich verweigere mich der falschen Betonung auf der falschen Silbe. Also zwei Komplexe, sagte ich. Erstens das Siegfried-Brünnhild-Lied, Und zweitens das Lied vom Untergang der Burgunden. Wir können schattenhaft Konturen geschichtlicher Art Für diese Komplexe erahnen. Für das Siegfried-Brünnhild-Lied am allerschwächsten, Aber wir sind einigermaßen sicher, Dass es sich um Reflexe von Machtkämpfen Am Merowingerhof in grauer Vorzeit handelt. Etwas klarer sehen wir, Was den Burgundenuntergang angeht. Dieses ursprünglich ostgermanische Volk der Burgunder Hatte am Mittelrhein, etwa in der Gegend von Worms, Ein gewaltiges Reich gegründet. Und dieses Reich wurde unter seinem König Gundahari 435, 436, 437 vernichtet. Das Heer wurde geschlagen, das Reich zerstört. Das geschah im gallischen Nordwesten. Der Feldherr war Aetius, der gegnerische. Und ihm standen auch hunnische Hilfsvölker zur Seite. Im Übrigen mag hineinspielen, Dass Attila im Jahre 453, Also etwa 20 Jahre nach dem Untergang der Burgunder, Gestorben ist, Der Legende nach im Brautbett Mit einer germanischen Nebenfrau. Und die Legende mag gesagt haben, Dass diese germanische Nebenfrau Verwandte an ihm rechte. Und da haben wir bereits einen Hinweis Auf das Nibelungenlied, Auf seinen zweiten Teil. Ein Wort noch zur Form. Das Nibelungenlied ist überliefert in Strophen. Strophen sind gleichmäßig wiederkehrende, Metrisch-rhythmische Gebilde. Und so liegt denn der Gedanke nahe, Dass sie gesungen worden sein könnten. Wir glauben, sie waren in einer Art von rhapsodischem Sprechgesang vorgetragen. Und ich will versuchen, Diesen rhapsodischen Klang nicht zu unterdrücken. Es handelt sich jeweils pro Strophe Um vier Langzeilen. Also jede Langzeile besteht aus zwei Halbzeilen. Getrennt sind sie durch eine Zäsur. Vier Takte Anzeile, Vier Takte Abzeile. Das gibt eine Langzeile. Und zwar endet die Anzeile klingend, Das muss ich auch klingend lesen. Die Abzeile endet scheinbar Nach drei Takten schon. Aber der vierte Takt muss gehört werden, in dem er stumm ist. Die Stummheit des vierten Taktes ist ein Teil des tektonischen Gefüges. Und nun ist ganz wichtig die regelmäßige Abweichung. Die letzte, also vierte Halbzeile, die füllt den letzten Takt. Also er ist dort nicht stumm, sondern er ist gefüllt. Das gibt dem Ganzen einen stampfenden Abschluss. Einen gewissermaßen Schlussschritt. Und Sie werden merken, dass sich der Dichter vorbehalten hat, dieser letzten Abzeile, also der vierten Abzeile, eine bestimmte Botschaft mitzugeben. Mehr oder minder regelmäßig resümiert er oder erblickt zurück oder vor allem ergibt dieser letzten Halbzeile eine meistdüstere Vorausdeutung mit. Schließlich ein Wort zu der Übersetzung. Ich muss es mir versagen, Ihnen das Nibelungenlied, was ich natürlich am liebsten tun würde, im mittelhochdeutschen Urtext vorzulesen. Aber um den zu verstehen, muss man eben ein paar Jahre Germanistik mittelhochdeutsch studiert haben. Wir sind also auf eine Übersetzung angewiesen. Und da es sich, wie gesagt, um das Nationalepos des deutschen Volkes handelt, nimmt es nicht eben Wunder, dass eine sehr große Zahl von Übersetzungen vorliegt, etwa ein halbes Hundert, viel, viel mehr als für Wolframs Partival, für Gottfrieds von Straßburg-Tristan oder für Hartmann von Aulen. Das Problem bei jeder Übersetzung ist die Form. Wenn man Strophe und Reim beibehält, dann muss man sich am Zwangskorsett anpassen. Und das führt nicht eben selten, Sie werden das merken, zu krampfigen Formulierungen. Die Wissenschaft kennt den Ausweg der Prosa-Übersetzung. Die Prosa kann erklären, sie kann gründlich sein, sie kann deutlich sein, aber ihrer Natur nach ist sie schwerfällig. Und die Vorzüge der Deutlichkeit und Ausfälligkeit der Prosa müssen bezahlt werden durch den Nachteil des Verzichtes auf das Poetische, das eigentlich Poetische, eben das formale Element. Die populärste aller Übersetzungen verdankt sich dem Bonner Germanistik-Professor Karl Simrock, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wirkte, er ist 1876 gestorben. Diese Übersetzung ist seit 1827, da war er noch ein junger Mann, immer wieder aufgelegt worden. Und Sie werden sich an das Goethe-Wort zum Eingang erinnern. Goethes Bemerkung über die Bildungsstufe der Nation, die galt der Simrock-Übersetzung von 1827. Und nun muss man wissen, dass Simrock ein künstlerisches Prinzip verfolgt hat. Er hat sehr bewusst seiner Übersetzung eine altertümliche Patina überzogen. Er hat geglaubt, durch eine bewusste künstlende Archaisierung dem Text, dem übersetzten Text, gewissermaßen das Ansehen des Alten, des Ehrwürdigen, eben des Mittelalterlichen zu geben. So erklärt sich auch eine scheinbare Unbeholfenheit, die er im Gegenteil für authentisch halten würde. Das ist ein künstlerisches Prinzip, das wir heute nicht gutheißen können. Aber die Tatsache, dass Simrocks Übersetzung von ungeheurer Popularität war und dass man unterstellen darf, dass die Menge der Gebildeten, wenn sie das Nibelungenlied überhaupt kannten, es kennengelernt haben durch Simrock, diese Tatsache legt es uns doch nahe, eben die Simrocksche Übersetzung zur Grundlage unserer Lesung zu machen. Im Einzelfall werde ich mich auch immer wieder auf das Original zurückziehen müssen, um deutlich zu machen, wo Simrock präzisiert werden muss. Und zum Ende meiner Vorbemerkung verweise ich darauf, dass das Nibelungenlied, das wissen Sie schon, aus zwei großen Teilen besteht. Der erste Teil aus 19 Aventüren, der zweite Teil aus 20 Aventüren, das ist also bewusst balanciert, hälftig balanciert. Aventüre, das ist das mittelhochdeutsche Wort für Neuhochdeutsch Abenteuer, aber Abenteuer neigt natürlich zu einer volksetymologischen Deutung. Es handelt sich um das lateinische Adventura, also Aventüre ist das, was auf mich zukommt, was mir begegnet. Wir könnten heute praktischerweise Kapitel sagen. Es handelt sich insgesamt also um 29 Aventüren mit alten Überschriften, die ich zum Teil lesen werde. und schließlich der Dichter, wenn wir zu ihm, den wir als Personen nicht kennen, noch ein Wort als dem Poeten, also zu seiner Eigenleistung, sagen wollen, zu ihm, der er natürlich eine Vorlage hatte und dessen Vorlage sicherlich die beiden Komplexe schon zusammengefügt hatte, wobei die Fuge immer noch deutlich ist. Sie ist nicht wirklich verstrichen. Sie werden die Widersprüche schon merken. Zuweilen Dormit Pater Homeros schläft der Pater Homer. Also der Dichter zeichnet sich vor allem aus durch eine faszinierende Fähigkeit zur Szenenregie, zur Darstellung symbolischer Schaubilder, gewissermaßen Scharaden. Das geschieht, wenn es sich um Rüdigers Schild handelt oder um den Steigbügeldienst Siegfrieds oder um den Streit der Frauen oder um das Bild von Siegfrieds Ermordung oder wenn es um Siegfrieds Schwert geht, ich werde, wenn wir soweit sind, jeweils darauf hinzuweisen haben. Im Übrigen ist ihm ein Bestreben zur höfischen Verfeinerung des ungeheuerlichen und oft brutalen Stoffs anzumerken, gemäß den ästhetischen Begriffen seiner Zeit. Auch neigt er gelegentlich zu einem zärtlich-epischen Verweilen. Er ist ein Stofffetischist in doppelter Bedeutung. Der Stoff seines Gegenstandes fasziniert ihn, aber auch die Stoffe, die die Helden, die Gestalten tragen, die kann er sich innig und detaillfreudig vertiefen. Man spricht von Schneider-Strophen. Man hat sogar im 19. Jahrhundert erwogen, zu glauben, er sei von Beruf so etwas wie ein Schneider gewesen. So viel im Sinne meiner Vorbemerkungen. Und jetzt komme ich zur ersten Aventüre und ich werde, wo es nicht stört, übrigens immer die Strophenzahl dazu nennen, damit Sie, falls Ihnen danach ist, sich einen Text vornehmen können, vielleicht den mittelhochdeutschen Urtext, die Fassung B, ist publiziert im Brockhaus Verlag, und also mitlesen können, beziehungsweise den Originaltext vergleichen können mit Simrocks Übersetzungsversion. Erste Aventüre, erste Strophe. Da haben Sie gemerkt, wie ich die letzte Halbzeile mit einem Takt mehr gelesen habe, denn er muß gefüllt sein. Zweite. Es wuchs in Burgunden solch Edelmägdelein, daß in allen Landen nichts Schöneres mochte sein. Kriemhild war sie geheißen und ward ein schönes Weib, um die viel Degen mußten, verlieren Leben und Leib. Die minnigliche Lieben brachte keinem Scham, um die viel Recken warben, niemand war ihr Gram. Schön war ohne Maßen, die edle Mai zu schauen. Der Jungfrau Höfsche Sitte wär eine Zier allen Frauen. Es pflegten sie drei Könige, Edel und Reich, Gunther und Gernot, die Recken ohne gleich, und Giselherr, der Junge, ein auserwählter Degen. Sie war ihre Schwester. Die Fürsten hatten sie zu pflegen. Hier halte ich schon mal ein und sage ein paar Worte zur Übersetzung. Riechmittelhochdeutsch heißt nicht Reich, Neuhochdeutsch, sondern heißt mächtig. So dann, ein auserwählter Degen, das ist eine stehende Formel, die werden Sie noch Dutzende von Malen hören. Und schließlich, die Fürsten hatten sie zu pflegen, das heißt mittelhochdeutsch, die Fürsten hätten es in Erbflecken, das heißt natürlich nicht, dass sie sie pflegten im kosmetischen Sinne, sondern das heißt, sie waren ihr Vormund, sie hatten sie in ihrer Obhut. Fünf. Die Herren waren milde, dazu von hohem Stamm, unmaßen kühn von Kräften, die Reckenlobesamen. Nach den Burgunden war ihr Land genannt. Sie schufen starke Wunder noch seitdem in Etzels Land. Hier haben sie die Funktion der Vorausdeutung in der letzten Zeile und ich muß auch darauf hinweisen, daß Simrock gut getan hätte, das mittelhochdeutsche Milte richtig zu übersetzen. Es heißt nämlich nicht milde, sondern es heißt freigebig. Sechs. Zu Worms am Rheine wohnten die Herren in ihrer Kraft. Von ihren Landen diente viel stolze Ritterschaft mit rühmlichen Ehren all ihres Lebens Zeit, bis jämmerlich sie starben durch zweier edeln Frauenstreit. Sieben. Ute hieß ihre Mutter, die reiche Königin und Dankrat ihr Vater, der ihnen zum Gewinn das Erbe ließ im Tode, vor dem ein starker Mann, der auch in seiner Jugend großer Ehren viel gewann. Nun werden die Vasallen aufgezählt. Strophe 9. Das war von Tronje Hagen und der Bruder Sein Dankwart der Schnelle. Von Metz, Herr Ortewein, die beiden Markgrafen Gehr und Eckewart, Volker von Alzeir, an allen Kräften wohlbewahrt. Und die Hofämter werden genannt. Dankwart war Marschall, so war der Neffe Sein Truchses des Königs, von Metz, Herr Ortewein. Sindold war Schenke, ein weidlicher Degen, und Kämmerer Hunold. Sie konnten hohe Ehren pflegen. 13. Es kommt jetzt Kriemhilds berühmter, vielsagender Falkentraum. Es träumte Kriemhilden, der ehrenreichen Maid, einen wilden Falken, zöge sie lange Zeit, den Griffen ihr zwei Aare, daß sie es mochte sehen, ihr konnte auf dieser Erde größer Leid nicht geschehen. Sie sagte ihrer Mutter den Traum, Frau Uten, die wußte ihn nicht zu deuten, als so der Guten. Der Falke, den du ziehst, das ist ein edler Mann. Ihn wolle Gott behüten, sonst ist es bald um ihn getan. Was sagt ihr mir vom Manne, viel liebe Mutter mein, ohne Reckenminne will ich immer sein, so schön will ich verbleiben, bis an meinen Tod, daß ich von Mannesminne nie gewinnen möge, nun. Verrät es nicht so völlig, die Mutter sprach da so, sollst du je auf Erden von Herzen werden froh, das geschieht von Mannesminne. Du wirst ein schönes Weib, will Gott dir noch vergönnen, eines guten Ritters Leib. Siebzehn jetzt? Die Rede laß bleiben, sprach sie, Herren mein, es hat an manchen Weiben geleert der Augenschein, wie Liebe mit Leide am Ende gerne lohnt. Ich will sie meiden beide, so bleib ich sicher verschont. Das ist nun das Leitmotiv des ganzen gewaltigen Epos, und deswegen lese ich es noch mal mittelhochdeutsch. Es ist ein mannigen Wieben, viel dick geworden schien, wie er lieber mit Leide zu jungest lohnen kann. Ich soll sie mieden beide, so ne kann mir nimmer Misse gahn. Eines Tages gewann sie ja doch mit Ehren einen kühnen Recken, wie die Mutter es geahnt hat. Strophe 19 Das war derselbe Falke, den jener Traum ihr bot, den ihr beschied die Mutter. Ob seinem frühen Tod den nächsten Anverwandten, wie gab sie blutgen Lohn? Durch dieses einen Sterben starb noch mancher Mutter Sohn. Nach der Vorstellung des Ortes und der handelnden Hauptperson sowie der vorausdeutenden Passage von Krimhilds Falkentraum erfahren wir nun in der zweiten Aventüre etwas von Siegfried. Es wechseln Ort und Personen. Strophe 20 Da wuchs im Niederlande eines edeln Königskind. Siegmund hieß sein Vater, die Mutter Siegelind. In einer mächtigen Feste, weithin wohlbekannt, unten an dem Rheine, Xanten, war sie genannt. Man erzog ihn mit dem Fleiße, wie ihm geziemend war. Was ihm Zucht und Sitte der eigene Sinn gebar, das ward noch eine Zierde für seines Vaters Land, daß man zu allen Dingen ihn so recht herrlich fand. Also zu der äußeren Erziehung kommt der Ruhm der inneren Veranlagung. Siegfried ward geheißen, der edle Degen gut, so sagt die Strophe 21. Wir kommen jetzt zur Strophe 24. Er war nun so erwachsen, mit an den Hof zu gehen. Die Leute sahen ihn gerne. Viel Frauen und Mädchen schön wünschten, wohl er käme dahin doch immer da. Holt waren ihm gar viele, es ward der Degen wohl gewahr. 26 Nun war er ganz erwachsen, so daß er Waffen trug. Was er dazu bedurfte, das gab man ihm genug. Schon sann er zu werben um manches schöne Kind. Die hätten wohl mit Ehren den kühnen Siegfried geminnt. Da ließ sein Vater Sigmund kund tun seinem Lehn. Mit lieben Freunden wollt er ein Hofgelage begehen. Da brachte man die Mähre in anderer Königeland. Den Heimischen und den Gästen gab er Rosse und Gewand. Nun erfolgt prachtvoll die Schwertleiter. Der junge Held wird aufgenommen, seine Initiation in die Welt der Erwachsenen. Und in siebzehn Strophen, die korrespondieren, Krimhels Falkentraum, wird er prachtvoll vorgestellt. Strophe 32 Da ging zu einem Münster mancher reiche Knecht Knecht ist Neid, also das ist Ritter, nicht wahr, oder Knappe. Da ging zu einem Münster mancher reiche Knecht und viel der edeln Ritter. Die Alten taten recht, daß sie den Jungen dienten, wie ihnen einst geschehen. Sie hatten kurze Weile und freuten sich, es zu sehen. 34 Sie eilten, wo sie fanden, geschirrter Rosse fiel. Da wart in Sigmunds Hofe so laut das Ritterspiel, daß man ertosen hörte, Palast und den Saal. Die hochbeherzten Degen begannen fröhlichen Schall. 37 Da setzten sich die Gäste, wohin man ihnen riet, zu Tisch, wo von Ermüdung viel edle Kost sie schied, und Wein, der allerbeste, daß man die Fülle trug. Den Heimischen und den Fremden bot man Ehren da genug. Der mündige Sohn darf nun Herrscherrechte ausüben. 39 Da ließ der König verleihen, Siegfried, den jungen Mann, das Land und die Burgen, wie sonst er selbst getan. Seinen Schwertgenossen gab er mit milder Hand. So freute sie die Reise, die sie geführt in das Land. Das Hofgelage wehrte bis an den siebten Tag. Sieglind die Reiche der alten Sitte pflag, daß sie dem Sohn zuliebe verteilte rotes Gold. Sie konnte es wohl verdienen, daß ihm die Leute warenholt. Da war zuletzt kein armer Fahrender mehr im Land. Ihnen stoben Kleider und Rosse von der Hand, als hätten sie zu leben nicht mehr denn einen Tag. Man sah nie Ingesinde, daß so großer Milde pflag. Also dazu will ich einmal sagen, daß man unserem Dichter immer wieder anmerkt, er liebt die Fahrenden und setzt sich für sie ein und preist es, wenn sie verwöhnt werden. Deswegen hat man eben vermutet, daß er vielleicht auch dieser ständischen Schicht nahe stand. Und sie haben gehört, ihnen stoben Kleider und Rosse von der Hand, d.h. den Herren zuckten gewissermaßen wie Blitze, Kleider und Rosse von den Händen. So freigebig gaben sie. Man sah nie Ingesinde, daß so großer Milde pflag, da haben sie es wieder. Milde heißt Großzügigkeit. 43. Solange sie noch lebten, Sigmund und Siegelind wollte nicht Krone tragen, der beiden Liebeskind. Also seine adlige Gesinnung verweigert die Übernahme der Herrschaft, solange die Eltern leben. Doch wollte herrlich wenden alle die Gewalt, die in den Landen fürchtete, der Degen kühn und Wohlgestalt. Wir kommen zur dritten Aventüre. Nach der Vorstellung der Hauptfiguren, jeweils in ihrem höferschen Rahmen, in Worms und Xanden, folgt nun eine Schilderung von Siegfrieds Jugendkarten. 44. Es beginnt wie ein Märchen. Den Herrn beschwerte selten irgendein Herzeleid. Er hörte Kunde sagen, wie eine schöne Maid bei den Burgunden wäre, nach Wünschen wohlgetan, von der er bald viel Freuden und auch viel Leides gewann. Also Siegfried will eine Frau nehmen, wie es sich in Märchen gehört, in Märchen von Königem ohnehin. 48. Ihm rieten seine Freunde und die in seinem Lehn. Hab er stete Minde sich zum Ziel ersehen, so soll er werben, daß er sich der Wahl nicht dürfe schämen. Da sprach der edle Siegfried, so will ich Kriemhilden nehmen, die schöne Königstochter von Burgundenland, um ihre große Schöne. Das ist mir wohl bekannt. Kein Kaiser sei so mächtig, hätte er zu freien im Sinn, dem nicht zum Minnen ziemte, diese reiche Königin. Der König rät ab und auch die Königin warnt, sie verweisen auf die gefährlich mächtigen Helden am Wormser Hof. Und dann, das mag Siegfried nicht hören, dann braust er auf, 55, der er vom Schicksal schon früh geblendet ist. Wie mag uns das gefährden, hub da Siegfried an. Was ich mir im Guten da nicht erbitten kann, mag ich schon sonst erwerben mit meiner starken Hand. Ich will von ihm erzwingen, so die Leute wie das Land. Und nun bietet er ein standesgemäßes Gefolge auf. König Sigmund kommentiert, mit Gewalt erwerben kann niemand, die magt, sprach der König Sigmund. Das ist mir wohl gesagt. Willst du jedoch mit Recken reiten in das Land, und die Freunde, die wir haben, die werden eilends besandt. 59, ich mag sie schon erwerben, allein mit meiner Hand. Ich will mit zwölf Gesellen in König Gunters Land. Dazu sollt ihr mir helfen, Vater Sigmund. Da gab man seinen Degen zu Kleidern grau und auch bunt. Nun nimmt er also Abschied als ein lieber Sohn. Den Abschied, 69, den gaben ihm mit Trauern König und Königin. Er tröstete sie beide mit minniglichem Sinn und sprach, ihr sollt nicht weinen um den Willen mein. Immer ohne Sorgen mögt ihr um mein Leben sein. In Strophe 71 kommen sie an. Am siebenten Morgen zu Worms an den Strand ritten schon die Kühnen. All ihr Gewand war von rotem Golde, ihr Reitzeug wohl bestellt. Ihnen gingen sanft die Rosse, die sich der Siegfried gesellt. Nun beobachten natürlich die Wormser Könige und ihre Entourage die Ankunft dieser zwölf Fremden. Elf oder zwölf, die Angaben in unserem Text schwanken da. König Gunther Den König nahm es Wunder, woher gekommen seien die herrlichen Recken im Kleid von Licht und Schein und mit so guten Schilden, so neu und so breit, dass ihm das niemand sagen konnte, das war König Guntern Leid. Nur der allweise dämonische Hagen, der könnte Auskunft geben und wird befragt, 1884. Das will ich, sprach Hagen. Zum Fenster schritt er drauf. Da ließ er nach den Gästen den augenfreien Lauf. Wohl gefiel ihm ihr Geräte und all ihr Gewand. Doch waren sie im Fremde in der Burgundenland. Also sprach da Hagen, so viel ich mag verstehen, hab ich gleich im Leben Siegfrieden nie gesehen, so will ich doch wohl glauben, wie es damit auch steht, daß er es sei, der Degen, der so herrlich dorten geht. Und nun liefert uns Hagen Siegfrieds sagenhafte Vorgeschichte. Die Vorgeschichte vom Horterwerb und die Vorgeschichte vom Drachenkampf. Das sind Abenteuer, die sich in mythischen Fernen nebelhaft verlieren und die in so starkem Maße eben auch märchenhafte Züge tragen, daß unser aufgeklärter Dichter um 1200 sich hütet, sie gewissermaßen in eigener Verantwortung zu berichten. So schiebt er Hagen vor, der in einer Art von Retrospektive nun Siegfrieds Jugendtaten berichtet. Siegfried ist an einen Berg gekommen und nun den Recken wohl empfingen Schilbung und Nibelung. Einhellig baten die edlen Fürstenjung, daß ihnen teilen möchte den Schatz der kühne Mann. Das begehrten sie gar dringend. Zu geloben ist der Herr begann. Siegfried trifft also auf den Vorgang einer Erbteilung und die beiden zwergenhaften jungen Fürsten Schilbung und Nibelung können sich ganz offenbar nicht einigen. Aber auch Siegfried scheitert bei diesem Friedensunternehmen. Er konnte es nicht vollbringen. Sie hatten zornigen Mut. Und zwar hatten sie Leute, die ihnen zur Seite standen, nämlich starke Riesen. Und diese zwölf Riesen, die er schlug im Zorne, Siegfriedens Hand. Damit nicht genug, er erschlägt auch noch siebenhundert Recken von Nibelungen Land. Sie sehen, Nibelungen Land ist das Land dieser beiden Schilbung und Nibelung. Und mit dem guten Schwerte geheißen Balmung, erschlug er diese zwölf und siebenhundert. Und weiter, dazu die reichen Könige, die schlug er beide tot. Und nun kommt er, auf Tod reimt sich Not, durch Alberich, einen zwergenhaften Helden, in große Not. Siebenneunzig, mit Streit bestehen konnte ihn da nicht der starke Zwerg. Wie die wilden Löwen liefen sie an den Berg, wo er die Tarnkappe Albrichen abgewann. Da war des Hortes Meister Siegfried der schreckliche Mann. Also wichtig ist, bei dieser streithaften Erbteilung gewinnt er den ungeheuerlichen Schatz, er erschlägt die Besitzer und ihre Leute und im Kampf mit dem Zwergen Albrich gewinnt er auch noch die Tarnkappe, die eine so unheilvolle Rolle spielen wird bei der Eroberung Brünnhilds. 99, es geht um Albrich, der Starke. Albrich mußt ihm Eide schwören, er dien ihm als sein Knecht, zu aller Art Diensten ward er ihm gerecht. So sprach von Tronje Hagen. Das hat der Held getan, also große Kräfte nie mehr ein Rekke gewann. Die Geschichte vom Horterwerb spielt ja eine große Rolle, weil die Burgunder, die eines Tages die Nibelungen heißen werden, weil sie eben den Schatz der Nibelungen haben, weil die Burgunder um dieses Hortes willen und um der Rache, Krimhilds willen, eines Tages furchtbar sterben müssen. Nun kommt der zweite Abenteuer, das Abenteuer, das die, wie die Mythenforschung sagt, bedingte Unverwundbarkeit, denken Sie an Achilles und seine Verse, die die bedingte Unverwundbarkeit des Helden Siegfried erklärt. Strophe 100 Noch ein Abenteuer ist mir von ihm bekannt. Fährt Hagen jetzt fort. Einen Linddrachen schlug des Helden Hand. Als er im Blut sich badete, ward Hörnern seine Haut. So versehrt ihn keine Waffe, das hat man oft an ihm geschaut. Man soll ihn wohl empfangen, der beste Rat ist das. Der König staunt. 106 Mich wundert diese Meere, sprach der König zur Hand, und nun redet er den Gast an. Von wann, edler Siegfried, ihr kamt denn dieses Land, oder was ihr wollet, suchen zu Worms an dem Rhein? Da sprach der Gast zum König, das soll euch unverhohlen sein. Und merkwürdigerweise spricht er jetzt nicht von seinem Heirat, seinem Werbungsplan, sondern er will Eroberer sein, als Eroberer, als Mächtiger, als Sieger will er werden. 110 Siegfried spricht. Wenn ihr denn so kühn seid, wie euch die Sagezeit, so frag ich nicht, ist jemand lieb oder leid? Ich will von euch erzwingen, was euch angehört. Das Land und die Burgen unterwerf ich meinem Schwert. Diese munteren Worte des kleinen jungen Schlagentod, die erstaunen natürlich die höfische Gesellschaft in Worms. Der König war verwundert und all sein Volk umher. Die Schlichtungsversuche, angesichts der Kontroverse, die sich jetzt entspinnt, die Schlichtungsversuche scheitern an Siegfrieds aggressiven Starrsinn. Es droht die Katastrophe. Da findet der Zweite der königlichen Brüder, also Gernot, das rettende Wort des Klügeren, der, wie das Sprichwort und die Lebenserfahrung sagt, nachgibt. Erst spricht der Jüngste der Brüder, Giselher, und sagt, ihr sollt uns willkommen sein, sprach Giselher das Kind, samt euren Heergesellen, die mit euch gekommen sind. Und nun? Wir wollen gern euch dienen, ich und die Freunde mein. Das ist die Peripetie. Da hieß man den Gästen schenken König Gunters Wein. Da sprach der Wirt des Landes, Alles, was uns gehört, verlangt ihr es in Ehren, also nicht mit Gewalt, das sei euch unverwehrt. Wir wollen mit euch teilen unser Gut und Blut. Da ward dem Degen Siegfried ein wenig sanfter zumut. Also nun lässt er sich besänftigen, und er bleibt als ein lieber Gast, bleibt Wochen, Monate, ein Jahr lang, ohne dass er Krimhild, die doch das Motiv seiner Reise war, je zu Gesicht bekommt. Denn dafür muss er sich erst als Held in der militärischen Episode des Kriegs der Burgunden mit den Sachsen und den Dänen bewähren, wovon die vierte Aventüre berichtet, die wir uns hier ohne Not ersparen können. In der fünften Aventüre erlaubt nun beim Siegesfest an einem Pfingstmorgen, alle Feste finden möglichst immer Pfingsten statt, da erlaubt das höfische Protokoll endlich den öffentlichen Auftritt der Damen, also der Königin Mutter und Krimhilds. Und unser Dichter schildert das in Tönen, die uns an die Lyrik seiner Zeit erinnern, in Tönen des Minnesangs, 281. Da kam die Minnegliche, wie das Morgenrot tritt aus trüben Wolken. Da schied von mancher Not, der sie im Herzen hegte, was lange war geschehen. Er sah die Minnegliche nun gar herrlich vor sich stehen. Wie der lichte Vollmond vor den Sternen schwebt, das Schein so hell und laut da sich aus den Wolken hebt, so glänzte sie in Wahrheit vor anderen Frauen gut. Das mochte wohl erhöhen den Zierenhelden den Mut. Und nun 285 Siegfried sann in seinem Sinne, wie dacht ich je daran, daß ich dich lieben sollte. Das ist ein eitler Wahn. Soll ich dich aber meiden, so wär ich lieber tot. Er ward von den Gedanken oft bleich und oft wieder rot. Nun, Krimhild, als sie den Hochgemuten vor sich stehen sah. Seine Farbe ward entzündet. Die Schöne sagte da, »Willkommen, Herr Siegfried, ein edler Rittergut.« Da ward ihm von dem Gruße gar wohl erhoben der Mut. Schlichter kann sie ja nicht grüßen, und schon diese schlichten Worte, die erste Anrede, die bringt ihn ganz und gar durcheinander. Das war die Strophe 292, wir kommen jetzt zur Strophe 300. Da ging sie zu dem Münster, und mit ihr fiel der Frauen. Da war ein solcher Zierde, die Königin zu schauen, daß da hohe Wünsche mancher ward verloren. Sie ward zur Augenweide, fiel der Recken auserkoren. Das Fest ist aus, alle reiten heim, auch Siegfried muß nun Abschied nehmen. Er versucht es jedenfalls. Gottlob, man tritt ihm in den Weg. Gieselherr, der Jüngste der Könige, sagt, »Wohin, edler Siegfried? Wohin reitet ihr? Hört meine Bitte, bleibt bei den Recken hier, bei Gunther dem König und bei seinem Lehn. Hier sind viel schöne Frauen, die läßt man euch gerne sehen.« So verblieb der Kühne dem Freund zuliebe dort, auch wär ihm in den Landen an keinem anderen Ort so wohl als hier geworden, daher es nun geschah, daß er alle Tage die schöne Krimhild ersah. Ihrer hohen Schönheit willen der Degen da verblieb. Mit mancher Kurzweile man nun die Zeit vertrieb. Nur zwang ihn ihre Minne, die schuf ihm oftmals Not. Darum hernach der Kühne lag zu großem Jammer tot. Die sechste, siebte und achte Abenteuerabentüren schildern die Werbung um Brünnhild. Diese Schilderung ist voller Unklarheiten, voller Widersprüche. Das ist das Resultat der unterschiedlichen Überlieferungsschichten, die sich überschneiden, die sich vermischen, denn der Dichter oder seine Vorlage schöpft aus verschiedenen Quellen. Wieder wie ein Märchen ein Satz, Strophe 326. Es war eine Königin gesessen über Meer. Ihr zu vergleichen war keine andere mehr. Schön war sie aus der Maßen, gar groß war ihre Kraft. Sie schoss mit schnellen Degen um ihre Liebe den Schaft. Nun die drei mythischen Bedingungen, die man aus dem Märchen kennt, denken Sie an Turan dort. Also erstens, der Schaft, also der Speer, mußte geworfen werden im sportlichen Wettkampf. Zweitens und drittens, den Stein warf sie ferne, nachdem sie weithin sprang. Wer ihrer Minne gärte, der mußte Sonderwang drei Spiel ihr abgewinnen, der Frauen wohlgeboren. Gebrach es ihm an einem, so war das Haupt ihm verloren. König Gunther will um sie werben. Die Königstochter hatte das manches Mal getan, dass er fuhr am Rheine ein Ritter wohlgetan, der seine Sinne wandte auf das schöne Weib. Drum mußten bald viel Degen verlieren Leben und Leib. Da sprach der Vogt vom Rheine, »Ich will hinab zur See, hin zu Brünnhilden, wie es mir ergeh. Um ihre Liebe wage ich Leben und Leib. Die will ich verlieren, gewinn ich sie nicht zum Weib.« Hagen rät nun für diese riskante Reise, für diese schwierige Unternehmung, Siegfried als Helfer zu engagieren. »So will ich euch raten«, begann da Hagen, »Bittet Siegfrieden, mit euch zu tragen, die Last dieser Sorge. Das ist der beste Rat, weil er von Brünnhilden so gute Kunde doch hat.« Das bleibt für uns rätselhaft, und rätselhaft war es auch für den Dichter, woher denn Siegfrieds gute Kunde von Brünnhild stammt. Das ist eine Vorgeschichte, die nicht hineingearbeitet ist in unser Nibelungenlied, die aber in den alten Quellen eine bedeutende Rolle spielt. Nun stellt Siegfried sehr sachlich, gewissermaßen marktwirtschaftlich, seine Bedingung. Zur Antwort gab ihm Siegfried König Sigmunds Sohn, »Ich will es tun, versprichst du die Schwester mir zum Lohn«, Krimhild, die Schöne, eine Königin her. »So begehr ich keines Dankes nach meinen Arbeiten mehr.« Mittelhochdeutsch Arbeit heißt Mühe, Anstrengung. »Das gelob ich«, sprach Gunther, Siegfried, »dir an die Hand.« »Und kommt die schöne Brünnhild hierher in dieses Land, so will ich dir zum Weibe meine Schwester geben, so magst du mit der Schönen immer da in Freuden leben.« Nun, Strophe 335, »Beschwören Sie Ihre Abmachung, des Schwuren sich Eide diese Recken her.« Da schuf es ihnen beiden viel Mühe und Beschwer, ehe, dass sie die Jungfrau brachten an den Rhein. Es mußten die Kühnen darum in großen Sorgen sein. Und nun, sehr wichtig, es geht nicht ohne die Zaubergeräte, Strophe 336, »Die Tarnkappe führte Siegfried mit hin dann, die der kühne Degen mit Sorgen einst gewann, von einem Gezwerge mit Namen Alberich.« Da schickten sich zur Reise die Recken kühn und ritterlich. »Wenn der starke Siegfried die Tarnkappe trug, so gewann er drinnen der Kräfte genug zwölf Männerstärke zu dem eigenen Leib.« Er warb mit großen Listen um das herrliche Weib. Also die Tarnkappe macht nicht nur unsichtbar, sondern sie verleiht auch noch die Kraft von zwölf weiteren Männern. Kunter redet jetzt Siegfried an. »Nun sage mir, Degen Siegfried, eh unsere Fahrt geschehe, wie wir mit vollen Ehren kommen über See, sollen wir Recken führen in Brunnhildens Land? Dreißigtausend Degen, die werden eilends besandt.« Nein, Siegfried ist anderer Meinung. »In Reckenweise fahren« und dazu muss ich Ihnen nun doch erklären, was Reckenmittelhochdeutsch heißt, das ist der Einsame, Verfolgte. Es ist also der Einzelgänger, der sich selber genug ist. »In Reckenweise fahren, lasst uns zu Tal den Rhein. Die will ich dir nennen, die das sollen sein. Wir, Sepp, viert der Helden, ziehen an die See, daß wir die Frau erwerben, was auch nachher geschehe. Also nur zu viert. 342. »Der Gesellen bin ich einer, du sollst der Zweite sein, und Hagen sei der Dritte. Wir mögen wohl gedeihen. Der Vierte, das sei Dankwart, dieser kühne Mann. Es dürfen andere Tausend zum Streite nimmer uns nahen.« Also Dankwart des Hagens. Bruder, und gegen diese vier, behauptet Siegfried, kommen auch Tausend nicht an. Und nun, man möchte es nicht glauben, folgen 29 Strophen der Kleiderausstattung. Das höfische Protokoll in dieser Reckenwelt verlangt, daß 48 Kleider genäht werden für diese vier Herren von 30 Damen binnen sieben Wochen. Das heißt, jeder der vier Herren erhält also zwölf Kleider. Wie hat der König gesprochen? »Die Meere wüsste ich gerne«, und der König sprach da so, »eh wir von hinnen führen, das wäre ich herzlich froh, was wir für Kleider sollten vor Brünnhilden tragen, die uns geziemen möchten.« »Siegfried, das sollst du mir sagen.« Man wünscht also in prachtvollem heute würden wir sagen Outfit vor die fremden, gewaltigen, mächtigen, reichen Damen zu treten. Sie schiffen sich ein. Die goldroten Schilde trug man an den Strand und schaffte hin zu ihnen all ihr Rüstgewand. Ihre Rosse ließ man bringen. Sie wollten nunhin dann, wie da von schönen Frauen so großes Weinen begann. 377. Da stellte sich ins Fenster manch minnigliches Kind. Das Schiff mit seinem Segel ergriff ein hoher Wind. Die stolzen Heergesellen saßen auf dem Rhein. Da sprach der König Gunther, »wer soll nun Schiffmeister sein?« »Das will ich«, sprach Siegfried. »Ich kann euch auf der Flut wohl von hinnen führen, das wisset, Heldengut. Die rechten Wasserstraßen sind mir wohlbekannt.« »So schieden Sie mit Freuden aus der Burgundenland.« Die rechte Wasserstraße, die ist ihm wohlbekannt. Merkwürdig genug. »Wir wissen nicht, woher.« Die Burgunder wissen es auch nicht. »Nur die Sagenforscher wissen es, dass es sich da um alte vorausgehende Quellen handelt, einer Vorverlobung, so nennt die Forschung das zwischen Siegfried und Brünnhild nämlich.« Aber das Nibelungenlied weiß davon gar nichts, nur, Sie werden merken, es ahnt davon bedrohlich und erschreckt einiges. »Nun kommt also Land in Sicht. An dem zwölften Morgen«, Stufe 382, »an dem zwölften Morgen, wie wir hören, sagen, da hatten Sie die Winde weithin weggetragen, nach Isenstein der Feste, in Brünnhildens Land.« Das war ihrer keinem außer Siegfried bekannt. Und nun stellt Siegfried eine sehr merkwürdige Bedingung. Er verlangt von den Königen, vor allem von Gunther, sie sollten Komödie spielen. Das Motiv kennt keiner, wieder nur der Sagenforscher. Er verlangt eine Sprachregelung, Stufe 386, »Wenn wir die Minigliche«, er meint Brünnhild, »wenn wir die Minigliche bei ihren Leuten sehen, sollt ihr erlauchte Helden nur einer Rede stehen. Gunther sei mein Lehnsherr und ich ihm untertan.« So wird ihm sein Verlangen nach seinem Wunsche getan. Sie waren allwillfährig zu tun, wie er sie hieß. Also obwohl sie diesen merkwürdigen Rat oder diese merkwürdige Bitte, die ja fast ein Befehl ist, er kann sie ja erpressen, nicht verstehen, sind sie willfährig. Er verlangt, er möge vor Brünnhild erscheinen als ein Unfreier. Er, der doch ein freier König, unter gleichgestellt ist, sozial. Und diese Fiktion wird fürchterliche, wird blutige Folgen haben. Diese Dienstmann-Fiktion, die wird Siegfried mit seinem Leben bezahlen müssen. Die siebte Aventeure erzählt davon, wie Brünnhild gewonnen wird, das heißt, erobert wird. Es handelt sich im Grunde um eine Vergewaltigung. Ich sagte schon zu Anfang dieser Lesung, dass der Dichter eine große Qualität hat, neben vielen anderen. Er vermag komplizierte, abstrakte Zusammenhänge bildhaft zu machen, durch Gästen, durch Schaubilder. In diesem Falle geht es um die Dienstmann-Fiktion. Statt sie lange zu erklären, zeigt er uns, was ein Dienstmann ist, indem er Siegfried den Steigbügel-Dienst leisten lässt. Das Publikum sind die Damen Brünnhilds. Und nun also, Strophe 397, Siegfried hielt ihm bei dem Zaume das zierliche Ross. Das war gut und stattlich, stark dazu und groß, bis der König Gunther fest im Sattel saß. Also dient ihm Siegfried, was er hernach doch ganz vergaß. Was Gunther eines Tages vergessen wird, meint der Dichter. Und sie betreten nun also unsere vier Helden die Burgstadt. Sie heißt Isenstein, das heißt natürlich Eisenstein, eine Stadt in nebelgrauer Ferne gelegen, mit 86 Türmen, gelegen in Island, das heißt Eisland. Strophe 419, als Brünnhild nun, als die Königstochter Siegfrieden sah, nun höret, wie die Jungfrau zu ihm redet, da. Seid willkommen, Siegfried, hier in diesem Land. Was meint eure Reise? Das macht mir bitte ich bekannt. Seltsam genug. Erstens kennt sie ihn, redet ihn gleich mit seinem Namen an. Und zweitens, statt einen der drei Könige und gar den herrlichsten von ihnen, nämlich Gunther, anzureden, spricht sie Siegfried, den scheinbaren Dienstmann an. Und so reagiert er denn auch listig und täuschend. Viel Dank, muß ich euch sagen, Frau Brünnhild, daß ihr mich geruht zu grüßen, Fürstentochter Mild, vor diesem edlen Recken, der hier vor mir steht. Denn der ist mein Lehnsherr, der Ehre Siegfried wohl entdreht. Es geht nun um die Werbungswettkämpfe. Brünnhild nennt die Bedingungen. 425 Den Stein soll er werfen und springen danach, den Speer mit mir schießen, drum sei euch nicht zu jahr. Ihr verliert hier mit der Ehre Leben leicht und Leib, drum mögt ihr euch bedenken, sprach das minnigliche Weib. Nun wird der Betrug an ihr vorbereitet. Siegfried versieht sich mit seiner Tarnkappe, schleicht heimlich weg und seine Abwesenheit wird nicht weiter registriert. Brünnhild läßt sich rüsten, den Helden wird bei diesem Anblick Angst und Bange. Als der starke Hagen den Schild hertragen sah, in grimmige Mute sprach der Tronja da, wie nun, König Gunther, an Leben geht's und Leib, die ihr begehrt zu mennen, die ist ein teuflisches Weib. Gunther geht's nicht besser, 442, er dachte in seinem Sinne, was soll das sein hier, der Teufel aus der Hölle, wie schützt er sich vor ihr? Wäre ich mit meinem Leben wieder an dem Rhein, sie dürfte hier wohl lange meiner Minne ledig sein. Aber der durch die Tarnkappe unsichtbare Siegfried der die Stärke von zwölf und mehr Männern hat, der macht's möglich und er macht Gunther zum Sieger. Er flüstert Gunther zu, ich bin es, Siegfried, der Geselle dein, du sollst ganz ohne Sorge vor der Königin sein, den Schild gib aus den Händen und lass mich ihn tragen und behalt im Sinne, was du mich hörest sagen, du habe die Gebärde, ich will das Werk begehen. Als er ihn erkannte, da war ihm Lebensgeschehen, also als Gunther Siegfried zur Kenntnis nimmt. Siegfried war kräftig, kühn und auch lang, den Stein warf er ferner, dazu er weitersprang. Ein großes Wunder war es und künstlich genug, daß er in dem Sprunge den König Gunther noch trug. Der Sprung war ergangen, am Boden lag der Stein. Gunther war's, der Degen, den man sah allein. Brunnhild, die Schöne, ward vor Zorne rot. Gewendet hatte Siegfried dem König Gunther den Tod. Und nun reagiert sie voller Fairness, voller weiblicher Ritterlichkeit gegen dieses listige Betrugsmanöver. Sie sagt, 466, Zu ihrem Ingesinde sprach die Königin da, als sie gesund den Helden an des Kreises Ende sah, Ihr, meine Freund und Mannen, tretet gleich heran. Ihr sollt dem König Gunther alle werden untertan. Siegfried hat inzwischen schnell die Tarnkappe zurückgebracht, und nun steht er also leibhaftig sichtbar bei den anderen, und fragt, scheinheilig, 471, Was säumt Ihr, Herr König, und beginnt die Spiele nicht, die Euch aufzugeben die Königin verspricht? Lasst uns doch bald erschauen, wie es damit bestellt. Als wüßt er nichts von allem, so tat der listige Held. Und mehr noch, er tut, was nur Unedle tun, erhöht die Unterlegene. 474, Nun wohl mir dieser Meere, sprach Siegfried der Held, dass hier Eure Hochfahrt also ward gefällt, und jemand lebt, der Euer Meister möge sein. Nun sollt Ihr, edle Jungfrau, uns hinnen folgen an den Rhein. Die achte Aventüre unterbricht auf merkwürdige Weise das Werbungsabenteuer bei Brünnhild. Rätselhaft und märchenhaft bricht sie aus tieferen, längst vergangenen und abgelagerten Schichten des Mythos und der Sage hinein in diese höfische Welt. 482 Von Dannen ging da Siegfried zum Hafen an den Strand, in seiner Tarnkappel, wo er ein Schifflein fand, darin stand verborgen König Sigmunds Kind. Er führte es bald von Dannen, als ob es wehte der Wind. Den Steuermann sah niemand, wie schnell das Schifflein floß von Siegfriedens Kräften, die waren all so groß. Da wehnten sie, es trieb es, ein eigener starker Wind. Nein, es führte Siegfried, der schönen Sieglinde Kind. Nacht des Tags verlaufe und in der einen Nacht kam er zu einem Lande von Gewalt gemacht. Es war wohl hundert Rasten, ein Längmaß, und noch darüber lang das Land der Nibelungen, wo er den großen Schatz errank. Wir erinnern uns, er fährt also, aus welchen Gründen auch immer, zurück in jenes Land, wo er bei der gewalttätigen Teilung des Erbes, die beiden Fürsten Schilbung und Nibelung erschlug, alberig bezwang und sich den ungeheuern Schatz aneignen durfte. Und nun fährt er, ich wiederhole, aus undurchsichtigen Gründen, wieder in dieses ihm gehörige Land. Der Held fuhr alleine nach einem Werder breit. Werder ist eine Insel in einem Fluß. Sein Schiff band er feste, der Ritter allbereit. Er fand auf einem Berge eine Burg gelegen und suchte Herberge, wie die Wegemüden pflegen. Da kam er vor die Pforte, die ihm verschlossen stand. Sie bewachten ihre Ehre, wesete noch im Land. Ans Tor begann zu klopfen, der unbekannte Mann. Das wurde wohl behütet. Da traf er innerhalb an einen Ungefügen, der da der Wache pflag, bei dem zu allen Zeiten sein Gewaffen lag. Der sprach, Wer pocht so heftig da draußen an das Tor? Da wandelte die Stimme der kühne Siegfried davor, also Siegfried spricht mit verstellter Stimme, und sprach, Ich bin ein Recke, tut mir auf alsbald, sonst erzürne ich etlichen hier außen mit Gewalt, der gern in Ruhe lege und hätte sein Gemach. Das verdroß den Pförtner, als der Siegfried also sprach. Der kühne Riese hatte die Rüstung angetan, den Helm aufs Haupt gehoben, der gewaltige Mann, den Schild alsbald ergriffen und schwang nun auf das Tor. Wie lief er Siegfrieden da so grimmig an davor? Wie er zu Wecken wage, so manchen kühnen Mann! Da wurden schnelle Schläge von seiner Hand getan. Der edle Fremdling schirmte sich vor manchem Schlag. Da hieb ihm der Pförtner in Stücke seines Schilds beschlag mit einer Eisenstange, so litt der Degen Not. Schier begann zu fürchten, der Held den grimmen Tod, als der Türhüter so mächtig auf ihn schlug. Dafür war ihm gewogen, sein Herr Siegfried, genug. Sie stritten so gewaltig, die Burg gab wieder Hall. Man hörte fern das tosenen König Nibelungssaal. Doch zwang er den Pförtner zuletzt, daß er ihn bannt. Kund ward diese Meere in allem Nibelungenland. Das Streiten hatte Ferne, gehört durch den Berg Alberich der Kühne, ein wildes Gezwerg. Er waffnete sich balde und lief hin, wo er fand, diesen edeln Fremdling, als er den Riesen eben bannt. Wir erinnern uns, auch Alberich, den Zwerg, hat Siegfried schon einmal besiegt und hat ihm ja die Tarnkappe abgewonnen. Alberich war mutig, dazu auch stark genug. Helm und Panzerringe er am Leibe trug und eine schwere Geißel von Gold an seiner Hand. Da lief er hin, Geschwindel, wo er Siegfrieden fand. Sieben schwere Knöpfe hingen vorn daran, womit er vor der Linken den Schild dem kühnen Mann so bitterlich zergerbte. In Splitter ging er fast. In Sorgen um sein Leben geriet der herrliche Gast. Also ein zweites Mal schon geriet Siegfried, eigentlich Herr dieses Landes, eigentlich Herr auch dieser beiden dämonischen Kämpfer, in größte Not. Den Schild er ganz zerbrochen seiner Hand entschwang. Da stieß er in die Scheide, eine Waffe, die war lang. Seinen Kammerwärter wollte er nicht schlagen, tot. Er schonte seine Leute, wie ihm die Treue gebot. Das ist wie der mittelalterliches Standesdenken, die Reziproke, die korrespondierende Beziehung der Treue zwischen dem Herrn und dem Mann. Mit den starken Händen Albrechen lief er an und er fasste bei dem Barte den altkreisen Mann, den Zuck der Ungefüge, der Zwerg schrieg auf vor Schmerz. Des jungen Helden Züchtigung ging Albrechen ans Herz. Laut rief der Kühne, nun laßt mir das Leben und hätt ich einem Helden mich nicht schon ergeben, dem ich schwören mußte, ich wär ihm untertan, ich diente euch, bis ich stürbe, so sprach der listige Mann. Also Albrechen kennt Siegfried nicht. Er band auch Albrechen wie den Rieseneh. Siegfriedens Kräfte taten ihm gar weh. Der Zwerg begann zu fragen, »Wie seid ihr genannt?« Er sprach, »Ich heiße Siegfried, ich wendlich wäre euch bekannt.« »So wohl mir dieser Kunde«, sprach der Alberich, »an euren Heldenwerken spürt ich nun sicherlich, daß ihr's wohl verdientet, des Landes Herr zu sein. Ich tu, was ihr gebietet, laßt ihr mich nur gedeihen.« Da sprach der Degen Siegfried, »So macht euch aufgeschwind und bringt mir her der Besten, die in der Feste sind. Tausend Nibelungen, die will ich vor mir sehen. So lass ich euch kein Leides an eurem Leben geschehen.« Albrechen und den Riesen löst er von dem Band. Hin lief der Zwerg geschwindel, wo er die Recken fand. Sorglich erweckt er die Innibblungslehn und sprach, »Wolauf, ihr Helden, ihr sollt zu Siegfrieden gehen!« Sie sprangen von den Betten und waren gleichbereit. Tausend schnelle Ritter standen im Eisenkleid. Er brachte sie zur Stelle, wo er Siegfried fand. Der grüßte schön die Degen und gab manchem die Hand. Viel Kerzen ließ man zünden, man schenkt ihm lauter'n Trank. Daß sie sobald gekommen, des sagte er allen Dank. Er sprach, »Ihr sollt von hinnen mir folgen über Flut.« Dazu fand er willig, diese Helden kühn und gut. Wohl dreißighundert Recken kamen ungezählt. Von denen wurden tausend der Besten auserwählt. Man brachte ihre Helme und anderes gewandt, da er sich führen wollte hin zu Brunnhildens Land. Er sprach, »Ihr guten Ritter, eins laßt euch sagen, ihr sollt reiche Kleider dort am Hofe tragen, denn uns wird da schauen manch minnigliches Weib. Drum sollt ihr zieren mit guten Kleidern den Leib.« Eines frühen Morgens begannen sie die Fahrt. »Was schneller Mannen hatte, da Siegfried sich geschart!« Sie führten gute Rosse und herrlich gewandt. Sie kamen stolz gezogen hin zu Brunnhildens Land. Da stand in den Zinnen manch minnigliches Kind. Da sprach die Königstochter, »Weiß jemand, wer die sind, die ich dort fließen sehe, so fern auf der See? Sie führen reiche Segel, die sind noch weißer als der Schnee.« Nun, Gunther, da sprach der König vom Rheine, »Es ist mein Heergeleit, das ich auf der Reise verließ von hier nicht weit. Ich habe sie besendet, nun sind sie Herren kommen.« Der herrlichen Gäste ward mit Züchten wahrgenommen. Das ist ganz offenbar improvisiert von Gunther, das spricht nicht der Wahrheit, wie wir wissen. Da sah man Siegfrieden im Schiffe stehen voran, in herrlichem Gewande, mit manchem anderen Mann. Da sprach die Königstochter, und man sieht, wie das Protokoll auch hier funktioniert, sie ist nun die Zweite, nicht mehr die Erste im Lande, das heißt, sie fragt, wie sie sich zu verhalten hat, sie fragt ihren Herrn, da sprach die Königstochter, »Herr König, wollt mir sagen, soll ich die Gäste grüßen oder ihnen Gruß versagen?« Er sprach, »Ihr sollt entgegen ihnen vor dem Palast gehen, ob ihr sie gerne sehet, daß sie das wohl verstehen.« Da tat die Königstochter, wie ihr der König riet. Und nun ein ganz merkwürdiger Vers, der auch wieder aus ältesten Schichten in einen Zusammenhang hineinragt, innerhalb dessen er fremd ist und sich nicht verstehen läßt. Sie fritten mit dem Große, sie von den Anderen schiert. Sie grüßt Siegfried anders als die Anderen. Das deutet auf eine frühere Begegnung hin. Siegfrieden mit dem Große, sie von den Anderen unterschiert. Herberge gab man ihnen und wahrte ihr Gewand. Da waren so viele Gäste gekommen in das Land, daß sie sich allenthalben drängten mit den Scharen. Da wollten heim die Kühnen zu den Burgunden fahren. Da sprach die Königstochter, also Brunnhild, dem blieb ich immer hold, der zu verteilen wüßte, mein Silber und mein Gold, meinen Gästen und des Königs, des ich so viel gewann. Zur Antwort gab ihr Dankwart des kühnen Giesel, Herr Mann, viel edle Königstochter, laßt mich der Schlüssel pflegen. Ich will es so verteilen, sprach der kühne Degen, wenn ich mir Schand erwerbe, die treffe mich allein. Daß er milde wäre, das leuchtete da wohl ein, daß er also großmütig, großzügig verteilen konnte, milde. Als sich Hagensbruder der Schlüssel unterwand, so manche reiche Gabe bot des Helden Hand. Wer einer Mark begehrte, dem ward so viel gegeben, daß die Armen alle da in Freuden mochten leben. Wir müssen uns erinnern, die Mark ist im Mittelalter eine Gewichtseinheit, mehr oder minder, ein halbes Pfund, 250 Gramm, und kann also Gold meinen und kann Silber meinen. Wohl an die hundert Pfunde gab er ohne Wahl. Da ging in reichem Kleide mancher aus dem Saal, der nie zuvor im Leben so hergewandt noch trug. Die Königin erfuhr es, da war es ihr Leid genug. Sie sprach zu dem König, das hätte ich gerne Rat, daß nichts mir soll verbleiben von meinem Kleiderstaat vor eurem Kämmerlinge. Er verschwendet all mein Gold. Wer dem noch widerstände, dem wollte ich immer bleiben, holt. Er gibt so reiche Gaben, der Degen wähnet eben, ich habe nach dem Tode gesandt. Ich will noch leben und kann wohl selbst verschwenden meines Vaters gut. Gut, nie hat einer Königin Kämmerer so milden Mut. Also nie hatte eine Königin einen Schatzverwalter, der so großzügig handelte. Da sprach von Tronje Hagen, Frau, euch sei bekannt, der König vom Reine hat Gold und Gewand zu geben solche Fülle, daß es nicht Not ihm tut, von hier hinweg zu führen ein Teil von Brünnhilds Gut. Nein, wenn ihr mich liebet, sprach sie zu dem Herrn, zwanzig Reiseschreine füllte ich mir gern mit Gold und mit Seide, das soll meine Hand verteilen, so wir kommen hinüber in Burgundenland. Immer wieder spielt dem Nibelungenlied das eine große Rolle, daß der materielle Besitz Macht verleiht und bewahrt werden muß, gespart werden muß, genutzt werden muß, um Macht zu erwerben, Macht auszuteilen, Macht zu demonstrieren. Da lud man ihr die Kisten mit edelm Gestein. Der Frauen Kämmerlinge mußten zugegen sein, sie wollte es nicht vertrauen, Geselhers Untertan, eben jenem Dankwort, der ihr gut zueben verschwendet hatte. Gunther und Hagen darauf zu lachen begann, da sprach der Königstochter, Wem laß ich nun mein Land? Das soll hier erst bestimmen mein und eure Hand. Da sprach der edle König, so rufet wen herbei, der euch dazu gefalle, daß er zum Vogt geeignet sei. Ihre nächsten Freunde einen, die Jungfrau bei sich sah. Es war ihr Mutterbruder, zu dem begann sie da. Nun laßt euch sein befohlen, die Burgen und das Land, bis seine Amtleute der König Gunther gesandt. Aus dem Gesinde wählte sie zweitausend Mann, die mit ihr fahren sollten, gen Burgund hindern, mit jenen tausend Recken aus Nibelungenland. Sie schickten sich zur Reise, man sah sie reiten nach dem Strand. Sie führten mit von dannen sechsundachtzig Frauen, und dazu wohl hundert Mägdelein, die waren schön zu schauen. Sie säumten sich nicht länger, sie eilten nun hin dann, die sie zu Hause ließen, wie manche hub zu weinen an. In höfischen Züchten räumte die Frau ihr Land, die nächsten Freunde küssend, die sie bei sich fand. Mit gutem Urlaube kamen sie aufs Meer. Ihres Vaters Lande sah die Jungfrau nimmermehr. Auf ihrer Fahrt ertönte vielfaches Freudenspiel. Alle Kurzweile hatten sie da viel. Auch hob sich zu der Reise der rechte Wasserwind. Sie fuhren ab vom Lande, das beweinte mancher Mutterkind. Doch wollte sie den König nicht lieben auf der Fahrt. Ihre Kurzweil wurde bis in sein Haus gespart, zu Worms in der Feste, zu einem Hof gelag, dahin mit ihren Helden, sie fröhlich kamen hernach. Die neunte Aventüre berichtet einen an sich unbedeutenden Vorgang und sie tut es redselig. Siegfried wird vorausgeschickt nach Worms als Künder guter Botschaft. Da sie gefahren waren, voll neun Tage, da sprach von Tronje Hagen, nun höret, was ich sage. Wir säumen mit der Kunde nach Worms an den Rhein. Nun sollten eure Boten schon bei den Burgunden sein. Da sprach König Gunther, ihr redet recht daran. Auch hätt uns wohl niemand die Fahrt so gern getan als ihr Selbstfreund Hagen. Nun reitet in mein Land. Unsere Hofreise macht niemand besser da bekannt. Darauf entgegnet Hagen, »Ich bin kein Bote gut. Lasst mich der Kammer pflegen, bleiben auf der Flut, will ich hier bei den Frauen behüten, ihr Gewand, bis daß wir sie bringen in der Burgundenland. Nein, bittet Siegfrieden um die Botschaft dahin. Der mag sie wohl verrichten mit zuchtreichem Sinn. Versagt er euch die Reise, ihr sollt mit guten Sitten bei eurer Schwesterliebe um die Fahrt ihn freundlich bitten.« Er sandte nach dem Recken, der kam, als man ihn fand. Er sprach zu ihm, »Wir nahen uns schon meinem Land. Da sollt ich Boten senden, der lieben Schwester mein und auch meiner Mutter, daß wir kommen an den Rhein. So bitte ich euch, Herr Siegfried, erfüllet mein Begehr. Ich will's euch immer danken, so sprach der Degen hier. Da weigerte sich Siegfried, dieser kühne Mann, bis ihn König Gunther sehr zu flehen begann. Er sprach, »Ihr sollt reiten, um den Willen mein, dazu auch um Kriemhild, das schöne Mägdelein, daß es mit mir vergelte, die herrliche Maid.« Das war das Stichwort. Als Siegfried das hörte, da war der Recke bald bereit. »Entbietet, was ihr wollet, es soll gemeldet sein. Ich will es gern bestellen, um das schöne Mägdelein, die ich im Herzen trage. Verzichtet ich auf die? Leisten will ich alles, was ihr gebietet um sie.« So sagt meiner Mutter, Ute der Königin, daß ich auf dieser Reise hohes Mutes bin. »Wie wir geworben haben, sagt meinen Brüdern an. Auch unseren Freunden werde diese Meere kundgetan.« Und, Gunther weiter, »Ihr sollt auch nichts verschweigen, der schönen Schwester mein. Ich wollt ihr mit Brunnhilden stets zu Diensten sein.« So sagt auch dem Gesinde und wer mir untertan, was je mein Herz sich wünschte, daß ich das alles gewann. Und sagt auch Ort Wien dem lieben Neffen mein, daß er Gestühl errichtet zu Worms bei dem Rhein, den Mannen auch und Freunden, sei es kundgetan, ich stelle mit Brunnhilden eine große Hochzeit an. Und bittet meine Schwester, wärt ihr das bekannt, daß ich mit meinen Gästen gekommen sei ins Land, daß sie dann wohl empfange, die liebe Frau mein. So wollt ich Kriamhilden stets zu Dienst erbütig sein.« Soweit Gunters Rede an Siegfried, die Botschaft. »Da bat er bei Brunnhilden und ihrem Ingesind alsbald um den Urlaub. Siegfried, Sigmunds Kind, wie es ihm geziemte, da ritt er an den Rhein. Es konnte in allen Landen ein besserer Bote nicht sein. Wir stehen in der neunten Aventüre. Sie ist eine Botengeschichte. Siegfried ist als Bote von Gunter an den Rhein geschickt worden, vorausgeschickt worden. Das Schiff mit Brunnhild und den tausend Nibelungenrittern und mit Brunnhilds Damen und mit dem stolzen, jungen Ehemann Gunter kommt hernach. Ich setze wieder ein. Siegfried ist mit 24 Recken nach Worms geschickt worden. Wieder einmal kommt er also als Recke an, freilich mit der doppelten Zahl von Begleitern wie ursprünglich. Sie stiegen von den Rossen und trugen hohen Mut. Da kam alsbald Herr Giselher, der junge König Gut, und Gernot, sein Bruder. Wie hurtig sprach er da, als er den König Gunter nicht bei Siegfrieden sah. Willkommen, Herr Siegfried. Ich bitte, sagt mir an, wo habt ihr meinen Bruder den König hingetan? Brunnhildens Stärke hat ihn uns wohl benommen, so wäre uns sehr zu Schaden ihre hohe Minne kommen. Die Sorge, lasst fahren euch, und den Freunden seinend bietet seine Dienste der Heergeselle mein. Ich verließ ihn wohlgeborgen. Er hat mich euch gesandt, daß ich sein Bote würde mit mehreren Heer in euer Land. Nun helft mir es fügen, wie es auch geschehe, daß ich die Königin Ute und eure Schwester sehe, auf die kommt es ihm natürlich vor allen an, die soll ich hören lassen. Was ihr zu wissen, tut Gunter und Frau Brunnhild, um sie beide steht es gut. Da sprach der junge Giselherr, so sprecht bei ihnen an. Da habt ihr meiner Schwester einen Liebesdienst getan. Sie trägt noch große Sorge um den Brudermein. Die Maid sieht euch gerne, dafür will ich euch Bürge sein. Gerne ist viel zu schwach. Wenn es Mittelhochdeutsch heißt, die Maid seht euch gerne, dann heißt es, sie begehrt euch zu sehen. Da sprach der Degen Siegfried, wo ich hier dienen kann, das soll immer treulich und willig sein getan. Wer sagt nun, daß ich komme, den beiden Frauen an? Da warb die Botschaft Giselherr, dieser weidliche Mann. Giselherr, der Junge, sprach zu der Mutter da und auch zu seiner Schwester, als er die beiden sah. Uns ist gekommen Siegfried, der Held aus Niederland. Ihn hat mein Bruder Gunter her zum Reine gesandt. Er bringt uns die Kunde, wie es um den König steht. Nun sollte ihm erlauben, daß er zu Hofe geht. Er bringt die rechten Mähren uns her von Island. Noch war den edlen Frauen große Sorge nicht gewandt. Sie sprangen nach dem Staate, das heißt also nach der Kleidung, nicht wahr, und kleideten sich drein und luden Siegfrieden nach Hof zu kommen ein. Das tat der Degen williglich, weil er sie gerne sah. Kriemhild, die Edle, sprach zu ihm in Güte da, »Willkommen, Herr Siegfried!« Ritter Lobbelich, ein Ritter ohne gleich. »Wo blieb mein Bruder Gunter, der edle Königreich?« »Durch Brunnhilds Stärke fürchtig ging er uns verloren.« »Wo weh mir, armen Mägdelein, daß ich je ward geboren?« Sie merken, wie bewusst hier das Spannungsmoment aufgebaut ist. Siegfried ist ja schon mit seinen Leuten eine ganze Zeit da, und im Grunde kann man wissen, was geschah. Nein, es wird erst jetzt offenbart. Da sprach der kühne Ritter, »Nun gebt mir Botenbrot!« Ihr zwei schönen Frauen weinet ohne Not. »Ich verließ ihn wohlgeborgen, das tue ich euch bekannt. Sie haben mich euch beiden mit der Meere hergesandt.« »Mit freundlicher Liebe, viel edler Herren mein, entbietet euch seine Dienste er und die Herren sein. Nun laßt euer weinen, sie wollen balde kommen.« Sie hatten lange Tage so liebe Meere nicht vernommen. Mit schneeweißem Kleide aus Augen wohlgetan wischte sie die Tränen. Zu danken huben sie an dem Boten dieser Meere. Die ihr war gekommen. Ihr war die große Trauer und auch ihr Weinen benommen. Sie hieß den Boten sitzen, das war er gern bereit. Da sprach die Minnegliche, »Es wäre mir nicht leid, wenn ich euch geben dürfte, zum Botenlohn mein Gold. Dazu seid ihr zu vornehmen. So bleib ich sonst, denn euch hold.« »Und würden dreißig lande,« sprach er mein genannt, »so empfing ich Gabe doch gern aus eurer Hand.« Da sprach die Wohlgezogene, »Wohl an, es soll geschehen.« Da hieß sie ihren Kämmerer nach dem Botenlohne gehen. Vierundzwanzig Spangen mit Edelsteinen gut gab sie ihm zum Lohne. So stund des Heldenmut, er wollte es nicht behalten. Er gab es unverwandt ihren schönen Meiden, die er in der Kammer fand. Ihre Dienste bot ihnen die Mutter gütlich an. »Ich soll euch ferner sagen,« sprach der kühne Mann, »um was der König bittet,« gelangte er an den Rhein. »Wenn ihr das, Frau, leistet, er will euch stets gewogen sein. Seine reichen Gäste, und das ist sein Begehr, sollt ihr wohl empfangen. Auch bittet er euch sehr, entgegen ihm zu reiten, vor Worms ans Gestad. Das ist's, warum der König euch in Treuen gebeten hat.« »Das will ich gern vollbringen,« sprach die schöne Magd. »Worin ich ihm kann dienen, das ist ihm unversagt. Mit freundlicher Treue wird all sein Wunsch getan.« Da mehrte sich die Farbe, die sie vor Freude gewann. Also sie errötet. »Nie sah man Fürstenboten besser wohl empfahnen. Wenn sie ihn küssen durfte, sie hätte es gern getan. Wie minniglicherweise er von den Frauen schied. Da taten die Burgunden, wie da Siegfried ihnen riet. Sindold und Huhnold und Ruhmold der Degen, große Unmuße mußten sie da pflegen, als sie die Sitze richteten vor Worms an dem Strand. Die Schaffner des Königs waren sehr beflissend davon. Ortwin und Gere säumten auch nicht mehr. Sie sandten nach den Freunden, allwärts umher, die Hochzeit anzusagen, die da sollte sein. Der zierten sich entgegen viel der schönen Mägdelein. Also schmückten sich entgegen. Der Palast und die Wände waren allzumal verziert der Gäste wegen. König Gunters Saal ward herrlich ausgerüstet für manchen fremden Mann. Das große Hofgelage mit hohen Freuden begann. Da ritten allenthalben die Wege durch das Land der drei Königenfreunde. Die hatte man besandt, die Gäste zu empfangen, die da sollten kommen. Da wurden aus dem Einschlag viel reicher Kleider genommen, also aus den Tüchern, in die die Kleider eingeschlagen waren. Bald brachte man die Kunde, daß man schon reiten sah, Brünnhilds Gefolge. Gedränge gab es da von des Volkes Menge in Burgunden Land. Hei, was man kühner Degen da zu beiden Seiten fand! Da sprach die schöne Kriemhild, Ihr, meine Mägdelein, die bei dem Empfange mit mir wollen sein, die suchen aus den Kisten ihr allerbest Gewand. So wird uns Lob und Ehre von den Gästen zuerkannt. Da kamen auch die Recken und ließen vor sich her schöne Sättel tragen, von rotem Golde schwer, daß drauf die Frauen ritten, von Worms an den Rhein. Besser Pferdgeräte konnte wohl nimmer sein. Wie warf da von den Meeren den Schein das lichte Gold? Viel Edelsteine glänzten von den Zäumen hold, die goldenen Schemel auf lichtem Teppich gut brachte man den Frauen, sie hatten fröhlichen Mut. Die Frauenpferde standen auf dem Hof bereit, zählt also, wie gemeldet wurde, für manche edle Maid. Die schmalen Brustriemen sah man die Pferde tragen von der besten Seide, davon man je hörte sagen. Und wir kennen ja schon unseren Dichter, er wütet, jedenfalls er badet, mit Wolllust in Samt und Seide und Gold und Edelgestein und so auch hier bei dem gegebenen Anlass des Empfangs von Brünnhild und Gunther und ihrem Gefolge. Es endet diese Aventüre mit »Als die Mündiglichen nun trugen ihr Gewand, die sie da führen sollten, die kamen unverwandt, die hochgemuten Recken in großer Zahl daher. Man bracht auch hin viel Schilde und manchen erschönen Speer.« Die zehnte Aventüre bringt den zweiten Betrug an Brünnhild, also den Brautnachtbetrug. Siegfried fordert nach dem festlichen Empfang in Worms, nach dem festlichen Empfang Brünnhilds und ihrer Leute und nach prunkvollen Spielen, da fordert er den vertraglich ausgemachten Lohn. Zu Gunther er sprach zu ihm »Gedenket, mir schwor eure Hand, wenn wir Frau Brünnhilden brächten in dies Land, ihr gebt mir eure Schwester. Wo blieb nun der Eid? Ihr wißt, bei eurer Reise war keine Mühe mir leid.« Das klingt fast erpresserisch. Da sprach der Wirt zum Gaste, »Recht, daß ihr mich mahnt. Ich will den Eid nicht brechen, den ich schwur mit Mund und Hand. Ich helf es euch fügen, so gut es mag geschehen.« Da hieß man Grimhilden, »Zu Hof, vor den König gehen.« Nun folgt die Zeremonie der Eheschließung. Entscheidend ist nach mittelalterlichem Recht, nach germanischem Recht die Verlobung. Die Eheschließung ist dann gewissermaßen nur noch die folgende Konsequenz. Strophe 614 Von lieber Augen blicken ward Siegfrieds Farbe rot. Zu Diensten sich der Recke Frau Grimhilden bot. Man ließ sie miteinander in einem Kreise stehen und frug sie, ob sie wolle diesen Recken ausersehen. Also ein Kreis wird gebildet, das nennen wir den Umstand. Und es folgt das wechselseitige Ja-Wort. Scheu wie Mädchen pflegen schämte sie sich ein Teil. Jedoch war Siegfrieden so günstig Glück und Heil, daß sie nicht verschmähen wollte seine Hand. Auch versprach sich ihr zum Manne der edle Held von Niederland. Es folgt ein Festmahl, natürlich folgt ein Festmahl, und jetzt wird der Knoten der Tragik langsam geschürzt. 618 Der König saß zu Tische bei Brünnhild der Maid. Da sah sie Krimhilden, nichts war ihr Jesu leid, bei Siegfrieden sitzen. Zu weinen hub sie an, daß ihr manch heiße Träne über lichte Wangen ran. Jetzt geht furchtbar die Saat der Dienstmann Lüge auf. Durchbrechung von Standes Grenzen ist die Durchbrechung von gottgewollten Grenzen. Da sprach der Wirt des Landes, »Was ist »Was ist Frau mein, daß ihr so trüben lasset lichter Augenschein? Ihr solltet recht euch freuen, euch ist untertan, mein Land und meine Burgen und mancher weidliche Mann. Recht weinen sollt ich »Ich eher«, sprach die schöne Maid, »deiner Schwester wegen trag ich Herzeleid, ich seh sie sitzen neben dem Eigenholden dein. Wohl muß ich immer weinen, soll sie so erniedrigt sein.« Die Vermischung sozialer Ordnung ist ein Verstoß gegen die Weltordnung. Gunther weicht feige aus, da sprach der König Gunther, schweigt davon jetzt still, da ich euch ein andermal die Kunde sagen will, warum meine Schwester Siegfrieden ward gegeben, wohl mag sie mit dem Recken alle Zeit in Freuden leben. Brünnhild »Mich jammern immer ihre Schönheit ihre Zucht. Wüßt ich, wohin ich sollte, ich nehme gern die Flucht und wollt euch nimmer eher nahe liegen bei, bis ich wüßte, weshalb Kriemhild die Braut von Siegfrieden sei. Da sprach König Gunther »Ich mach's euch bekannt, er hat selber Burgen wie ich und weites Land, das dürft ihr sicher glauben, er ist ein König reich, drum gönne ich ihm zum Weibe die schöne Magd ohne gleich. Was ihr der König sagte, traurig blieb ihr Mut. Da erhellte von den Tischen mancher Ritter gut, das Kampfspiel ward so heftig, daß rings die Burg erklang. Dem Wirt bei seinen Gästen ward die Weile viel zu lang, er giert nach der Hochzeitsnacht, er dacht, er läge sanfter der schönen Frauen bei. Da freilich wird er sich irren. Die Brautnacht bringt eine Katastrophe und ist die Vorbereitung zur endlichen Katastrophe. Der Dichter neigt zur Lust der burlesken Schilderung, aber diese burleske Schilderung übertüncht nur oberflächlich das Schreckliche, nämlich die Demontage eines Herrschers als des Mannes. Das Brautgemach Das Licht begann zu bergen des edlen Königshand, also er macht die Kerzen aus. Das Licht begann zu bergen des edlen Königshand. Hinging der kühne Degen, wo er die Jungfrau fand. Er legte sich ihr nahe. Seine Freude, die war groß, als die Minigliche der Held mit Armen umschloß. Minigliches Kosen möchte er da viel begehen, ließe das willig die edle Frau geschehen, doch zirnte sie gewaltig, den Herrn betrübte das. Erwähnt er fände Freude, da fand er feindlichen Hass. Brünnhild kann ihm nicht gehören, es gibt nichts Richtiges im Falschen, die Verhältnisse müssen erst klar sein. Sie sprach, edler Ritter, laßt euch das vergehen, was ihr da habt im Sinne, das kann nicht geschehen. Ich will noch Jungfrau bleiben, Herr König, merkt euch das, bis ich die mehr erfahre. Da faßte Gunther ihr Hass. Er rang nach ihrer Minne und zerraufte ihr Kleid. Da griff nach einem Gürtel die herrliche Maid einer starken Borte, die sie um sich trug. Da tat sie dem König großen Leides genug, die Füße und die Hände sie ihm zusammenband, zu einem Nagel trug sie ihn und hing ihn an die Wand, als er im Schlaf sie störte. Sein Minnen sie verbot, von ihrer Stärke hätt er beinahe gewonnen den Tod. Da begann zu flehen, der der Meister sollte sein. Nun löst mir die Bande viel edle Frau mein, ich getraue euch schöne Herren, doch nimmer ob zu siegen und will auch so nahe bei euch liegen. Sie frug nicht, wie ihm wäre, da sie in Ruhe lag. Dort mußt er hangen bleiben, die Nacht bis an den Tag, bis der lichte Morgen durchs Fenster warf den Schein. Hat er je Kraft besessen, die ward an seinem Leibe klein. Und nun das feine Salz weiblicher Schaden Freude am Morgen. Nun sagt mir, Herr Gunther, ist euch das etwa leid, wenn euch gebunden finden, sprach die schöne Maid, eure Kämmerlinge von einer Frauenhand. Da sprach der edle Ritter, das wird euch übel gewandt. Auch wär mir's wenig Ehre, sprach der edle Mann, bei eurer Zucht und Güte nehmt mich nun bei euch an und ist euch meine Minne, denn so mächtig leid, so will ich nie berühren mit meiner Hand euer Kleid. Da löste sie den König, daß er nicht länger hing. Wieder an das Bette, er zu der Frauen ging. Er legte sich so ferne, daß er ihr Hemde fein nicht oft danach berührte. Auch wollte sie des ledig sein. Niemand hat etwas von dieser schauerlichen komischen Tragödie bemerkt. Am nächsten Morgen der feierliche Kirchgang und der Bräutigam Siegfried, der nun eine heitere Hochzeitsnacht hinter sich gehabt haben mag, der erkundigt sich. 648 Gunther und Siegfrieden ungleich stand der Mut. Wohl wußte, was ihm fehlte, der edle Ritter gut. Da ging er zu dem König zu fragen, er begann, wie ist's euch gelungen, die Nacht, das saget mir an. Gunther gibt sich preis, da sprach der Wirt zum Gaste, den Schimpf und den Schaden hab ich an meiner Frau in mein Haus geladen, ich wähnte sie zu minnen, schnell sie mich da band, zu einem Nagel trug sie mich und hing mich hoch an die Wand, da hing ich sehr in Ängsten die Nacht bis an den Tag, ehe sie mich wieder löste, wie sanft sie da lag, das seid ihr in der Stille geklagt in Freundlichkeit. Da sprach der starke Siegfried, das ist in Wahrheit mir leid, das will ich euch beweisen, verschmerzt ihr den Verdruss, ich schaffe, daß sie heute Nacht so nah euch liegen muß, daß sie euch ihre Minne nicht länger vorenthält. Die Rede hörte gerne nach seinem Leide der Held. Da sprach der starke Siegfried, es wird noch alles gut, uns beiden war wohl ungleich heute Nacht zumut, mir ist deine Schwester wie Leben lieb und Leib, so muß nun auch Frau Brünnhild noch heute werden dein Weib, ich komme heute Abend zu deinem Kämmerlein also wohl verborgen in der Tarnkappe mein, daß sich meiner Künste niemand mag versehen, laß dann die Kämmerlinge zu ihren Herbergen gehen, so lösche ich den Knappen die Lichter an der Hand, daß ich sei darinnen, sei dir dadurch bekannt und daß ich gern dir diene, so zwing ich dir dein Weib, daß du sie heute mindest, ich verlor dein Leben und Leib. Nun aber entscheidend natürlich die Bedingung, Siegfried muß versprechen, Brünnhild zwar zu bewältigen, aber nicht zu deflorieren, 655, wenn du sie nicht mindest, der König sprach da so, meine liebe Frau des Anderen bin ich froh, was du auch tust und nimmst du Leben ihr und Leib, das wollte ich wohl verschmerzen, sie ist ein schreckliches Weib. Also töten dürfte er seine Frau, nur zum Weibel machen darf er sie nicht. 656, das nehme ich, sprach da Siegfried, auf die Treue mein, daß ich sie nicht berühre. Die liebe Schwester dein geht mir über alle, die ich jemals sah. Wohl glaubte König Gunther, der Rede Siegfried und nun folgt also der zweite Betrug an, Brünnhild, schäbiger noch als der erste, sie wird betrogen um ihre Eigenpersönlichkeit, sie wird die Ehrlichkeit schlechthin es, dem Listigen, dem Betrüger anheim gegeben. In der Nacht nun wieder ein furchtbarer Ringkampf, auch Siegfried tut sich schwer, es wehrte lang dem König, bis Siegfried sie bezwang. Sie drückte seine Hände, Siegfrieds Hände, daß aus den Nägeln sprang das Blut von ihren Kräften, das war dem Helden Leid, bald zwang er zu verleugnen, diese herrliche Maid, den ungestümen Willen, den sie erst dargetan. Also der unsichtbare Siegfried gewissermaßen in der Gestalt Gunters besiegt sie, erledigt sie. Da griff sie nach der Hüfte, wo sie die Borte fand, und dachte, ihn zu binden, doch wehrte seine Hand, daß ihr die Glieder krachten, dazu der ganze Leib. Da war der Streit zu Ende, da wurde sie Gunters Weib. Sie sprach, edler König, nimm ihres Leben nicht, was ich dir tat zuleide, vergüt' ich dir nach Pflicht, ich wehre mich nicht wieder, der edlen Minne dein, ich hab es wohl erfahren, daß du magst Frauen Meister sein. Und nun macht Siegfried, wir haben ja längst gemerkt, er ist spontan, er ist impulsiv, aber denken, nachdenken, kritisch analysieren, das ist seine Stärke nicht, nun begeht er eine klägliche Dummheit, er nimmt sich Trophäen mit. 679 Unsichtbar, wie er nach wie vor ist. Aufstand da Siegfried, liegen blieb die Maid, als Dächte abzuwerfen, eben nur das Kleid, er zog ihr vom Finger ein Ringlein von Gold, so daß es nicht gewahrte, die edle Königin holt, auch nahm er ihren Gürtel eine Borte gut, ich weiß nicht, geschah es aus hohem Übermut, er gab ihn seinem Weibe, das ward ihm später leid. Da lagen beieinander der König und die schöne Maid. Also auch der Dichter ist ratlos, warum Siegfried diese übermütige Tat begeht. Und Gunther vollzieht die Ehe, er flagt der Frauen Minniglich, wie es geziemend war, Scham und Zorn verschmerzen mußte sie da gar, von seinen Heimlichkeiten ihre lichte Farbe erblich, ach, wie von der Minne die große Kraft ihr entwich. Siegfrieds Trophäen werden von furchtbaren Folgen sein, für das Mittelalter sind Symbole von eindeutiger Aussagekraft, sie stehen für die Realität dessen, was sie bezeichnen. Nun also ist Brünnhild die Frau Gunthers geworden. Da war auch sie nicht stärker als ein Anderweib. Minniglich umfing er ihren schönen Leib. Wenn sie noch widerstände, was könnte sie verfahren? Das hat ihr alles Gunther mit seinem Minden getan. Es folgt das vierzehntägige Hochzeitsfest, Doppelhochzeitsfest, ausschweifend geschildert. Und dann muss man Abschied nehmen. Die Elfte, die Zwölfte, die Dreizehnte Aventüre sind Randpartien. Sie schildern die Fahrt des jungen Königspaares Siegfried Kriemhild nach Xanten in sein Reich. Und nun geben nach der geziemenden Zeit Brünnhild und Kriemhild je einem Sohn das Leben. In schöner Entsprechung nennt Brünnhild ihren Sohn Siegfried und Kriemhild ihren Sohn Gunther Diese beiden Söhne übrigens verlieren sich ohne Spur hinterlassen keine Spuren im Geflecht der großen Dichtung mehr. Kriemhild und Siegfried die besuchen erneut dann den Hof zu Worms. Der Anlass ist natürlich ein großes Fest und Brünnhild erinnert Gunther daran dass Siegfried doch sein Lehnsträger ist also verpflichtet sei zum Dienst. Die 13. Aventüre schildert wie sich Siegfried Kriemhild nun auf die Reise machen mit ihrem Gefolge. Sie beginnt mit der Strophe Alle ihr Unburse lassen wir nun sehen und sagen wir Frau Kriemhild und ihr Maggedin hingehen Rene fuhren von Nibelungenland Niergetrurgen Meere so mannig herrlich gewand Also all ihr Bemühen lassen wir nun sein und sagen wie Frau Kriemhild und ihre Mägdelein hin zum Rheine fuhren von Nibelungenland Niemals Truben 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 Nun Nun also das große Fest Es währt bis zum elften Tag Der elfte Tag aber bringt Schlimmes und er trägt das Ende aller Tage in sich Er bringt den Streit der Königinnen In der altnordischen Überlieferung heißt das die Senna Vierzehnte Aventüre Wir der Königinnen einander schulten Also wie sie sich stritten einander schulten Vor einer Vesper ziehte Hurt sich groß Ungemach Das von Mannigen Recken Uf dem Hofer geschach Sie pflagen Ritterschäfte Durch Kurz wie Le Wahn Du Lier von dadurch Schaufen Mann wieb Unde Mann Es war vor einer Vesper Als man den Schall vernahm der von manchem Recken auf dem Hofe kam Sie stellten Ritterspiele der Kurzweil Willen an Da eilten es zu schauen Frauen viel und mancher Mann Und nun ganz aus heitem Himmel wirklich wie ein Blitz Der Männer Vergleich 815 Da saßen beisammen die Königinnen reich und gedachten zwei Recken Die waren ohne gleich Da sprach die schöne Kriemhild Ich hab einen Mann dem wären diese Reiche alle billig untertan Da sprach zu ihr Frau Brünnhild Wie könnte das wohl sein Wenn anders Niemand niemand lebte als er und du allein So möchten ihm die Reiche wohl zu Gebote stehen Solange Gunther lebte So könnte es nimmer geschehen Aber wieder so steht so steht ihm doch voran Gunther der Recke Der edle Bruder dein Der muss vor allen Königen Das wisse du wahrlich sein Der Streit hat die dramaturgische Funktion den Werbungsbetrug zu enthüllen denn er spielt ja an auf den Dienstmann Vorgang und er hat die dramaturgische Funktion dieser Streit den daraus folgenden Mordplan zu entwerfen Dieser Streit vollzieht sich in vier Akten mit großer geballter Dramatik Das Drama steuert auf die unheilvolle Dienstmann Lüge zu 819 Da sprach Grimhild wieder So wird ist mein Mann daß er ohne Grund nicht solch Lob von mir gewann An gar manchen Dingen ist seine Ehre groß glaubst du das Brünnhild Er ist wohl Gunthers Genoss Er ist Wollgunthers Genoss das heißt er ist ihm ebenbürtig Nun Brünnhild Das sollst du mir Grimhild im Argen nicht verstehen Es ist doch meine Rede nicht ohne Grund geschehen Ich hört es beide sagen als ich zuerst sie sah und als des Königs Willen in meinen Spielen geschah und da er meine Minne so ritterlich gewann da sagt es Siegfried selber Er sei des Königs Mann Drum halt ich ihn für eigen Ich hörte es ihn gestehen Da sprach die schöne Grimhild So wär mir übel geschehen Wir hätten so geworben die edlen Brüder mein daß ich des Eigen Mannes Gemahl sollte sein Darum will ich Brünnhild gar freundlich dich bitten Lass mir zulieb die Rede hinfort mit gütlichen Sitten Die Königin versetzte sie lassen mag ich nicht Wie tät ich auf so manchen Ritter wohl verzicht der uns mit dem Degen zu Dienst ist untertan Grimhild die Schöne hub da sehr zu zürnen an dem mußt du wohl entsagen daß er in der Welt der Irgend Dienste leiste werter ist der Held als mein Bruder Gunther der Degen und verzagt erlasse mich der Dinge die du mir jetzt so gesagt auch muß mich immer wundern wenn er dein Dienstmann ist und ob du uns beiden so gewaltig bist warum er dir so lange den Zins vergessen hat deines Übermutes wäre ich billig nun satt der Streit gipfelt in einer Rangprobe wieder geht es nicht um theoretische Analysen und Explikationen sondern um einen Vorgang um ein Bild das ist mittelalterlich gedacht und der Nibelungenlied Dichter ist ein Dichter des Mittelalters Du willst dich überheben sprach da die Königin Wodan ich will doch schauen ob man dich fürderhin so hohen Ehren halte als man mich selber tut Die Frauen waren beide in sehr zornigem Mut da sprach wieder Kriemhild das wird dir wohl bekannt da du meinen Siegfried dein Eigen hast genannt so sollen heut die Degen der beiden Könige sehen ob ich vor der Königin wohl zur Kirche dürfe gehen es handelt sich hier nicht um irgendeine periphere läppische protokollarische Frage sondern das Vortrittsrecht ist Ausdruck gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse Verhältnisse ihrerseits die Welt des mittelalterlichen Handelns Denkens und Fühlens ordnen Kriemhild weiter ich lasse dich wohl schauen daß ich edel bin und frei und daß mein Mann viel werter als der deine sei ich will damit auch selber nicht bescholten sein du sollst noch heute sehen wie die Eigenholde dein Zuhof geht vor den Helden in Burgunden Land ich will höher gelten als man je gekannt eine Königstochter die noch die Krone trug unter den Frauen hob sich der Hass da grimmig genug da sprach Brünnhild wieder willst du nicht eigen sein so mußt du dich scheiden mit den Frauen dein von meinem Ingesinde wenn wir zum Münster gehen in Treuen sprach der Kribhild also soll es geschehen also der jeweilige Hofstaat soll sich von dem anderen trennen damit durch die Vermischung nicht Gleichwertigkeit signalisiert wird nun kleidet euch ihr Meide hub Kribhild an ob ich frei von Schande hier nicht verbleiben kann laßt es heute schauen besitzt ihr reichen Staat sie soll es noch verleugnen was ihr mund gesprochen hat ihnen war das leicht zu raten sie suchten reich gewandt wie bald man da im Schmucke viel Frauen und Meide fand da ging mit dem Gesinde des edlen Königs Gemahl da ward auch wohl geziert die schöne Krimhild zu malen den reichsten Kleiderschmuck also müssen die Damen sich werfen um durch die pracht den Glanz ihrer Ausstattung ihre Macht ihren gesellschaftlichen Anspruch zu bekunden Nun stand vor dem Münster König Gunthers Weib da fanden viel der Ritter genehmen Zeitvertreib bei den schönen Frauen die sie der Namen war da kam auch die fraue Krimhild mit mancher herrlichen Schar Nun kamen sie zusammen vor dem Münster weit die Hausfrau des Königs aus ingrimmen Neid hieß da Krimhilden unwirsch stille stehen es soll vor Königs Weibe die Eigenholde nicht gehen das war die Strophe 838 und natürlich ist die Übersetzung Hausfrau ganz und gar unmöglich das klingt heute kleinbürgerlich und bieder nicht war Hus Frau wer heißt mittelhoch deutsch die Herren des Hauses also Simrock hätte übersetzen müssen nun kamen sie zusammen vor dem Münster weit die Herren des Landes aus ingrimmem Neid hieß da Krimhilden unwirsch stille stehen und jetzt sagt sie es soll vor Königsweibe die Eigenholde nicht gehen und nun bricht unvermittelt die tödliche Beleidigung aus Krimhild heraus da sprach die schöne Krimhild zornig war ihr Mut hättest du noch geschwiegen das wär dir wohl gut du hast geschändet selber deinen schönen Leib mocht eines Mannes Käpse je werden Königs Weib wie möchte Mannes Käpse immer werden Königs Wieb Käpse also Beischläferin eines Mannes Und jetzt furios ausbrechend 840 Brünnhild Wen willst du hier verkepsen sprach des Königs Weib Das tu ich dich sprach Krimhild Deinen schönen Leib hat Siegfried erst gemindet Mein geliebter Mann Wohl war es nicht mein Bruder der dein Magd Tum gewann Wo blieben deine Sinne Es war doch Argelist Was ließest du ihn minnen wenn er dein Dienstmann ist Ich höre dich sprach Krimhild Ohn alle Ursach klagen In Wahrheit sprach der Brünnhild Das will ich Guntern doch sagen Also nicht dass Siegfried als ihr Mann Brünnhild geliebt habe Das scheint Krimhild gleichgültig zu sein Sondern dass er als ein Dienstmann als ein unfreier sie die Königin geliebt habe zur Frau gemacht habe Das ist die Empörung Das ist der schandbare Vorwurf den sie macht brünnhild 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 Ihr 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 wolltet mich verkepsen Laßt uns Beweise sehen Mir ist von euren Reden Das wisset übel geschehen Da sprach die Frau Krimhild Was lasst ihr mich nicht gehen Ich bezeug es mit dem Golde an meiner Hand zu sehen Das brachte mir Siegfried nachdem er bei euch lag Nie erlebte brünnhild wohl einen leidigen Tag Sie sprach Dies Gold das ete das warb mir gestohlen und blieb mir lange Jahre übel verholen Ich komme nun dahinter Wer es hat genommen Die Frauen waren beide in großen Unmut gekommen Da sprach wieder Krimhild Ich will nicht sein der Dieb Du hättest schweigen sollen wäre dir Ehre lieb Ich bezeuge es mit dem Gürtel den ich umgetan Ich habe nicht gelogen Wohl wurde Siegfried dein Mann Ja Wart Min Sie Fried den Mann Mein Siegfried wurde und nun der furchtbare Doppelsinn Da wurde dein Mann im erotisch sexuellen Sinne Er wurde dein Mann im sozialen Sinne Dein Eigen Mann Das heißt Er Siegfried wurde in solchem Sinne nun tatsächlich Da hast du blutige Ironie Brünnhild Da hast du leider recht In solchem Sinne wurde er dein Mann Von Siegfried 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 Leugnen 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 Der Held von Niederland Da war der kühne Siegfried bald hin zu ihnen gesandt Als Siegfried der Degen die Unmutvollen sah und den Grund nicht wußte Bald sprach er da Was weinen diese Frauen Das macht mir bekannt Oder wessen Wegen wurde hier nach mir gesandt Da sprach König Gunther Groß Herzleid fand ich hier Eine Meere sagte mein Weib Frau Brünnhild mir Du habest dich gerühmet Du wärst ihr erster Mann So spricht dein Weib Krimhild Hast du Degen das getan Niemals sprach der Siegfried Und hat sie das gesagt Nicht Eher will ich ruhen bis sie es beklagt und will davon mich reinigen vor deinem ganzen Heer mit meinen Hohneiden Ich sagte solches nimmermehr Da sprach der Fürst vom Rheine Wohlan das zeige mir Der Eid den du geboten geschieht der all hier aller falschen Dinge lasse ich dich ledig gehen Man ließ in einem Ringe stolzen Burgunden stehen also wieder ein Rechtsakt wieder der Umstand Da bot der kühne Siegfried zum Eide hin die Hand Da sprach der reiche König Jetzt hab ich wohl erkannt Ihr seid hieran unschuldig und sollt des ledig gehen Des euch Grimhild zeite das ist nicht von euch geschehen Sehr merkwürdig Siegfried ist bereit zu schwören und er ist ja reinen Gewissens bereit zu schwören denn in der Tat er hat ja Brünnhild nicht zu seiner Frau gemacht in jener betrügerischen Hochzeitsnacht der Betrug war anderer Art und Gunther scheint entweder nicht ganz überzeugt von Siegfrieds Treue oder aber die verworrenen Verhältnisse dieser Hochzeitsnacht die bestimmt waren von Betrug und List die mögen ihn so irritieren dass er in ihrem Zusammenhang keinen Eid mehr will also fällt er Siegfried gewissermaßen in die Hand und sagt mir ist sowohl bekannt über Großunschulde ich will euch Lelle glan des ich min feste zieht dass ihr des nicht habet getan und mit einem banal geklopften Spruch beschließt Siegfried nun die schreckliche die peinliche Szene da sprach wieder Siegfried und kommt es ihr zu gut dass deinem schönen Weibe sie so betrübt den Mut das wäre mir wahrlich außer dermaßen leid da blickten zueinander die Ritter kühn und all bereit wieder Szenenregie wieder die Gäste da blickten zueinander die Ritter kühn und all bereit warum sehen sie sich an sie sehen sich an mit irritiertem blick weil sie nicht begreifen warum Gunther die Eidesleistung verhindert und nun also Siegfrieds Stammtisch Spruch man soll so Frauen ziehen sprach Siegfried der Decken daß sie üppiges Brüche lassen unterwecken verbüht es dienem wie mit der Minentur nicht sam solcher übermührte ich mich wehrlichen schampf das heißt bei Simrock man soll so Frauen erziehen sprach Siegfried der Degen daß sie üppige reden lassen unterwegen verbiet es deinem Weibe ich will es meinem tun solchen Übermutes in Wahrheit schäm ich mich nun die Sache scheint geklärt aber Brünnhild muß Trauer tragen viel schöne Frauen wurden hier im Gespräch entzweit da erzeigte Brünnhild solche Traurigkeit daß es erbarmen mußte den Gunters Lehn von Tronje Hagen sah man zu der Königin da gehen das ist wieder eine Peripetie die Szene schlägt um in der letzten Zeile kommt die Gestalt auf die Königin zu die nun das Geschehen des zweiten Teils die nun Tötung Mord und Rache mitbestimmen wird Hagen also fragt 864 er fragte was ihr wäre da er sie weinend fand sie sagt ihm die mehre er gelobt ihr gleich zur hand daß es büßen sollte der krimhilde Mann oder man treff ihn nimmer unter fröhlichen an also Hagens Motiv sich sofort zur Königin zu bewegen und zu begeben ist natürlich nicht etwa Feindschaft zu Siegfried zu der er bisher keinen Grund hatte sondern ist seine Vasalität seine Treue gegenüber der Königin wenn die Königin weint ist er gehalten sie zu rächen über die Rede kamen Ort Wien und Gernot allda die Herren rieten zu Siegfriedens Tod dazu kam auch Giselherr der schönen Ute Kind das ist ja nun in der Tat überraschend da geht dem Dichter der Atem aus gerade noch haben wir gehört die Szene scheint bereinigt Hagen tritt auf die weinende Brünnhill zu schwört Siegfried möge büßen was er getan oder gesagt hat und dann wird in der nächsten Strophe schon der Tötungsbeschluss gefasst allda die Herren rieten zu Siegfriedens Tod dazu kam auch Giselherr der schönen Ute Kind also der dritte der Königssöhne als er die Rede hörte sprach der Getreue geschwind er wird hier bewusst der Getrüliche genannt nicht wahr ihr vielwackern Helden warum tut ihr das Siegfried verdiente ja niemals solchen Hass daß er darum verlieren leben sollt und leib und leib auch sind es viel Dinge um die wohl zirnet ein Weib und nun kommt Hagens dumpfes Trutzwort auch aus den Klüften ursprüngliche Stoffüberlieferung gewonnen sollt Sollen wir Gauche ziehen hin sprach aber Hagene des haben Glützel Ehre so Gute De Gene daß er sich hat gerühr mit der lieben Frau Min Darum will ich sterben smg im an das Leben ziehen Sollen wir Gauche ziehen also Kuckuge Bastarde oder Bula Sollen wir Bastarde ziehen sprach Hagen entgegen das brächte wenig Ehre solchen guten Degen daß er sich rühmen durfte der lieben Frauen mein ich will des Todes sterben oder es muss gerecht sein da sprach der König selber auch Gunther ist inzwischen dabei da sprach der König selber er hat uns nichts getan als Liebes und Gutes leb er den fortan was sollt ich dem recken hegen solchen Hass er bewies uns immer Treue gar willig licht tat er das anders nun Ort Wien von Metz da begann der Degen von Metz Herr Orte Wein Wohl kann ihm nicht mehr helfen die große Stärke sein will es mein Herr erlauben ich tue ihm alles leid da waren ihm die Helden ohne Grund zu Schaden bereit das das man vorerst auf sich beruhen und nun bricht ein neues Motiv herein nicht mehr das Motiv das gebunden ist an die Schändung der Königin sondern das Macht Motiv nämlich die nächste Strophe 870 heißt dem Rat Ort Wiens von Metz folgte doch niemand außer dass Hagen alle Tage pflegte zu Gunther zu sagen wenn Siegfried nicht mehr lebte ihm würden untertan manches Königs Lande da hub der König zu Trauern an man ließ es bewenden und ging dem Kampf Spiel nach Der König sprach lasst fahren den mordlichen Zorn er ist uns zu Ehren und zum Heil geboren auch ist so grimmer Stärke der wunderkühne Mann wenn er's inne würde so dürfte niemand ihm naht nicht doch sprach da Hagen da dürft ihr ruhig sein wir leiten in der Stille alles sorglich ein Brünnhildens Weinen soll ihm werden Leid immer sei ihm Hagen zu Hass und Schaden bereit da sprach der König Gunther wie möcht es geschehen zur Antwort gibt ihm Hagen das sollt ihr bald verstehen wir lassen Boten reiten her in dieses Land uns offenen Krieg zu künden die die hier niemand sind bekannt dann sagt ihr vor den Gästen ihr wollt mit eurem Lehn euch zur Herfahrt rüsten sieht er das geschehen so verspricht er euch zu helfen dann geht's ihm an den Leib erfahre ich nur die Meere von des kühnen recken Weib Welche Meere die Botschaft die Information an welcher Stelle Siegfried verwundbar ist also diese Kriegslist die List von einem anberaumten angekündigten Krieg die meint Hagen erfinden zu müssen um Siegfried wegzulocken denn am Hofe kann die Mordtat natürlich nicht geschehen letzte Strophe dieser vierzehnten Aventüre der König folgte Leider seines Dienstmanns Rat das heißt der König übel folgte Hagenen sinem Mann so huben an zu sinnen auf Untreu und Verrat eh es wer erkannte die Ritter auserkoren durch zweier Frauen zanken ging da mancher Held verloren Bagen heißt streiten also von zweier Frauen Bagen ward Phil Mannig Held verloren die fünfzehnte und die sechzehnte Aventüre die schildern den Verrat an Siegfried wieder eine Fiktion ein Krieg wird erklärt den es nicht gibt und wollen wollen sie reiten in mein Land da sprach der kühne Degen dem soll Siegfriedens Hand nach allen euren Ehren mit Kräften widerstehen von mir geschieht den Degen was ihnen einst geschehen ihre Burgen leg ich Wüste und da zu ihr Land ehe ich ablasse es sei mein Haupt euer Pfand also Siegfried wie wir ihn kennen spontan reagiert sofort und ist bereit bei dem Kriegszug mächtig mit rein zu hauen und Burgen und Land zu verwüsten nun wohl mir dieser Meere der König sprach da so als wäre er seiner Hilfe allen Ernstes froh tief neigte sich in Falschheit der ungetreue Mann da sprach der Edle Siegfried laßt euch keine Sorge nahen und nun geht also Hagen listig zu Krimhild und entlockt ihr das Geheimnis von Siegfrieds verwundbarer Stelle Sie spricht zu Hagen Lieber Freund Hagen nun hoffe ich ihr gedenkt daß ich euch gerne diene ich hab euch nie gekränkt das komme mir zugute an meinem lieben Mann laßt es ihn nicht entgelten was sich Brunnhilden getan das hat mich schon geräuet sprach das edle Weib auch hat er so zerbläuet zur Strafe mir den Leib daß ich je beschwerte mit Reden ihr den Mut ein König sich vorstellen in seiner Vertrautheit und Heimlichkeit mit seiner Frau Hagen antwortet da sprach er ihr versöhnt euch wohl nach wenig Tagen krimelt liebe Herren nun sollt ihr mir sagen wie ich euch dienen möge an Siegfried eurem Herrn ich gönne es niemand besser und tu es Königin euch gern ich wär ohne alle Sorge sprach das edle Weib daß man ihm im Kampfe Leben nehm und Leib wenn er nicht folgen wollte seinem Übermut so wär immer sicher dieser Degen kühn und gut fürchtet ihr Herren Hagen da begann daß er verwundet werde so vertraut mir an wie soll ich beginnen dem zu widerstehen ihn zu schirmen will ich immer bei ihm reiten und gehen sie sprach du bist mir Sippe so will ich dir es sein ich befehle dir auf Treue den holden Gatten mein daß du mir behütest den geliebten Mann was besser wär verschwiegen vertraute da sie ihm an sie sprach mein Mann ist tapfer dazu auch stark genug als er den Lind Drachen an dem Berge schlug da badet in dem Blute der Degen allbereit daher ihn keine Waffe je versehren mocht im Streit jedoch bin ich in Sorgen wenn er im Kampfe steht und aus der helden Händen mancher Speerwurf geht da ich da verliere meinen lieben Mann ach was ich großer Sorgen oft um Siegfried gewann mein lieber Freund ich melde es nun auf Gnade dir daß deine Treue du bewähren mögst an mir wo man mag verwunden meinen lieben Mann das sollst du nun vernehmen es ist auf Gnade getan als von des Drachen Wunden floß das heiße Blut und sich darin erbadete der kühne Recke gut da fiel ihm auf die Achseln ein Lindenblatt so breit da kann man ihn verwunden das schafft mir Sorgen und Leid mittel hochdeutsch do von des Drachen Wunden floß das heiße Blut und sich darin badete der kühne riet der Gurt do fiel im Zwischen Härte die Schulter Blätter ein Lindenblatt fiel breit da mag man ihn versnieden des hahn ich Sorge und Leid da sprach von Tronje Hagen so näht auf sein Gewand mir ein kleines Zeichen mit eigener Hand wo ich ihn schirmen müsse mag ich daran verstehen sie wähnt ihn so zu retten auf seinen Tod war's abgesehen sie sprach mit feiner Seide nähe ich auf sein Gewand ins Geheim ein Kreuzchen da soll hält deine Hand mir den Mann behüten wenn's ins Gedränge geht da wo in den Stürmen er vor seinen Feinden steht das tue ich sprach der Hagen viel lieber Herren mein wohl wähnte da die Gute sein Nutzen sollte es sein da war hier mit verraten der Krimhilde Mann Urlaub nahm der Hagen da ging er fröhlich hindern der Dienstmann des Königs war froh und wohl gemut gewiß daß solche Bosheit kein Recke wieder tut bis zum jüngsten Tage als da von ihm geschah da sich seiner Treue Krimhild die Königin versah und nun wird der Krieg abgesagt als Hagen nämlich auf Siegfrieds Wappenrock das Zeichen sieht als er sah das Zeichen da schickt er ungesehen andere mehr zu bringen zwei aus seinem Lehn in Frieden sollte bleiben König Gunters Land es habe sie Herr Lüdiger zu dem König gesandt und den Krieg abzusagen nicht wahr wie ungerne Siegfried abließ vom Streit ehe er gerechnet hatte seiner Freunde Leid kaum hielten ihn zurücke die Guntern untertan da ritt er zu dem König dem zu danken begann und nun also nachdem der Krieg abgeblasen wird da wird er wie wir in unserem Jargon sagen würden umfunktioniert umfunktioniert zu einer Jagd denn die Kriegsansage hatte ja nur eine Funktion das Kreuzchen aufs Siegfrieds Waffenhemd zu nähen Nun also da wir uns der Heerfahrt so entledigt sehen so laßt uns nun Bären und Schweine jagen gehen nach dem Odenwalde wie ich oft getan geraten hatte Hagen das dieser ungetreue Mann allen meinen Gästen soll man das nun sagen ich denke früh zu reiten die mit mir wollen jagen die laßt sich fertig halten die aber hier bestehen kurzweilen mit den Frauen das laß ich gerne geschehen mit herrlichen Sitten sprach da Siegfried wenn ihr jagen reitet da will ich gerne mit er will immer mit so sollt ihr mir leihen einen Jägersmann mit etlichen Bracken so reite ich mit euch in den Tann wollt ihr nur einen frug Gunther zu Hand ich leih euch wollt ihr viere denen wohl bekannt der Wald ist und die steige wo viel wildes ist daß ihr des Wegs unkundig nicht ledig wieder heimwärts müßt da ritt zu seinem Weibe der Degen unverzagt derweilen hatte Hagen dem Könige gesagt wie er verderben wolle den herrlichen Degen so großer Untreue sollt ein Mann nimmer pflegen Siegfried nimmt Abschied von Krimhild 918 da ging der kühne Degen hin wo er Krimhild fand schon war aufgeladen das edle Pirs gewand ihm und den Gefährten sie wollten über rein da konnte Krimhild leider nicht zumute sein leider ist kein Adverb sondern ein Komparativ nimmer leider niemals schmerzlicher zumute sein seine trütene kusst er an den Mund seine geliebte küsst er auf den Mund Gott lasse mich dich liebe noch wieder sehen gesund und deine Augen mich auch mit holden Freunden dein kürze dir die Stunden ich kann nun nicht bei dir sein und jetzt schlägt ihr Gewissen wieder einmal war sie ohne Not allzu schwarzhaft da gedachte sie der meere sie durfte es ihm nicht sagen nach der sie haken fragte da begann zu klagen die edle Königstochter daß sie jedes Leben sah ohne maßen weinte des Herren Siegfried frau da sie sprach zu dem Recken lasst euer jagen sein mir träumt heut Nacht von Leide wie euch zwei wilde Schwein über die Heide jagten da wurden blumen blumen daß ich so bitter weine das tut in Wahrheit mir Not wohl muß ich fürchten etlicher verrat wenn man den und jenen vielleicht beleidigt hat die uns verfolgen könnten mit feindlichem Hass bleibt hier lieber Herr mit treuen rat ich euch das ersprach meine liebste ich kehre in kurzer Zeit ich weiß nicht daß hier jemand mir Hass trüg oder neid alle deine Freunde sind insgeheim mir hold auch verdiente ich von den Degen wohl nicht anderlei sollt in seiner überquellenden Naivität formulierte er eine schreckliche Ironie und sie dagegen wieder ahnungsvoll 924 ach nein lieber Siegfried wohl fürcht ich deinen Fall wieder ein vorausdeutender Traum mir träumt heut Nacht von Leide wie über dir zu Tal vielen zwei Berge daß ich dich nie mehr sah und willst du von mir scheiden das geht mir inniglich nah da er er umfing mit armen das tugend rieche wieb das zuchtreiche weib übersetzt simmorg und das klingt natürlich wieder für uns einigermaßen albern mit holden küssen herzt er ihr den schönen leib da nahm er urlaub und schliet in kurzer stund sie ersah ihn leider danach nicht wieder gesund gesund heißt hier lebend da ritten sie von dannen in einen tiefen tannen der kurzweile willen manch kühner ritt das mann folgte guntheren und seinem Hof gesinnt daheim waren verblieben gernot und giselher das kind der dichter lässt sie am hofe damit sie nicht schuldig werden an sigfrieds ermordung manch saumrost zog beladen vor ihnen überrhein das den jagdgesellen das brot trug und den wein das fleisch mit den fischen und vorrat aller art wie sie ein reicher könig wohl haben mag auf der fahrt der in die kleinmalerei verliebte dichter stürzt sich und stürzt uns nun in die details des jagdgetümmels und er lässt hier im waskenwald das sind die bogesen lässt er sogar ein löwen zur beute des jägers siegfried werden erst einmal einen büffel 935 er war also siegfried er war in allen dingen mannhaft genug das erste der tiere die er zu tode schlug war ein starker büffel den traf des helden hand nicht lange darauf der degen einen ungefügen löwen fand als den der hund ersprengte schoss er ihn mit dem bogen und dem scharfen pfeile den er darauf gezogen der löwe lief nach dem schusse nur dreier sprünge lang seine jagdgesellen die sagten siegfrieden dank und dann weiter tiere die wir zum zeil gar nicht kennen einen wiesen schlug er wieder danach und einen elk vier starke auern nieder und einen grimmen schelk so schnell trug ihn die meere das roß das ihm nichts entsprang hinden und hirsche wurden viele sein fang ein großer eber trieb der spürhund auf als der flüchtig wurde da kam in schnellem lauf allen jagens meister und nahm zum ziel ihn gleich anlief das schwein im zorne diesen helden tugendreich da schlug es mit dem schwerte der kriem hilde mann ganz unjagdlich er erschlägt das wildschwein mit dem schwert das hätte ein anderer jäger nicht so leicht getan als er nun gefällt lag fing man den spürhund seine reiche beute wurde den burgunden allen kund da sprachen seine jäger kann es füglich sein so lasst uns herr siegfried des wilds ein teil gedeihen ihr wollt uns heute lehren den berg und auch den tann da begann zu lächeln der degen kühn und wohl getan gemäß dem jagdbrauch wird nun also ein üppiges mal das also mit dem begriff des picknicks nur unzulänglich bezeichnet wäre angerichtet und wieder wird eine list eingebaut da sprachen die es sahen siegfried siegfried er wäre ein starker man die stolzen jagdgesellen rief man zu tisch heran auf schönen anger saßen der helden da genug hey was man reicher speise vor vor die edeln jäger trug man hat die speisen mit list scharf gewürzt die schenken waren säumig sie brachten nicht den wein so gut bewirtet mochten sonst helden nimmer sein wären manche darunter nicht so falsch dabei so wären wohl die degen aller schadenlos und frei da sprach der edle siegfried mich verwundert sehr man trägt uns aus der küche doch so viel daher was bringen uns die schenken nicht dazu den wein pflegt man so der jäger will ich nicht jagdgeselle sein ich möchte es doch verdienen bedächte man mich gut von seinem tisch der könig sprach mit falschem Mut wir büßen euch ein andermal was heut uns muss entgehen die schuld liegt an hagen der will uns verdursten sehen hagen lügt nun es habe die logistik nicht funktioniert nämlich es sei der wein fälschlich nicht in den odenwald geschickt worden sondern in spessart dos brach von tronje hagene lieber herre min ich warnde das pirschen hüte solle siehn da zem speches harte denn wien den sand ich dar siehn wir hüt ungetrunken wie woll ich mehre das bewahr die berge die berge dem brunnen gehen da war der rat aus artlist von den recken geschehen mit hochdeutsch brunne heißt quell man hieß das wild auf wagen führen in das land das da verhauen hatte das wild das da verhauen hatte siegfriedens hand wer es auch sehen mochte sprach großen ruhm ihm nach hagen seine treue sehr an siegfrieden brach als sie von dannen wollten zu der linde breit das ist nun ganz idyllisch der quell der fließt unter einer linde und die linde das ist der deutsche gerichtsbaum das ist der deutsche baum unter dem getanzt wird am brunnen vor dem tore da steht ein lindenbaum also in einer märchenhaften volkslied atmosphäre wird diese grauenvolle mordtat getan als sie von dannen wollten zu der linde breit da sprach von tronje hagen ich hörte jederzeit es könne niemand folgen krimhilds gemahl wenn er rennen wolle hei schauten wir das einmal also list auf list er muss dafür sorgen dass siegfried in jene position kommt in der er hagen ihn gefahrlos für den mörder treffen kann und psychologisch geschickt wieder packt er siegfried da wo siegfried immer zu packen ist bei seinem ehrgeiz da sprach von niederlanden der degen kühn und gut das mögt ihr wohl versuchen wenn ihr mit mir tut einen wettlauf nach dem brunnen ist dies dann geschehen dem soll man's zu erkennen den wir als den sieger sehen also er macht immer sofort mit und er muttert sich sogar das zu was man heute im Sport ein Handicap nennt er ist bereit in voller Rüstung also das heißt Jagdrüstung wohlgemerkt im Jagdgewand zu bleiben nicht wahr während die anderen die mit ihm rennen sich leicht ausziehen wollen wohl lasst auch uns versuchen sprach Hagen der degen da sprach der starke siegfried so will ich mich legen hier vor eure füße nieder in das gras eine weitere erschwerung er startet auf die weise langsam als er das erhörte wie lieb war könig guntern das da sprach der kühne degen noch mehr will ich euch sagen gewand und gewaffen will ich bei mir tragen den wurfspieß samt dem schilde und all mein pirsch gewand das schwert und den köcher um die glieder schnell erbannt das kann Hagen natürlich nicht eigentlich recht sein 976 die kleider legt er ab den starken spieß lehnt er an den lindenast bei des brunnens flusse stand der herrliche gast und nun etwas sehr anrührendes man kann auch sagen rührendes letztlich verursacht er seine Tötung aufgrund seines zarten anmutigen höflich höfischen Benehmens nämlich er tritt zurück die höfische zucht erwies da siegfried daran den schild legt er nieder wo der brunnen ran wie er sehr ihn auch dürstete der hält nicht er trank bis der könig getrunken dafür gewann er übeln dank hätte er nämlich als erster angekommen an dem quäl sich niedergebeugt getrunken wäre wieder aufgestanden dann hätte Hagen ihn nicht in der Beugung des Trinkenden antreffen und treffen können Gunther trinkt also zuerst der Brunnen war lauter kühl und auch gut da neigte sich Gunther hernieder zu der Flut als er getrunken hatte erhob er sich hin dann also hätte auch gerne der kühne Siegfried getan da entgalt er seiner höfischen Zucht den Bogen und das Schwert trug beiseite Hagen von dem Degen Wert dann sprang er Hagen zurücke wo er den Wurfspieß fand fand und sah nach einem Zeichen an des kühnen Gewand wir wollen hier gar nicht lange grübeln und uns nur gewissermaßen am Rande dessen versichern daß unser Dichter hier nicht eben von starken Gedächtnis geleitet ist Krimhild hat ja seinerzeit bei der Kriegserklärung das Kreuz auf das Gewand genäht das Siegfried im Kampfe tragen würde das ist schwerlich das gleiche Gewand das er nun als Jäger trägt wie auch immer um diese Art logischer Wahrheit und peinlicher Realität geht es nicht also Hagen blinzelt schiegelt hin als er den Spieß weg trägt ob denn auf seinem Gewand auf Siegfrieds Gewand das Kreuz sichtbar ist 981 als der edle Siegfried aus dem Brunnen trank er schoß ihn durch das Kreuze das aus der Wunde sprang das Blut von seinem Herzen ein Hagens Gewand kein Held begeht wohl wieder solche Untat nach der Hand Den Gäerschaft im Herzen ließ er ihm stecken tief wie im Fliehen Hagen da so grimmig lief so lief er wohl auf Erden nie vor einem Mann als da Siegfried Kunde der schweren Wunde gewann der Degen mit Toben von dem Brunnen sprang ihm ragte von dem Herzen eine Gärstange lang nun wähnt er da zu finden Bogen oder Schwert gewiß so hätt er Hagen den verdienten Lohn gewährt als der Tod Wunde da sein Schwert nicht fand da blieb ihm nichts weiter als der Schildes Rand den rafft er von dem Brunnen und rannte Hagen an da konnt ihm nicht entrinnen König Gunthers untertan also mit einer Verteidigungswaffe schlägt Siegfried der Tod Wunde nun auf seinen Mörder ein wie wund er war zum Tode so kräftig doch erschlug das von dem Schilde nieder wirbelte genug des edeln Gesteines der Schild zerbrach auch fast so gern gerechet hätte sich der herrliche Gast da mußte Hagen fallen von seiner Hand zu Tal der Anger von den Schlägen erscholl im Widerhall hätt er sein Schwert in Händen so wär es Hagens Tod so sehr zürnte der Wunde dazu trieb wahrlich ihn die Not und jetzt wird unser Dichter leiser seine Farbe war erblichen er konnte nicht mehr stehen seines Leibes Stärke mußte ganz zergehen da er des Todes Zeichen in lichter Farbe trug er ward hernach betrauert von schönen Frauen genug die poetische Kraft dieser Sterbeszene wird deutlicher wenn ich hier häufiger als bisher die mittelhochdeutschen Strophen lese also erblichen was ihn Farbe er mochte nicht gestehen sinnes Liebes Stärke mußte gar zergehen wand er des Todes Zeichen in lirchter Farbe trug sieht ward er beweinet von schönen Frauen genug da fiel in die Blumen der Krimhilde Mann das Blut von seiner Wunde Strom weiß niederan da begann er die zu schelten ihn zwang die große Not die da geraten hatten mit Untreue seinen Tod Da sprach der Tod Wunde weh ihr bösen zagen feiglinge was helfen meine dienste da ihr mich habt erschlagen ich war euch stets gewogen und sterbe nun daran ihr habt an euren freunden leider übel getan die sind davon bescholten so viele noch geboren werden nach diesem Tage ihr habt euren Zorn allzu sehr gerechet an dem Leben mein mit Schanden geschieden sollt ihr von guten recken sein es ist eine schmährede des sterbenden die von gewaltiger wucht ist hinliefen all die ritter wo er erschlagen lag es waren ihrer vielen ein freudeloser tag wer treue kann und ehre der hat ihn beklagt das verdient auch wohl um alle dieser degen unverzagt der könig der burgunden klagt auch seinen tod da sprach der tod wunde das tut nimmer not daß der um schaden weine von dem man ihn gewann er verdient groß schelten er hätt es besser nicht getan der könig von burgunden klagt auch seinen tod dos brach der ferch wunde das ist ahne not daß der nach schaden weinet der in der hat getan der dir nicht michel schelten es wäre besser verla und nun dringt das macht motiv in diese furchtbare mordgeschichte ein da sprach der grimme hagen ich weiß nicht was euch reut sagt er zu gunter nun hat doch gar ein ende was uns je gedreut es gibt nun nicht manchen der uns darf bestehen wohl mir daß seiner Herrschaft durch mich ein Ende ist geschehen wir finden ihr nur wenig dir getürn uns bestahn woll mich da ich seine Herrschaft hans rate getan daß seine Herrschaft erledigt habe ihr mögt euch leichtlich rühmen sprach der von Niederland hätt ich die mörderische Weise an euch erkannt vor euch behütet hätt ich leben wohl und leib mich dauert nichts auf erden als frau krim hilt mein weib nun mög es gott erbarmen daß ich gewann den sohn der jetzt auf alle zeiten den vorwurf hat davon daß seine freunde jemand meuchlerisch erschlagen hätt ich zeit und weile das müßt billig willt ihr edler könig noch auf dieser welt an jemand treue pflegen so laßt befohlen sein doch auf eure gnade euch die liebe liebste mein es komme ihr zugute daß sie eure schwester ist bei aller fürstentugend helft ihr zu jeder frist mein mögen lange haaren mein vater und mein lehn nie ist an lieben freunde einem weibe so leid geschehen lad sie des genießen daß sie übers west da sie durch alle fürsten tuggende wand ihr mit trüven wie mir müssen lange warten min vater und mine man es entwarten ihr frauwen leider an liebem frühen mitte getan wer verfällt in agonie er stirbt wie ein volkslied ganz schlicht und von unendlicher traurigkeit strophe 998 die blumen waren wann des todes warfen er zeseres neid du mochte retten nicht mehre der recke kühlen und gemäht beet hat herren sahen den edlen helden tod sie legten ihn auf einen schild der war von golde rot da gingen sie zu rate wie sie es stellten an, daß es verhohlen bliebe, Hagen habe es getan. Tod, ihr Herren sahen, daß der Held was tot, sie leiten in Uf einen Schild, der was von Golde ruht, und wurden des Zerate, wie er das Solder gahn, daß man es verhähle, daß es Hagene hätte getan. Sehr schnell wieder der Umbuch. Eben ist erschütternd genug, Siegfried in seinem Blut ertrunken, und nun lädt man ihn auf ein Schild und berät, wie kommen wir aus der Geschichte heraus, und wie verschweigen wir, daß Hagen der Mörder ist. Da sprachen ihrer Viele, ein Unfall ist geschehen, ihr sollt es alle hehlen und einer Rede stehen. Als er allein ritt, jagende Krimhildemann, erschlugen ihn Schächer, als er fuhr durch den Tann. Eine unsinnige Lüge, denn dieser Held ist niemals das Opfer von Schächern geworden, konnte niemals das Opfer von Wegelagerern werden. Und nun das furchtbare Trotzwort Hagens, das letzte Wort dieser Mordaventüre der Sechzehnten. Da sprach von Tronje Hagen, ich bring ihn in das Land. Mich soll es nicht kümmern, wird es ihr auch bekannt, die so betrüben konnte der Königin Hohenmut. Ich werde wenig fragen, wie sie nun weinet und tut. Er steht also in furchtbarem Trotz zu seiner Mordtat. Die siebzehnte Aventüre zeigt uns Worms nach Siegfrieds Tod. Sie beginnt mit einer Gebärde, mit einer Szene von archaischer Grausamkeit, von furchtbarer Brutalität. Ich lese sie erst einmal mittelhochdeutsch. Und Sie mögen bedenken, Übermührte heißt nicht Übermut, sondern heißt Superbia, also Vermessenheit. Von großer Übermührte, muggelt er hören Sagen, und von eislicher Rache. Es hies Hagenetragen Siefreden, also Toten von Nibelungenland, für eine Kemenaten, da man Kriamhilden fand. Von großem Übermute mögt ihr nun hören Sagen, und von schrecklicher Rache. Bringen ließ Hagen den erschlagenen Siegfried von Nibelungenland vor eine Kemenate, darin sich Kriamhild befand. Siegfried von Nibelungenland meint, dass er, nachdem er das Erbe der Nibelungen gewaltsam angetreten hat, nun auch das Nibelungenland als sein Reich bezeichnen konnte. Daher also gelegentlich Siegfried von Nibelungenland. Aber ich sage jetzt schon, im zweiten Teil, Sie werden das hören, wird der Dichter immer wieder die Burgunder auch als Nibelungen bezeichnen, weil Sie über Siegfrieds Erbe nun ja auch Eigentümer des Horts geworden sind, den Sie freilich im Rhein versenkt haben. Davon wird ja ausführlich die Rede sein. Also Hagen lässt nun die Leiche verstorben legen vor die Tür, daß sie ihn finden müsse, wenn morgen sie herfür zu der Messe ginge, frühe vor dem Tag, deren Frau Kriamhild wohl selten eine verlag. Diese frommen Schnörkel liebt unser Dichter. Da hörte man wie immer zum Münster das Geläut. Kriamhild, die Schöne, weckte manche Meid. Ein Licht ließ sie sich bringen, dazu auch ihr Gewand. Da kam der Kämmerer einer hin, wo er Siegfrieden fand. Er sah ihn rot von Blute, all sein Gewand war nass. Daß sein Herr es wäre, mitnichten wußte er das. Da trug er in die Kammer das Licht in seiner Hand, bei dem da Frau Kriamhild viel Leidemähre befand. Als sie mit den Frauen zum Münster wollte gehen, »Herren«, sprach der Kämmerer, »wollt noch stille stehen. Es liegt vor dem Gemache ein Ritter totgeschlagen.« »O weh«, sprach da Kriamhild, »was willst du solche Botschaft sagen?« »Ehe sie noch selbst gesehen, es sei ihr lieber Mann an die Frage Hagens.« Hub sie zu denken an, wie er ihn schützen möchte. Da ahnte sie ihr Leid. Mit seinem Tod entsagte sie nun aller Fröhlichkeit. Da sank sie zur Erden. Kein Wort mehr sprach sie da. Die schöne, freudenlose, man da liegen sah. Kriamhildens Jammer wurde groß und voll. Sie schrie nach der Ohnmacht, daß all die Kammer erscholl. Sie säg zu der Erden, daß sie nicht ins Brach. Die schönen, freudelosen, liegen man do, sag. Kriamhilde Jammer ward unmaßen groß. Doch schrei sie nach Unkräften, daß all die Kammer naht er doß. Da sprach ihr Gesinde, es kann ein Fremder sein. Das Blut ihr aus dem Munde brach vor Herzenspein. Nein, es ist Siegfried, mein geliebter Mann. Brünnhild hat es geraten, und Hagen hat es getan. Es hat geraten, Brünnhild, daß es Hagen er hat getan. Sie ließ sich hingeleiten, wo sie den Helden fand. Sein schönes Haupt erhob sie mit ihrer weißen Hand. So rot er war von Blute, sie hat ihn gleich erkannt. Da lag zu großem Jammer der Held von Nibelungenland. Da rief in Jammerlauten die Königin mild. Oh, weh mir dieses Leides! Nun ist dir doch dein Schild mit Schwertern nicht verhauen. Dich fällt dem Meuchelmord. Und wüßte ich, wer der Täter wär. Ich wollt es rächen immer fort. Nun ist dir doch dein Schild mit Schwertern nicht verhauen. Daraus wird ihr, sie ist eines Kriegersgatten, deutlich, daß er nicht im Kampf gefallen ist. All ihr Ingesinde klagte laut und schrie mit seiner lieben Frauen. Heftig schmerzte sie, ihr edler Herr und König, den sie da sahen, verloren. Gar übel hatte Hagen gerechet Brünnhildens Zorn. Und nun weckt sie ihren Schwiegervater auf, den Vater Siegfrieds, also König Siegmund, der ja mit den beiden und dem Riesengefolge von Xanten zu jener Hochzeit, d.h. hochgezieht, zu jedem Fest nach Worms gezogen war. Wacht auf, König Siegmund, mich hieß nach euch gehen, Krimhild, meine Herren, der ist ein Leid geschehen, daß ihr vor allem Leide wohl das Herz versehrt. Da sollt ihr Klagen helfen, da es auch euch widerfährt. Aufrichtete sich Siegmund und sprach, was beklagt denn die schöne Krimhild, wie du mir hast gesagt. Der Bote sprach mit Weinen, ich muß euch alles sagen. Es liegt von Niederlanden, der kühne Siegfried erschlagen. Da sprach König Siegmund, laß das Scherzen sein mit so böser Mähre von dem Sohnemain, und sagt es niemand wieder, daß er sei erschlagen, denn ich könnt ihn nie genug bis an mein Ende beklagen. Und natürlich will er, natürlich wollen, seine Leute jetzt gewaltig und gewalttätig diesen Tod Siegfrieds an den Burgunden rächen. Aber Krimhild warnt. Es sprachen seine Recken aus Nibelungenland. Immer ihn zu rächen, bereit ist unsere Hand. Er ist in diesem Hause, von dem es ist geschehen. Da eilten nach den Waffen die Leute im Siegfrieds Lehn. Wie stark auch ihr Jammer, wie groß auch ihre Not, sie fürchtete doch so heftig, der Siegfrieds Mannen tot, von ihrer Brüder Mannen, daß sie da widersprach. Sie warnte sie in Liebe, wie immer Freund mit Freunden flag. Krimhild warnt also vor dem unmittelbaren Racheschlag. Da sprach die Jammerreiche, Herr König Siegmund, was wollt ihr beginnen? Euch ist wohl nicht kund, das hat der König Gunther, so manchen kühnen Mann. Ihr wollt euch all verderben, greift ihr solche Recken an. Bleibt hier im Hause und tragt mit mir das Leid, bis es beginnt zu tagen, ihr Helden allbereit. Dann helft ihr mir besargen, meinen lieben Mann. Da sprachen die Degen, liebe Herren, das sei getan. Die Nacht war vergangen, man sagt, es wolle tagen. Da ließ die edle Königin hin zum Münster tragen Siegfried den Herrn, ihren lieben Mann. Mit ihr gingen weinend, was sie der Freunde gewann. Siegfried erhält ein prunkvolles kirchliches Begräbnis und Totenamt. Da sie zum Münster kamen, wie manche Glocke klang. Allenthalben hörte man der Pfaffen sang. Da kam der König Gunther hinzu mit seinem Lehn. Und auch der Grimme Hagen, es wäre klüger nicht geschehen. In diese kirchliche Szene bricht dann ganz heidnisch das alte Rechtsinstitut der Barprobe, das heißt des Blutungsrechtes hinein, wie wir jetzt hören, 1041. Gunther sprach, liebe Schwester, o weh des Leides dein, dass wir nicht ledig mochten so großen Schadens sein. Wir müssen immer klagen um Siegfriedens Tod. Daran tut ihr Unrecht, sprach die Frau in Jammersnot. Wenn euch das betrübte, so wäre es nicht geschehen. Ihr hattet mein vergessen. Das muß ich wohl gestehen, als ich so geschieden ward von meinem lieben Mann. Wollte Gott, sprach Krimhild, es wär mir selber getan. Sie hielten sich am Leugnen. Da hub Krimhild an, wer unschuldig sein will, leicht ist es dargetan. Er darf nur zu der Bahre hier vor dem Volke gehen. Da mag man gleich zur Stelle sich der Wahrheit versehen. Jetzt der Dichter kommentiert. Das ist ein großes Wunder, wie es noch oft geschieht, wenn man den Mordbefleckten bei dem Toten sieht. So bluten ihm die Wunden, wie es auch hier geschah. Daher man nun der Untat sich zu hagen versah. Die Wunden flossen wieder, so stark als je vorher. Die erst schon heftig klagten, die weinten nun noch mehr. Da sprach der König Gunther, nun hört die Wahrheit an. Ihn erschlugen Schächer, Hagen hat es nicht getan. Sie sprach, diese Schächer sind mir wohl bekannt. Nun lass es Gott noch rächen von seiner Freundehand. Gunther und Hagen, ja, ihr habt es getan. Da wollten wieder streiten, die Siegfrieden untertan. Also wieder zu ihren Waffen greifen, die Untertanen Siegfrieds. Mir sind die Schachäres, sprach sie vielwoll bekannt. Nun lass es Gott errechen, noch seiner Freundehand. Gunther und Hagen, ja, habt ihr's getan. Dir sie, Frides Deggene, hätten do zur Striete wahn. Sie weinten von Herzen um Kriemhildens Mann. Man wollte Messe singen, zum Münster heran, sah man allenthalben Frauen und Männer ziehen, die ihn doch leicht verschmerzten, weinten alle jetzt um ihn. Hundert Messen hat man über den Tag hin gesungen. Als die gesungen waren, verlief die Menge sich. Da sprach wieder Kriemhild, Nicht einsam sollt ihr mich heut bewachen lassen, den auserwählten Degen. Es ist an seinem Leben all meine Freude gelegen. Drei Tag und drei Nächte will ich verwachen dran, Bis ich mich ersättige an meinem lieben Mann. Vielleicht, daß Gott gebietet, daß auch mich nimmt, der Tod. So wäre wohl beendet der armen Kriemhilde Not. Und dann folgt noch einmal eine dramatische Klageszene der Witwe, als man nach der Totenmesse den Leichnam im Sarg zu Grabe trägt. 1066 Bevor da zu dem Grabe kam das getreue Weib, Rang sie mit solchem Jammer um Siegfriedens Leib, Daß man sie mit Wasser vom Brunnen oft begoss. Ihres Herzens Kummer war ohnallemaßen groß. Es war ein großes Wunder, daß sie zu Kräften kam. Es halfen ihr mit Klagen viel Frauen lobesam. »Ihr, meines Siegfrieds Mannen«, sprach die Königin, »erweist mir eine Gnade aus erbarmendem Sinn. Laßt mir nach meinem Leide die kleine Gunst geschehen, Daß ich sein schönes Angesicht noch einmal dürfte sehen.« Da bat sie im Jammer so lang und so stark, daß man zerbrechen mußte den schönen geschmiedeten Sarg. Hinbrachte man die Königin, wo sie ihn liegen fand. Sein schönes Haupt erhob sie mit ihrer weißen Hand und küßte so den Toten, den edeln Rittergut. Ihre lichten Augen, vor Leide weinten sie Blut. Ein jammervolles Scheiden sah man da geschehen, man trug sie von dann. Sie vermochte nicht zu gehen, da lag ohne Sinne das herrliche Weib. Vor Leide wollte er sterben, ihr viel wonniglicher Leib. Als der edle Fürst also begraben war, sah man in großem Leide die Helden immer da, Die ihn begleitet hatten aus Nibelungenland. Fröhlich gar selten man da Siegmunden fand. Wohl mancher war darunter, der drei Tage lang vor dem großen Leide weder aß noch trank. Da konnten sie's nicht länger dem Leib entziehen mehr. Sie genasen von den Schmerzen, wie noch mancher wohl seither. Dramaturgisch ist nunmehr ein heikles Problem zu bewältigen. Es geht um den ersten Teil des Nibelungenliedes, es geht um den zweiten Teil des Nibelungenliedes. Der erste Teil ist die alte Geschichte von Siegfried und Brünnhild und Siegfrieds Tod, der Ermordung des Lichthelden. Der zweite Teil ist die Geschichte vom Untergang eines gewaltigen Volkes. Wie fügt sich das eine mit dem anderen zusammen? Indem das Gedächtnis des Volkes sagt, es muss dieser Volkesuntergang das Resultat einer Untat sein. Das heißt einer furchtbaren Rache. Rache wofür? Für die Tötung eines Helden. So werden diese beiden Teile zusammengeklammert. Heikel genug und auch unserem Dichter, ich sagte es schon in der Einleitung, ist das nur unzulänglich gelungen. Aber die innere Logik ist ja in der Tat so etwas wie ein Scharnier zwischen Teil 1 und Teil 2. Teil 1 ist im Grunde jetzt zu Ende. Und nun ist dramaturgisch, ich sagte es, das schwierige Problem zu bewältigen. Es soll zusammenwachsen, was nicht zusammengehört. Denn eigentlich gehören ja, wie gesagt, Teil 1 und Teil 2, Siegfrieds Tod, Burgundenuntergang nicht zusammen. Das kausale Element ist nun also die Rache der Witwe, verkörpert in der Person Grimhilds. Und deshalb muss Grimhild nun, statt in ihr Reich, in die Niederlande, zu ihrem Sohn, von dem nicht mehr die Rede ist, zurückzukehren, mit ihrem Schwiegervater zusammen. Deshalb also muss Grimhild nun am Hof der Brüder bleiben, der Mörder ihres Gatten. Denn nur bei den burgunden Königen, nur in Worms kann der mächtige König Etzel eines Tages um sie werben. Und diese Werbung wiederum ist Voraussetzung für das Gelingen des Racheplans. Die 18. Aventüre können wir getrost überschlagen. Sie schildert lediglich, wie König Sigmund, also Siegfrieds Vater, heimkehrt nach Xanten und wie eben Grimhild am Hof ihrer Brüder bleibt. Die 19. Aventüre ist Abschluss und Überleitung. Nunmehr wird Grimhild zu der einen Zentralfigur, die andere ist ihr Antipode, ihr Gegner Hagen, als Kontrapunkt. Dieses Paar wird nun Mittelpunkt des zweiten Teiles sein. Das letzte Kapitel des ersten Teils schildert, wie er der Nibbelunge Hortze Wormes kam. Auch das ist ein Grund dafür, dass Grimhild in Worms bleiben muss, denn der Hort, der Gewaltige, muss ja in den Besitz der Burgunder kommen. Grimhild, von ihr ist die Rede. Strophe 1106 Sie saß in ihrem Leide, das ist alles wahr, nach ihres Mannes Tode wohl vierte halbes Jahr und hatte nie zu Guntern gesprochen, einen laut und auch Hagen ihren Feind in all der Zeit nicht erschaut. Hagen will Grimhild nun ihr Machtmittel entreißen, ihr Erbe, den Nibelungen Hort also. Und so rät er denn wieder einmal voller List zur Versöhnung. Da sprach von Tronje Hagen, er spricht es zu Gunter, könnte das geschehen, daß ihr euch die Schwester gewogen möchtet sehen, so käme zu diesem Lande der Nibelungen Gold. Des mögt ihr viel gewinnen, wird uns die Königin holdt. Gunter sprach, laßt uns versuchen. Meine Brüder sind bei ihr, die sollen für uns bitten, daß sie nicht zirnt, wenn wir den Hort von ihr erlangen und daß sie's gerne sieht. Ich glaube nicht, sprach Hagen, daß es jemals geschieht. Gernot und Giselaher, also ihre beiden Brüder, eben die beiden, die nicht an der Mordtat beteiligt waren, Gernot und Giselaher gelingt es, Grimhild zur Versöhnung, einer oberflächlichen Versöhnung wenigstens, mit Gunter zu überreden. Ich will den König grüßen. Als er das vernahm, mit seinen besten Freunden der König zu ihr kam. Da getraut er Hagen, sich nicht zu ihr zu gehen. Er kannte seine Schuld wohl. Ihr war Leid von ihm geschehen. Als sie verschmerzen wollte, auf Gunter den Hass, daß er sie küssen sollte, wohl ziemte sich ihm das. Wär ihr mit seinem Willen so Leid nicht geschehen, so dürft der dreisten Mutes immer zu Grimhilden gehen. Es ward mit so viel Tränen nie eine Söhne mehr gestiftet unter Freunden. Sie schmerzt ihr Schade sehr, doch verzieh sie allen, bis auf den einen Mann. Niemand hätt ihn erschlagen, hätt es Hagen nicht getan. Nun währt es nicht mehr lange, so stellten sie es an, daß die Königstochter den großen Hort gewann vom Nibelungenlande und bracht ihn an den Rhein. Ihre Morgengabe war es und mußt ihr billig eigen sein. Gernot und Giesel hier, die übernehmen nun mit 8.000 Mann den Transport des Hortes, woran man ermessen kann, daß es sich um einen Schatz von unermesslichem Umfang handelt. Nun wird er also von Xanten nach Worms transportiert. Nun mögt ihr von dem Horte Wunder hören sagen, zwölf Leiterwagen konnten ihn kaum von Dannen tragen, in vier Tag und Nächten aus des Berges Schacht. Hätten sie des Tages den Weg auch dreimal gemacht. Es war auch nichts anders als Gestein und Gold. Und hätte man die ganze Welt erkauft mit diesem Sold, um keine Mark vermindern, möchte es seinen Wert. Wahrlich, Hagen hatte nicht ohne Grund sein begehrt. Von Grimhild ist jetzt die Rede, nachdem sie den Hort in Empfang genommen hat. Als sie den Hort nun hatte, da brachte sie ins Land viel der fremden Recken. Wohl, gab der Frauenhand, daß man so große Milde nie zuvor gesehen. Sie übte hohe Güte, das mußte man ihr zugestehen. Es war natürlich nicht blanke Güte, sondern es war Berechnung. Das Austeilen dieser Reichtümer verschafft ihr eine Hausmacht. Und diese Hausmacht braucht sie für ihren langsam reifenden Racheplan. Hagen durchschaut sie. Sie durchschauen einander ständig. Es ist ein ständiges Wechselspiel. Den Armen und den Reichen zu geben, sie begann. Hagen sprach zum König. Läßt man sie sofort an noch eine Weile schalten, so wird sie in ihr Lehn so manchen Degen bringen, daß es uns übel muß ergehen. Also sie wird sich lehnpflichtig manchen Helden machen. Da sprach der König Gunther, ihr gehört das Gut. Wie darf ich mich drum kümmern, was sie mit ihm tut? Ich konnte es kaum erlangen, daß sie mir wurde heult. Nicht frag ich, wie sie teilet ihr Gestein und rotes Gold. Hagen sprach zum König. Es vertraut ein kluger Mann, doch solche Schätze billig keiner Frauen an. Sie bringt es mit Gaben wohl noch an den Tag, daß es sehr geräun die kühnen Burgunden mag. Aber, König Gunther, da sprach König Gunther, ich schwor ihr einen Eid, daß ich ihr nie wieder fügen wollt ein Leid und will es künftig meiden. Sie ist die Schwester mein. Da sprach wieder Hagen, laßt mich den Schuldigen sein, wieder dieser dumpfe Trotz, der die Gewissenlosigkeit des Handelnden manifestiert und den wir schon kennen an ihm. Doßbrach aber Hagene, lad mich den Schuldigen sehen. Nun mischen sich die beiden anderen jungen Könige ein, Giselherr und Gernot, und Gernot sagt, 1134, da sprach König Gernot, eh wir solche Pein um dieses Gold erlitten, wir sollten's in den Rhein all versenken lassen, so gehört es niemand an. Es handelt sich also nicht um pure Goldgier, wie in früheren Stadien dieser Sage, sondern es handelt sich lediglich darum, daß man das Machtinstrument der Königin Krimel, der Königin Witwe entwindet, damit sie es nicht nutzen kann. Deswegen also soll der Hort in den Rhein versenkt werden. Die Könige reiten jetzt fort. Warum? Damit wieder einmal Hagen allein der Schuldige ist. 1136. Gunther und seine Freunde räumten das Land, die allerbesten drunter, die man irgend fand. Hagen nur alleine verblieb um seinen Hass, den er Krimhilden hegte. Ihr zum Schaden tat er das. Ehe der mächtige König wieder war gekommen, derweilen hatte Hagen den ganzen Schatz genommen. Er ließ ihn bei dem Loche versenken in den Rhein. Erwähnt, er sollt ihn nutzen. Das aber konnte nicht sein. Bei Lochheim im Rheingau also wird der Schatz versenkt, und manche suchen ihn da heute noch. Bevor von Tronje Hagen den Schatz also verbarg, da hatten sie's beschworen, mit Eiden hoch und stark, daß er verborgen bliebe, solange sie möchten leben. So konnten sie's sich selber noch auch jemand anders geben. Also mittelhochdeutsch, so entkunden sie's in selben noch anderen Niermannen gegeben. Man muß manchmal den mittelhochdeutschen Text zur Rate ziehen, um Simrocks Übersetzung zu verstehen. Es heißt also, so konnten sie weder sich selber noch anderen diesen Schatz geben. Die Fürsten kamen wieder, mit ihnen mancher Mann. Grim hielt den großen Schaden, zu klagen da begann, mit Mägdern und Frauen, sie hatten Herzeleid. Gerne wär ihr Gieselherr zu allen Treuen bereit. Nun beklagen sie also die Versenkung des Schatzes, den sie versenken mußten, und den zu verhellen, wie es mittelhochdeutsch heißt, zu verbergen. Sie geschworen haben also wieder der furchtbare, berühmte Eid, der die legendären Nibelungen Treue besiegelt. Dieser Eid, niemals preiszugeben, wo der Hort verborgen ist, dieser Eid wird der Motor, wird das Movens ihres Sterbens sein und wird noch einmal Gestalt annehmen in ihrer Sterbestunde. Die letzte Strophe dieser letzten Aventüre des ersten Teils. Nach Siegfriedens Tode, das ist durchaus wahr, lebte sie im Leide noch dreizehn Jahr, daß ihr der Todesrecken stets im Sinne lag. Sie ward ihm immer Treue, das rühmen ihr die meisten nach. Wir wenden uns jetzt dem zweiten Teil des Nibelungenliedes zu, der 20. bis 39. Aventüre. Schon die Vorlage unseres Dichters, das können wir erschließen, kannte diese Kombination von Siegfriedlied und von Burgundenunterganglied, aber er hat Kraft seiner Qualitäten, seiner dichterischen Qualitäten, vieles noch wiederum auszugleichen, auszubalancieren vermocht, was in seiner Vorlage sicherlich noch viel grober aneinander stieß und sich rieb. Mit dieser Strophe, die ich jetzt lese, das hört man ganz deutlich, beginnt ursprünglich eben ein anderes Epos, ein anderes Lied. Das wird merkbar an dem Einsatz, es war einmal, dieser alte Märcheneinsatz. das, was in einem Zieten rieten seine Freunde in Burgundenland zu einer stolzen Witwe, die war Frau Krimhild genannt. Da sprach der reiche König, wie ginge das wohl an? »Ich bin eine Heide, ein ungetaufter Mann, sie jedoch ist Christin, sie tut es nimmermehr. Ein Wunder müßte es heißen, ein Wunder müßte es heißen, kämen sie jemals hierher.« »Die Schnellen sprachen wieder«, das ist natürlich unsinnig übersetzt, »du sprachen aber die Snellen, das sind eben die Helden, die Krieger. »Vielleicht, dass sie es tut um euren hohen Namen und euer großes Gut. Man soll es doch versuchen bei dem edlen Weib. Euch ziemte wohl zu Minden ihren weidlichen Leib.« Also man bagatellisiert den Unterschied der Konfession, weil man vermutet, dass sie anderes an Etzel lieben kann, seine Macht, sein Reichtum. Das ist eine typische Brautwerbungsgeschichte hier in dieser Einleitungsphase, wie wir sie in mittelalterlicher Dichtung häufig finden. 1147 »Da sprach der edle König, Wem ist nun bekannt unter Euch am Reine das Volk und auch das Land? Da sprach von Bechelaren der gute Rüdiger, Kund von Kindesbeinen sind mir die edlen Könige hier.« Diese 20. Aventüre ist übrigens die längste aller Aventüren und sie ist voll, sie ist prall von höfischen Genreszenen. Unser Dichter badet geradezu im Genuß des Details. Vielleicht empfindet er, vielleicht will er uns empfinden lassen, daß es sich um eine neue Welt, um einen neuen Schauplatz handelt, den er uns vorführen will. Rüdiger, der Markgraf von Bechelaren, also soll die Gesandtschaft leiten, die in Worms bei den Burgunden für Etzel um Grimhild wirbt. Als die Gäste waren, in die Stadt gekommen, da ward dieser Herr mit Neugier wahrgenommen. Sie wunderte, von wann sie kämen an den Rhein. Der Wirt fragte Hagen, wer die Herren möchten sein. Der Wirt ist der König und sie werden sich entsinnen. Dies ist eine Parallelszene. Es ist im Mittelalter natürlich, in einer Zeit mangelnder technischer Kommunikationsmöglichkeiten, ist es natürlich immer eine Sensation, wenn Fremde kommen. So kam einstmals Siegfried mit zwölf Recken aus den Niederlanden an den Hof der Burgunden. Jetzt kommt Rüdiger aus Etzelnland. Und wieder wird, wie damals schon, Hagen als der Allwissende befragt. Da sprach der Held von Tronje, ich sah sie noch nicht. Wenn ich sie erschaue, mag ich euch Bericht wohl geben, von wannen sie ritten in dies Land. Und sie wären denn gar Fremde, so sind sie gleich mir bekannt. Also es sei denn, sie wären ganz fremd, sonst sind sie mir bekannt. Da sprach der Schnelle, also kriegerische Hagen, so viel ich mag verstehen, da ich seit langen Tagen den Herrn nicht hab ersehen, so sind sie so zu schauen, als wär es Rüdiger aus der Hohnenlande, dieser Degen, Kühn und Heer. Wie sollt ich das glauben, der König sprach zu Hand, dass der von Bechelaren käme in dieses Land. Kaum hatte König Gunther das Wort gesprochen, gar, so nahm der Kühne Hagen den guten Rüdiger wahr. Er und seine Freunde liefen ihm entgegen. Da sprangen von den Rossen fünfhundert schnelle Degen, wohl empfangen wurden, die von Hundenland, niemals trugen Boten, wohl so herrlich gewandt. Da rief von Tronje Hagen mit lauter Stimme Schall, nun seien uns hoch willkommen, diese Degen all, der Vogt von Bechelaren mit seiner ganzen Schar. Man empfing mit Ehren die schnellen Hunden fürwahr. Des Königs nächste Freunde drängten sich heran, da hob von Metzen Ortwin zu Rüdigern an. Wir haben lange Tage hier nicht mehr gesehen, also, liebe Gäste, das muß ich wahrlich gestehen. Giselherr und Gernot waren auch gekommen. Dankwart und Volker, die hatten bald vernommen von den werten Gästen. Sie waren wohlgemut. Sie empfingen vor dem König die Ritter edel und gut. Da sprach von Tronje Hagen zu Gunthern, seinem Herrn, mit Dienst vergelten sollten, stets eure Degen gern, was uns der Markgraf zuliebe hat getan. Des sollte Lohn empfangen, der schönen Gute Lindemann. Da sprach der König Gunther, ich lasse nicht das fragen. Wie beide sich gehaben, das sollt ihr mir sagen, Etzel und Frau Helke in der Hunnenland. Der Markgraf gab zur Antwort, ich mach es gern euch bekannt. Da erhob er sich vom Sitze und die in seinem Lehn und sprach zu dem König, kann das denn geschehen, daß ihr mir's Herr erlaubet? So will ich nicht verhehlen, die Meere, die ich bringe, die soll ich willig euch erzählen. Er sprach, was man uns immer durch euch entboten hat, erlaub ich euch zu sagen, ohne der Freunde Rat. Die Meere laßt vernehmen, mich und die Degen meinen. Euch soll nach allen Ehren zu werben hier gestattet sein. Das ist also Gunthers Antwort und nun antwortet wieder Rüdiger, euch entbietet an den Reihen seine treuen Dienste, der große König mein dazu, den Freunden allen, die euch zugetan. Auch wird euch diese Botschaft mit großer Treue getan. Euch läßt der edle König klagen seine Not. Sein Volk ist ohne Freund. Meine Herren, die ist tot, Helke die Reiche, meines Herrn Gemahl. An der sind schöne Jungfrauen nun verwaist in großer Zahl. Edler Fürstenkinder, die sie erzogen hat. Darum hat im Lande nun große Trauer statt. Sie haben leider niemand mehr, der sie so treulich pflegt. Darum wenig auch das Selten des Königs Sorge sich legt. Nun lohnt ihm Gott, sprach Gunther, daß er die Dienste sein so williglich entbietet. Mir und den Freunden mein. Ich hörte gern die Grüße, die ihr mir kundgetan. Auch wollen sie verdienen, die mir treu und untertan. Da sprach von Burgunden der Recke gern Not. Die Welt mag wohl beklagen der schönen Helche Tod und manche höfsche Tugend, der sie gewohnt zu pflegen. Das bestätigte Hagen und auch mancher andere Dien. Da sprach wieder Rüdiger der edle Bote her. Erlaubt ihr mir, Herr König, so sag ich euch noch mehr, was mein lieber Herr euch hierher entbot. Erlebt in großem Kummer seit der Königin Helke Tod. Also immer noch wird in diesem vorbereitenden Gespräch die eigentliche Absicht dieser Gesandtschaft verschwiegen. Es sieht so aus, als wollte König Etze lediglich Grüße bestellen und die Burgunder wissen lassen, wie sehr er in Trauer ist des Todes seiner Frau wegen. Aber nun rückt Rüdiger mit der eigentlichen Botschaft heraus. Man sagte meinem Herrn, Krimhild sei ohne Mann, da Siegfried gestorben. Und sprach man wahr daran und wollt ihr ihrs vergönnen, so soll sie Krone tragen vor König Etzels recken. Das gebot mein Herr, ihr zu sagen. Da sprach König Gunther mit wohlerzogenem Mut, sie hört meinen Willen. Wenn sie es gerne tut, das will ich euch berichten, von heute in dreien Tagen. Wenn sie es nicht weigert, wie sollt ich's Etzeln versagen? So verweilte Rüdiger bis an den dritten Tag. Der König berief die Räte, gar weißlich, er ist flag. Ob es seine Freunde deuchte gut getan, das Krimhild sollte nehmen, den König Etzel zum Mann. Da rieten sie es alle. Nur Hagen stand's nicht an. Er sprach zu König Gunther, diesem kühnen Mann, Habt ihr kluge Sinne, so seid wohl auf der Hut. Wenn sie auch folgen wollte, daß ihr doch nimmer es tut. Hagen also durchschaut die Zusammenhänge. Er durchschaut Kraft seiner dämonischen Eigentümlichkeit und künftiges Unheil. Ganz im Gegensatz zu Gunther. Warum, sprach da Gunther, ließ ich es nicht ergehen? Was künftig noch der Königin Liebes mag geschehen, will ich ihr gerne gönnen, sie ist die Schwester mein. Wir müßten selbst drum werben, sollt es ihr zur Ehre sein. Da sprach aber Hagen, das spricht ihr unbedacht. Wenn ihr Ätzeln kenntet, wie ich, und seine Macht, und ließet ihr sie ihn minnen, wie ich euch höre, sagen, das müßtet ihr vor allen mit großem Rechte beklagen. Warum, sprach da Gunther, leicht vermeide ich das, ihm je so nah zu kommen, daß ich durch seinen Hass Leid zu befahren hätte, wird er auch ihr Mann. Da sprach wieder Hagen, mich dünkt es niemals wohlgetan. Da sprach von Burgunden, Giselherr der Degen, nun mögt ihr Freund Hagen noch der Treue pflegen. Entschädigt sie des Leides, daß ihr ihr habt getan. Was ihr noch mag gelingen, das seht ihr billig neidlos an. Wohl habt ihr meiner Schwester gefügt, so großes Leid, sprach da wieder Giselherr der Degen allbereit, ihr hättet's wohl verschuldet, wäre sie euch gram, noch niemand einer Frauen so viel der Freuden benahm. Natürlich sträubt Kriemhild sich, die Brüder reden ihr zu, die Mutter redet ihr zu, schließlich ist sie immerhin bereit, Brüdiger zu empfangen. Da bat alsbald der Recke die edle Königin mit minniglichen Worten zu künden ihrem Sinn, was sie entbitten wolle in König Etzelsland. Der Held mit seinem Verben bei ihr nur Weigerung fand, sie wolle nimmerwieder minnen einen Mann. Da widersprach der Margraf, das wär nicht recht getan. Was wolltet ihr verderben, so minniglichen Leib? Ihr werdet noch mit Ehren eines Wertenrecken Weib. Also Kriemhild sträubt sich, weigert sich mit großer Entschiedenheit, denn noch verbindet sie diese Werbung nicht mit dem glimmenden Racheplan, der unbewusst oder jedenfalls noch ungeordnet in ihr ist. Ihre Stimmung, ihre Meinung ändert sich erst in dem Augenblick, als Rüdiger unter vier Augen mit ihr spricht. Das ist psychologisch von ihm sehr klug gedacht und taktisch sehr geschickt gemacht. Unter vier Augen, also beredet er sich mit ihr, bis das Rüdiger, insgeheim gesprochen mit der Königin her. Er hofft ihr zu vergüten all ihr Ungemach. Da liest zuletzt ein wenig ihre hohe Trauer nach. Tiefe Trauer wäre wahrscheinlich besser übersetzt, aber darum geht's nicht, sondern hier ist ein ganz entscheidender Vers zu beachten, was bei Simrock relativ harmlos klingt. Er hofft ihr zu vergüten all ihr Ungemach, heißt mittelhochdeutsch, er wollte sie ergetzen, s'was ir ihr geschach. Und das heißt, ergetzen heißt ja etymologisch vergessen machen. Das heißt klipp und klar, er wolle sie für das entschädigen, s'was ir ihr geschach, was immer ihr geschehen sein mag. Da wacht in ihr auf die Chance, die Möglichkeit, ihren bisher noch in schwachen Konturen, aber beharrlich glühenden Racheplan zu verwirklichen. Er sprach zu der Königin, »Lasst euer Weinen sein. Hättet ihr bei den Hunnen niemand als mich allein, meine getreuen Freunde und die mir untertan, er sollte's schwer entgelten, hätt euch jemand leidgetan.« Da ist sie nun ganz wach geworden. Davon ward erleichtert, der Frauenwohl der Mut. Sie sprach, »So schwört mir Eide, was mir jemand tut. Ihr wollt der Erste werden, der rächen will, mein Leid.« Da sprach zu ihr der Maggraf, »Dazu bin ich Frau bereit.« »Mit allen seinen Mann«, schwor ihr der Rüdiger, »ihr immer treu zu dienen und daß die Reckenher ihr nichts versagen wollten in König Etzels Land, was ihre Ehre heischte, das gelobt ihr Rüdigers Hand. Da gedachte die Treue, »Wenn ich gewinnen kann, so viel steter Freunde, so seh ich's wenig an, was auch die Leute reden in meines Jammers Not. Vielleicht wird noch gerechet meines lieben Mannes Tod.« Sie gedachte, »Da Herr Etze, der Recken hat so viel, denen ich gebiete, so tu ich, was ich will. Er hat auch solche Schätze, die ich verschenken kann. Mich hat der Leidehagen meines Gutes ohne getan. Er hat mich meines Gutes beraubt.« Und nun, mit einem frommen Schnörkel, taucht wieder der beunruhigende Gedanke der Misch-Ehe auf. Sie sprach zu Rüdigären, »Hätt ich nicht vernommen, daß er ein Heide wäre, so wollte ich gerne kommen, wohin er geböte, und nähme ihn zum Mann.« Da sprach der Markgraf wieder, »Steht darauf, Herr, nicht an. Ihm dienen so viel Recken in der Christenheit, daß euch bei dem König nie widerfährt ein Leid. Wie? Und nun kommt die große Versuchung. Wie, wenn ihr das erreichet, daß er taufet seinen Leib. Daraufhin mögt ihr gerne werden König Etzels Weib.« Also in der christlichen Atmosphäre des Zeitpunkts um 1200 ist natürlich der Gedanke eine Konversion besonders faszinierend. »Da sprachen ihre Brüder, versprechte es, Schwester Main, und all euren Kummer lasst in Zukunft sein.« Das baten sie so lange, bis sie mit Trauer dreien vor den Helden willigte, den König Etzel zu freien. Und ihre Einwilligung ist wie immer in großen Momenten dieser Dichtung von einer ganz spröden Schlichtheit. Sie sprach, »Ich muss euch folgen, ich arme Königin. Ich fahre zu den Hunnen, wann es geschehe, hin, wenn ich Freunde finde, die mich führen in sein Land.« Darauf bot vor den Helden die schöne Krimhild die Hand. Der Markgraf sprach, Rüdiger also, »Zwei Recken stehen in eurem Lehn. Dazu hab ich noch manchen. So kann es wohl geschehen, daß wir euch mit Ehren bringen über Rhein.« »Ihr sollt nicht länger, Herren, hier bei den Burgunden sein.« »Fünfhundert Mannen hab ich, und der Freunde mein, die sollen euch zu Diensten hier und bei Ätzeln sein. Was ihr auch gebietet, ich selber steh euch bei und will mich's nimmer schämen, mahnt ihr mich künftig, meiner Treu.« In der Tat, sie wird ihn seiner Treu mahnen in der finalen Phase, und dann wird er seine Eide, die er arglos und reinen Gewissens geschworen hat, dann wird er seine Eide in einem furchtbaren Konflikt nach einem furchtbaren Seelenkonflikt mit dem Tode einlösen. Nun, bevor sie aufbricht in ihr neues Schicksal, beraubt Hagen sie noch um den Rest ihres Erbes. 1271 Sie hatte noch des Goldes von Nibelungenland. Das sollte bei den Hunnen verteilen ihre Hand. Sechshundert Pferde mochten es nicht von Dannen tragen. Die Mähre hörte Hagen davon Krimhilden sagen. Er sprach, »Mir wird Krimhild doch nimmer wieder heult. So muß auch hier verbleiben Siegfriedens Gold. Wie ließ ich meinen Feinden wohl so großes Gut? Ich weiß gar wohl, was Krimhild noch mit diesem Schatze tut. Brechte sie ihn von hinnen? Ich glaube sicherlich, sie wird ihn nur verteilen zu werben wieder mich. Sie hat auch nicht die Rosse, um ihn hinwegzutragen. Behalten will ihn Hagen, das soll man Krimhilde sagen.« Hagen also durchschaut die Verwicklungen der Zukunft schon noch präziser als selbst diejenige, die diese Zukunft jetzt in ihre Hand genommen hat, nämlich Krimhild. Als sie vernahm die Mähre, das schuf ihr grimme Pein. Es ward auch den Königen gemeldet, allen drein. Sie gedachten, es zu wenden. Als das nicht geschah, Rüdiger der Edle sprach mit frohem Mut da, reiche Königstochter, was klagt ihr um das Gold? Euch ist König Etzel so zugetan und holt, ersehn euch seine Augen, er gibt euch solchen Hort, daß ihr ihn nie verschwendet. Das verbirgt euch, Herren, mein Wort. Unter denen, die sie begleiten, in die Fremde ist der Markgraf Eckeward. Da sprach die arme Königin, wo sind die Freunde mein, die da mir zuliebe im Elend wollen sein und mit mir reiten sollen in König Etzels Land? Die nehmen meines Goldes und kaufen Ross und Gewand, d.h. die sollen von meinem Gold nehmen. Und Elend, das muß man hier nun ausdrücklich betonen, etymologisch ist das Allü-Land, d.h. fremde Lande, Allü-Land wird zu Elende, Mittelhochdeutsch. Elende heißt Landfremd, Verjagt, Asylant. Also, die da mir zuliebe Wellend-Elende siehn, heißt es Mittelhochdeutsch, wollen in der Fremde sein, nicht im Elend, das ist ja heute ganz und gar emotionalisiert, dieses Wort. Der Königin gab Antwort, der Markgraf Eckeward, seit ich als Ingesinde euch zugewiesen ward, hab ich euch stets getreulich gedient, sprach der Degen und will bis an mein Ende desgleichen immer bei euch pflegen. Die 21. und 22. Aventüre, die beschreiben die Reise nach Etzelland und die Ankunft in Etzelland mit zwölf Kisten Goldes, mit fünfhundert Mann, mit hundert Edelfräulein, reißt Grimhild. Und nach tränenreichem Abschied fahren sie die alte West-Oststraße, die sich zieht von Paris nach Wien und das Herz geht dem Dichter auf in seine Landschaft, sobald sie also an die Donau kommen. Und vor allem rühmt und lobt er Passau, eine Stadt, zu der er ganz offenbar eine persönliche, eine intime Beziehung hat. In Bechelahn beim Markgraf Rüdiger, in Pöchelahn an der Donau, so heißt es heute, da halten sie ein und liebevoll schildert der Dichter Rüdiger und seine Familie und das Klima, die Atmosphäre in diesem Haus, in diesem Hof. Auf dem Tullner Feld vor Wien, da findet nun die erste Begegnung Grimhild-Etzel statt. Inmitten, davon werden wir einiges lesen, inmitten eines gewaltigen Festgetümmels und inmitten wilder, bunter Reiterspiele, die von exotischen Völkerscharen abgehalten werden, Dienen und Griechen, Polen, Wallachen, Petschenigen. Und dann geht's weiter nach Wien, da wird die Hochzeit gefeiert, natürlich zu Pfingsten. Ein 17-tägiges, monströses Fest. Daraufhin Ende der Reise, Donauabwärts, in Etzels Residenz, Etzelnburg. Das mag Grahan sein, kann auch sein, dass es das heutige Ofen ist. Sie lassen sich dort nieder und alles lässt sich vorerst gut an. Also Grimhild mit ihrem Tross, Donauabwärts reisend, kommt, Strophe 1302, nach Efferding an der Donau. Und da ist ein bemerkenswertes Detail zu buchen. Unser Dichter scheint sich durch präzises Misstrauen gegenüber dem moralischen Charakter der Bayern auszuzeichnen. Denn in Bayern, erwähnt er en passant, in Bayern sind die Straßen offenbar immer unsicher. Da ist man nicht sicher, von Räuberpakt nicht überfallen zu werden. Hören Sie bitte. Nun war Gen-Effer-Dingen die Königin gekommen. Manche im Bayerlande hätten wohlgenommen den Raub auf der Straße, wie es ihr gebrauch. Und hätten so die Gäste, mögen schädigen auch. Also genurge aus Bayerlande sollten Hahn genommen den Raub auf der Straßen, nach ihr Gewonnenheit, wie es da in Bayern so üblich ist. Aber das ward wohl verhütet von dem Markgrafen Rüdiger her. Er führte tausend Ritter oder wohl noch mehr. Da kam auch Gotelinde, Rüdigers Gemahl, mit ihr im stolzen Zuge kühner Recken große Zahlen. Sie also kommen, Krimhild und ihrer Entourage entgegen. In der 22. Aventüre wird geschildert, wie sie z'n Hünen ward empfangen, wie sie von den Hunden bei den Hunden empfangen wurde. Und ich möchte Ihnen mit ein paar Strophen den Eindruck geben von dem bunten, wüsten Völkergemisch, das Etzel untertern ist und das Krimhild nun entgegenreitet auf dem Tullner Feld. 1339 Von Reusen und von Griechen ritt da mancher Mann. Die Polen und Wallachen zogen geschwind heran auf den guten Rossen, die sie herrlich ritten. Da zeigte sich ein jeder in seinen heimischen Sitten. Aus dem Land zu Kiew ritt da mancher Mann. Und die wilden Pescheneen mit Bogenhubmann anzuschießen nach den Vögeln, die in den Lüften flogen, mit Kräften sie die Pfeile bis zu des Bogens Ende zogen. Man spürt die Lust des Dichters an der Schilderung dieser exotischen Scharen. Und nun, 1342, es ritt dem König Etzel ein Ingesinde voran, fröhlich und prächtig, höfisch und wohlgetan, wohl vierundzwanzig Fürsten, mächtig und her. Ihre Königin zu schauen, sie begehrten sonst nichts mehr. Ramung, der Herzog aus Wallacherland mit siebenhundert Mann und dann Fürst Giebeke mit herrlichen Scharen und Hornburg, der Tapfere, mit tausend Mann und von Dänenlande der Kühne Havard und Irink, der Mutige und von Thüringen Irnfried und schließlich mit dreitausend Mann der Degen, der Degen, der Held, Blödelin, das ist der Bruder König Etzels. Und schließlich, da kam der König Etzel und Herr Dieterich mit seinen Helden allen. Da sah man ritterlich manchen edlen Ritterbieder und von Griem Hilden gar wohl erhoben der Mut. Da sprach zu der Königin der edle Rüdiger und nun hören wir ein hübsches, protokollarisches Detail, nicht wahr? Das Grußzeremoniell, die Gestik des Grüßens, wird bestimmt von der Rankordnung, das ist zwar heute noch so, aber natürlich weitgehend diffus geworden und verwischt. Im Mittelalter bedeutet die Beachtung dieser Gestik die klare Gliederung der weltlichen Verhältnisse. Da sprach zu der Königin der edle Rüdiger, Frau, euch will empfangen hier der König her, wen ich euch küssen heiße, dem sei der Kuss gegönnt. Und wißt, dass ihr Etzels Recken nicht alle gleich empfangen könnt. Zwei mächtige Fürsten, das ist uns wohl bekannt, gingen beide Frauen und trugen ihr Gewand, als der König Etzel ihr entgegenging und sie den edlen Fürsten mit Küssen gütlich empfing. Unter Küssen müssen wir uns jetzt keine leidenschaftlichen Küsse vorstellen, sondern das ist ein substantivierter Infinitiv. Mitküssen, das heißt, indem sie ihn küßte, und natürlich sind das Wangenküsse. Und ganz hübsch, natürlich trägt sie einen Kopfschmuck, einen Kopfputz, und der steht, wie der Rand eines breiten Hutes, steht im Wege. Also, was muss sie machen? O fructes Irrgebände, Gebände heißt dieser Kopfputz. Sie schob hinauf den Kopfputz, ihre Farbe wohlgetan, er glänzte aus dem Golde. Da sagte mancher Mann, Frau Helke könne schöner nicht gewesen sein. Da stand in der Nähe des Königs Bruder Blödelein. Auch den riet ihr zu küssen, Rüdiger, der Markgraf Reich, und den König Giebeke, Dietrichen auch zugleich, zwölf der Recken küßte, Etzels Königin. Da blickte sie mit Grüßen noch zu manchem Ritter hin. Also, nach den Zwölfen begnügt sie sich mit einem hultvollen Nicken des Kopfes. Da blickte sie mit Grüßen. Suss mit Gruße, heißt das Mittelhochdeutsch. Wieder ein hübsches Detail. Rüdiger verhält sich bis zur Hochzeit Krimhilds, also bis Krimhild zu Etzel gehört und Etzel gehört, als ihr Vormund, und selbst dem König gegenüber tritt er in dieses Recht ein. 1358 Was da Etzel redete, das ist mir unbekannt. In seiner rechten Rute ihre weiße Hand. So saßen sie in Minne, als Rüdiger der Degen dem König nicht gestattete, Krimhildens heimlich zu pflegen. Die Hochzeit wird vollzogen. 1365 Die Hochzeit war gefallen auf einen Pfingstentag, wo der König Etzel bei Krimhilden lag in der Stadt zu Wiener. Für wahr, so manchen Mann bei ihrem ersten Manne sie nicht zu Diensten gewann. Also wieder der Hinweis auf ihr Machtgefüge. Sie hat noch mehr Dienstleute, und das heißt also auch Heeresmacht, als sie je bei Siegfried hatte. 1367 Diese Hochzeit währte siebzehn Tage lang. Von keinem anderen König weiß der Helden, Sankt, der solche Hochzeit hielte. Es ist uns unbekannt. Alle, die da waren, die trugen neues Gewand. Wieder denkt der Tichter also an die Freigebigkeit der Fürsten, an die Pflicht zur Freigebigkeit und an ihre Pflicht, die weniger Reichen zu beschenken. Schließlich also die Ankunft des Königspaares und ihres ungeheueren Gefolges in Etzels Residenz in Etzelnburg. Warum die Hochzeit nicht dort stattfindet, das verrät uns der Dichter nicht. Da stand in solchen Ehren der Hof und auch das Land, daß man zu allen Zeiten die Kurzweile fand, wonach einem jeden verlangte Herz und Mut. Das schuf des Königs Liebe, dazu der Königin Gut. Das ist die letzte Strophe der 22. Aventüre. Die 23. leitet den Beginn des Endes ein. Krimhild lebte in Ansehen und Macht und, 1387, in gar hohen Ehren, das ist alles wahr, wohnten sie beisammen bis an das siebente Jahr. Eines Sohnes war genesen, derweil die Königin. Das schien König Etzel der allergrößte Gewinn. Und jetzt wieder eine fromme Gäste, natürlich wird er, obwohl er einen heidnischen Vater hat, christlich getauft. Bis sie es erlangte, ließ sie nicht ab davon, die Taufe mußte empfangen König Etzels Sohn nach christlichem Brauche. Ortlieb ward er genannt. Darab war große Freude über Etzels ganzem Land. Und jetzt setzt Krimhild an, den grausigen Sinn dieser Ehe zu erfüllen. 1390 Die Heimischen und Fremden gestanden allesamt besser und milder, hab eines Königs Land nie eine Frau besessen. Das hielten sie für wahr. Das rühmten sie die Hunden bis an das 13. Jahr. Nun wußte sie, daß niemand ihr feindlich sei gesinnt, wie oft wohl Königinnen der Fürstenrecken sind, und daß sie täglich mochte zwölf Könige vor sich sehen. Sie vergaß auch nicht des Leides, daß ihr daheim war geschehen. Sie war ganz scheinbar unvermittelt. Da sieht man sie in ihrem Hofstaat, thronen, zwölf Könige, kann sie jeden Tag vor sich befehlen, und dann kommt scheinbar unvermittelt die Zeile, die zeigt, warum sie freudet daran hat, zwölf Könige zu sehen. Sie vergaß auch nicht des Leides, daß ihr daheim wahr geschehen. Sie gedacht doch noch der Ehren in Nibelungenland, die ihr geboten worden, und die ihr Hagens Hand mit Siegfriedens Tode hatte gar benommen, und ob ihm das nicht jemals noch zu Leide sollte kommen, es geschäe, wenn ich ihn bringen möchte in dieses Land. Es geht also darum, ihn an Etzelshof zu befördern. Der Plan reift schrittweise. Sie gedacht doch alle Tage, das ist Strophe 1399, sie gedacht doch alle Tage, ich will den König bitten, er möchte ihr vergönnen mit gütlichen Sitten, daß man ihre Freunde brecht in der Hunnenland. den bösen Willen niemand an der Königin verstand. Nun folgt psychologisch wieder sehr affiniert die Überredung, sie findet statt im Ehebett, in dem Augenblick der liebenden Hingabe. Da ist der Mann am einfachsten zu überreden. Als eines Nachts Frau Grimhild bei dem König lag, umfangen mit den Armen hielt er sie, wie er Pflag der edlen Frau zu kosen, sie war ihm wie sein Leib. Da gedachte ihrer Feinde dieses herrliche Leib, wie der ungeheuer raffinierte Kontrast der ersten drei Langzeilen zu der vierten Langzeile, nicht wahr, geschildert wird, wie in sinnlicher Leidenschaft Ätzel sie umarmt und nichts anderes denkt als sie und ihre Liebe. Und was tut sie? Da gedachte ihrer Feinde dieses herrliche Weib. Sie sprach zu dem König, viel lieber Herr mein, ich wollte euch gerne bitten, möchte es mit Hulden sein, daß ihr mich sehen ließet, ob ich verdient den Sold, daß ihr meinen Freunden wehret innichlich hold. Also wenn ich das verdient habe, ist damit gemeint. Noch sprach zu ihm die Königin, ihr wißt so gut wie ich, ich habe hohe Freunde, darum betrübt es mich, daß mich die so selten besuchen hier im Land. Ich bin allen Leuten hier nur als Fremde bekannt. Da sprach der König Ätzel, viel liebe Frau mein, deucht es sie nicht zu ferne, so lütig über Rhein, die ihr da gerne sähet, hierher zu meinem Land. Sie freute sich der Rede, als ihr sein Wille wart bekannt. Ätzel also stimmt natürlich arglos freudig diesem Einladungsplan zu. Und zu Boten werden nun ja merkwürdig genug zwei Spielleute bestimmt. Das ist selbstverständlich wiederum noch das Heraufbrechen einer uralten Schicht. Spielleute haben hier in der röpfischen Welt kaum etwas zu tun und zu sagen, aber Werbel und Swemmel werden nun also ernannt zu werbenden Boten. 1407 Ätzel sprach, Wenn dir es gefiele, viel liebe Frau mein, so wollte ich gerne senden zu den Freunden dein, meine Fiedelspieler gen Burgundenland. Die guten Spielleute ließ man dringend gleich zur Hand. Die Spielleute kamen beide, wo sie den König sahen, sitzen bei der Königin. Da sagte er ihnen an, sie sollten Boten werden nach Burgundenland. Auch ließ er ihnen schaffen, reiches, herrliches Gewand, vierundzwanzig Recken, schnitt man da das Kleid. Ihnen ward auch von dem König gegeben, der Bescheid, wie sie Guntern laden sollten und die ihm untertan. Frau Grimhild mit ihnen geheim zu sprechen begann. Unter vier Augen also, sie weiß, was sie tut, befiehlt die beiden vor sich und vierzehn, dreizehn, Grimhild ließ die Boten zu ihrem Kämmerlein führen in der Stille und besprach mit ihnen da, wodurch noch manchem sie gestehn, daß ihr mich jemals saht, betrübt in meinem Mut und entbietet meine Grüße diesen Helden kühn und gut, also die Burgunder sollen in der Illusion bleiben, daß Kriemhild ihre Trauer abgestreift habe. Weiter bittet sie zu leisten, was mein Gemahl entbot und mich dadurch zu scheiden von aller meiner Not. Ich scheine hier den Hunnen freundlos zu sein. Wenn ich ein Ritter wäre, ich käme manchmal an den Rhein. Und nun das ganz entscheidende Kalkül in diesem Plan, Hagen muß dabei sein, sonst ist die ganze Einladung umsonst. 14 19 Sagt auch meiner Mutter, wie mir Ehre hier geschieht. Und wenn von Tronje Hagen der Reise sich entzieht, wer ihnen zeigen solle die Straßen durch das Land, die Wege zu den Hunnen sind von früh auf ihm bekannt. Also das Motiv, um dessen Willen Hagen um keinen Preis fehlen darf, ist, er kennt den Weg. Nun wußten nicht die Boten, warum das möge sein, dass sie diesen Hagen von Tronje nicht am Rhein bleiben lassen sollten. Bald ward es ihnen leid. Durch ihn war manchem Degen mit dem grimmen Tode gedreut. Die 24. Aventeure erzählt, wer Werbel und Swemmel der Botschaft wurben. Mit 24 Rittern also brechen sie auf, die beiden Spielleute, und sie kommen nach zwölf Tagereisen am Rhein an. Sie reden und richten ihre Botschaft aus. An eure Lieb und Treue mahnt euch die Königin, und daß ihr stets gewogen war euer Herz und Sinn. Zuförderst euch, Herr König, sind wir hierher gesandt, daß ihr geruht zu reiten in des König Etzelen Land. Da sprach der König Gunther, nach der siebten Nacht will ich euch bescheiden, wes ich mich bedacht hab im Rat der Freunde. Geht derweilen hin zu eurer Herberge und findet gute Ruhe darin. Gunther geht also zu Rate, alle reden zu bis auf Hagen. Zu den Herbergen gingen die von Hunnenland. Der reiche König hatte die Freunde nun besandt. Gunther der Edle fragte seinem Mann, was sie darüber dächten. Wohl manche huben da an, er möge wohlreiten in König Etzels Land. Das rieten ihm die Besten, die er darunter fand. Hagen nur alleine, dem war es grimmig leid. Zum König sprach heimlich, mit euch selbst seid ihr im Streit, ihr habt doch nicht vergessen, was ihr von uns geschehen. Vor Kriemhilden müssen wir stets in Sorge stehen. Ich schlug ihr zu Tode den Mann mit meiner Hand. Wie dürften wir wohl reiten hin in König Etzels Land? Da sprach der reiche König, meiner Schwester Zürnen schwand, mit mündiglichem Kusse. Ehe sie verließ dies Land, hat sie uns verziehen, was wir an ihr getan. Es wäre denn sie stände bei euch Hagen noch an. Nun laßt euch nicht betrügen, sprach Hagen, was auch sagen diese Hohnenboten. Wollt ihr's mit Kriemhild wagen, da verliert ihr zu der Ehre Leben leicht und Leib. Sie weiß wohl nachzutragen des König Etzelen. Weib. Also der König berät sich, nur Hagen rät ab. Übrigens kann man daran erkennen, was die Geschichtswissenschaft natürlich längst weiß, der mittelalterliche König ist kein Autokrat. Er ist angewiesen auf den Beistand, auf den Rat, auf den Konsens mit den Großen seines Landes. Hagen wird aber in dem Augenblick natürlich überzeugt, das heißt überredet, als man ihm Feigheit vorwirft. Da muß er natürlich mitreiten. Gernot ist es, 1462, da sprach vor dem Rate der König Gernot, ihr mögt aus guten Gründen Gernot fürchten, fürchten, den Tod in Hundischen Reichen, ständen wir drum an und mieten unsere Schwester, das wär übel getan. Und da sprach zu dem Degen der junge Gesel her, da ihr euch, Freund Hagen, schuldig wißt, so sehr, so bleibt hier im Lande euer Heil zu wahren. Nur laßt die sich's getrauen mit uns zu meiner Schwester fahren. Darab begann zu zirnen von Tronje der Held. Ich will nicht, daß euch jemand sei bei der Fahrt gesellt, der an den Hof zu reiten sich mehr getraut als ich. Wollt ihr's nicht bleiben lassen, ich beweis es euch sicherlich. Nun kommt eine hübsche Episode, die im Mittelalter, wie es scheint, sprichwörtlich geworden ist. Jedenfalls Wolfram von Eschenbach in seinem Parzival spielt an auf einen Mann von bieder feiger Gesinnung, das ist Rumold, der Küchenmeister, Kochenmeister heißt er mittelhochdeutsch, natürlich ist er kein Küchenmeister oder gar kein Koch, sondern er ist der Herr der Wirtschaft. Rumold also heißt er und der rät nun doch zu Hause zu bleiben, 1465. Wollt ihr nicht Hagen folgen, so rät euch Rumold, der ich euch dienstlich gewogen bin und hold, daß ihr im Lande bleibet nach dem Willen mein und lasst den König Etzel dort bei Krimhilden sein, wo könntet ihr auf Erden so gut als hier gedeihen, ihr mögt vor euren Feinden daheim geborgen sein, ihr sollt mit guten Kleidern zieren euren Leib, des besten Weines trinken und minnen manches schöne Weib dazu gibt man euch Speise so gut sie irgendwann ein König mag gewinnen und fehlt es auch daran den schönen Frauen zu Liebe bleibet doch zu Haus ehe ihr so kindisch setzet das Leben diesem Wagnis aus drum rate ich euch zu bleiben reich ist euer Land ihr könnt hier besser lösen was ihr gab zu fand als dort bei den Hunden wer weiß wie es da steht verbleibt hier ihr Herren das ist was Rumold euch rät also auf Rumolds Rat spielt ich sagte es Wolfram an als er eine Feigheit charakterisieren will die es vorzieht das Leben am warmen Ofen und im Geplauder mit den Damen zu verbringen und dazu schön zu essen und reichlich zu trinken zur Antwort gab da Hagen lasst euch zum Verdruss meine Rede nicht gereichen was auch geschehen muß das rat ich euch in Treuen wenn ihr euch gern bewahrt daß ihr nur wohl gerüstet zu dem Hunnenlande fahrt wenn ihr's euch unterwindet so entbietet euer Heer die Besten die ihr findet und irgend wißt umher aus ihnen allen wähl ich dann tausend Ritter gut so mag euch nicht gefährden der argen Krim Hilde Mut also Hagen sucht eine Elitetruppe aus tausend Ritter und dazu Fuß Volk dem rate will ich folgen sprach der König gleich da sandte er seine Boten umher in seinem Reich bald brachte man der Helden dreitausend oder mehr sie dachten nicht zu finden so großes Leid und Beschwer und unter denen die jetzt heranströmen führt unser Dichter nun ein Mann vor den er ganz besonders liebt den er zu seinen Favoriten macht nämlich den kühnen Volker den nennt er einen Edelspillmann das heißt natürlich Volker ist ein großer Adliger aber er wird eben als Adliger auch ein Dilettant gewesen sein einer der sich auf die Poesie und auf die Beherrschung eines Instrumentes der Laute verstand 1476 da kam der kühne Volker ein edler Spielmann mit dreißig seiner Degen zu der Facht heran ihr gewand war herrlich ein König mocht es tragen er wollt auch zu den Hunnen ließ er dem Könige sagen wer Volker sei gewesen das soll ich kund getan es war ein edler Herr ihm waren Untertan viel der guten Recken im Burgunden Land weil er spielen konnte war er der Spielmann genannt Hagen also mustert aus 1478 Hagen wählte tausend die waren ihm bekannt was sie in starken Stürmen gefrommt mit ihrer Hand und sonst begangen hatten das hat er oft gesehen auch alle anderen mußten ihnen Ehre zugestehen und zur Waffen rüstung kommt nun die list die boten krimhildens der Aufenthalt verdroß die furcht vor ihrem herrn war gewaltig groß sie hielten alle tage um den urlaub an den gönnt ihnen Hagen nicht das ward aus vorsicht getan also werbel und zwemmel und ihr gefolge die werden unruhig und wollen aufbrechen aus angst vor der ungeduld des königs etze aber ihre gastgeber lassen sie nicht weg aus vorsicht wie wir eben gehört haben durch liste heißt es mittelhochdeutsch nämlich Hagen zu seinem könig gunther 1480 er sprach zu seinem herrn wir wollen uns bewahren daß wir sie reiten lassen bevor wir selber fahren sieben tage später in könig etzels land trägt man uns argen willen das wird so besser gewand denn dann hat krimhild wenige zeit sich auf ihre mordpläne strategisch und taktisch vorzubereiten so mag sich auch frau krimhild bereiten nicht dazu daß uns nach ihrem rate jemand schaden tue will sie es doch versuchen so fährt sie übel an wir führen mit uns von hinnen manchen aus erwählten man und zum letzten mal taucht nun schattenhaft die beinahe schon vergessene brünnhild auf aber dann vergisst das epos sie gänzlich erst fragt gunther nach dem termin da sprach der könig gunther wisst ihr uns zu sagen wann das fest beginnet oder zu welchen tagen wir erwartet werden da sprach schwemmelein zur nächsten sonnenwende da soll es in wahrheit sein der könig erlaubte das war noch nicht geschehen wenn sie frau brünnhilden wünschten noch zu sehen da daß sie mit seinem willen sprechen bei ihr an dem widerstrebte volker das war ihr zuliebe getan das ist nun ein akt großen takt gefühls nicht war volker verhindert das feinsinnig wie er ist als künstler denn er weiß daß brünnhild keinen wenn auch noch so indirekten Kontakt mit krimhild haben will und er volker begründet das es ist ja frau brünnhild nun nicht so wohl gemut daß ihr sie schauen möchtet sprach der ritter gut wartet bis morgen so läßt man sie euch sehen sie sie wähnten sie zu schauen da konnte es doch nicht geschehen also unter irgendeinem Vorwand werden sie bei der Königin Brünnhild nicht vorgelassen die Booten kehren zurück mit der Zusage krimhilds erste Frage man kann es raten wem sie gilt 1497 die Spielleute spornten die Rosse mächtig an sie fanden König Etzeln in seiner Stadt zu gran groß über grüße die man ihm her entbot brachten sie dem Könige vor Freude ward er freuden rot als krimhild der Königin die Meere ward bekannt ihre Brüder wollten kommen in ihr Land da ward ihr wohl zumute sie gab den Boten Lohn mit reichlichen Geschenken sie hatte davon sie sprach nun sagt mir beide werbel und schwemmelein wer will von meinen Freunden beim Hofgelage sein von den höchsten die wir luden hierher in dieses Land sagt an was sprach wohl Hagen als ihm die Meere ward bekannt er kam zu ihrem rate an einem Morgen fruh wenig gute Sprüche redet er dazu als sie die Fahrt gelobten nach dem Hunnenland die hat der Grimme Hagen die Todesreise genannt es kommen eure Brüder die Könige alle drei in herrlichem Mut wer mehr mit ihnen sei darüber ich des weitern euch nicht bescheiden kann es will mit ihnen reiten Volker der kühne Spielmann das mag ich leicht entbehren sprach die Königin daß ich auch Volkern sähe her zu Hofe ziehen Hagen bin ich gewogen der ist ein Held gut daß wir ihn schauen sollen das hab ich fröhlichen Mut hin ging die Königstochter wo sie den König sah wie männliche Worte sprach Frau Griemhild da wie gefallen euch die mähren wie lieber Herr mein wes mich je verlangte das soll nun bald voll endet sein eine zeile von furchtbarer doppeldeutigkeit wie wir wissen in der fünfundzwanzigsten Aventüre erfahren wir wie die Burgunderkönige von Worms zu den Hühnen fuhrern es beginnt mit der uralten Mythentradition des deutenden des vorausdeutenden Traums wir erinnern uns an Griemhilds Falkentraum und nun hören wir was die traumdeutende Mutter die Königin Ute geträumt hat da sprach zu ihren Söhnen Ute die Frau gut ihr solltet hier verbleiben Helden hoch gemut geträumt hat mir heute von ängstlicher Not wie all die vielen Vögel in diesem Lande wären tot Hier ein Rationalist, wer sich an Träume wendet, sprach da wieder Hagen, der weiß noch die rechte Kunde nicht zu sagen, wie es mög am besten um seine Ehre stehen. Es mag, mein Herr, nur immer mit Abschied hin zum Hofe gehen, zu Etzelshof. Das ist wie immer die fatalistische Gebärde der Ergebung in das Schicksal. Und noch einmal warnt der, wir haben ihn ja schon kennengelernt, der behaglich-realistische Rumold. Der Dichter führt ihn ein, als sei er uns fremd. 1517, der schönen Ute Söhne, die hatten einen Mann, der kühn war und bieder. Als man die Fahrt begann, sprach er zu dem Könige geheim nach seinem Mut. Er sprach, »Ich muß wohl trauern, daß ihr die Hofreise tut.« Er war geheißen Rumold, ein Degen, auserkannt. Er sprach, »Wem wollt ihr lassen, Leute nun und Land, daß niemand doch euch recken wenden mag, den Mut? Die Meeren Grimhildens deuchten niemals mich gut.« Also ein retardierendes Moment, ein letztes Aufblitzen von Vernunft oder Ahnung. Gunther aber antwortet und gibt ihm Rumold den traditionsgemäß ritterlichen Auftrag des Schutzes der Witwen und der Weisen. »Das Land sei dir befohlen, und auch mein Söhnelein. Und diene wohl den Frauen, das ist der Wille mein. Wen du weinen siehst, dem tröste Herz und Sinn. Es wird uns nichts zu Leide Grimhild tun, die Königin.« Hier wird also, wie Sie hören, noch einmal das Kind erwähnt, das Söhnelein, das Kind Gunthers und Brunnhildens, das Siegfried heißt. Von nun an liegt die Regie im Burgundenlager ganz in Hagens Hand. Mit tausendsechzig Rittern und mit neuntausend Mann Fußvolk machen Sie sich auf Ihre letzte Fahrt. 1525, da Sie von Ostfranken durch Schwalefelde ritten, da konnte man Sie kennen, an den herrlichen Sitten die Fürsten und die Freunde, die Heldenlobesamen. An dem zwölften Morgen der König an die Donau kam, und nun wie ein Fanfaren stoß. »Do reit von Tronne gehagene, zaller vorderrost, er was den Nibbelungen ein helflicher Trost. Do erbeizte der Deckenkürne, nidder uf den Sand, sie in rosse harte Balde zu einem Baum gebannt.« Das ist die Strophe 1526, und natürlich müssen wir das Wort Trost nicht so geistlich aufgeweicht, emotionalisiert empfinden, wie es heute wirkt, sondern Trost, das heißt ganz hart, Hilfe, Stütze. Da ritt von Tronne gehagen den Andern allzuvor. Er hielt den Nibelungen zumal den Mut empor. Bald sprang der kühne Degen nieder auf den Strand, wo er sein Ross in Eile fest an einem Baume band. Das Donauhochwasser hemmt sie, und dieses Hochwasser kann gewaltig sein, bis zum heutigen Tage. Wir vermerken, dreifach also bäumt sich dieser unheilvollen Todesfahrt ein Widerstand entgegen, als ob sie die Fahrt noch würde gehindert werden können. Zum einen, die Donau führt solch furchtbares Hochwasser, dass man sehr wohl umkehren könnte. Zum anderen, werden wir hören, wird Hagen eine unheilvolle Weissagung durch die Meerweb, durch die Meermädchen, die Wassernixen, erfahren, und schließlich kommt dann noch eine Episode mit einem gewalttätigen Fährmann, der sich weigert, die Burgunden und ihr Heer über die Donau zu setzen. Aber alles dies demonstriert nur, dass das Rad des Schicksals sich unaufhaltsam wälzt dem vorbestimmten Ende zu, mit geradezu mechanischer Gewalt. 1528, das Donauhochwasser also scheint den Zug einzuhalten, zu hemmen. Übel, sprach da Hagen, mag dir wohl hier geschehen, König an dem Reine? Du magst es selber sehen. Das Wasser ist ergossen, zu stark ist seine Flut. Ich fürchte, wir verlieren noch heute manchen Recken gut. Hagen, was verweist ihr mir, sprach der König her? Um eurer Hofzucht willen, erschreckt uns nicht noch mehr. Ihr sollt die Furcht uns suchen, hinüber an das Land, daß wir von hinnen bringen beides, Rosse und Gewand. Mir ist ja noch, sprach Hagen, mein Leben nicht so leid, daß ich mich möchte trinken in diesen Wellen breit. Erst soll von meinen Händen ersterben mancher Mann in König Etzels landen, wozu ich gute Lust gewann. Bleibet bei dem Wasser, ihr stolzen Ritter, gut. So gehe ich und suche die Fergen bei der Flut, die uns hinüberbringen, in Gelfrathens Land. Also die Fährleute, die uns hinüberbringen, in das Land des Grafen Gelfrath, das heißt nach Bayern. Da nahm der kühne Hagen seinen festen Schildesrand, er war wohlbewaffnet, den Schild, der bei sich trug. Sein Helm war aufgebunden und glänzte hell genug. Überm Harnisch führt er eine breite Waffe mit, die an den beiden Schärfen aufs allergrimmigste schnitt. Er suchte hin und wieder nach einem Schiffersmann. Da hörte Wasser rauschen, zu lauschen, hube an. In einer schönen Quelle trat das manch weißes Weib. Die gedachten da im Bade, sich zu kühlen, den Leib. Hagen ward ihrer inne, da schlich er leis heran. Sie eilten schnell von hinnen, als sie den Helden sahen. Daß sie ihm entrannen, das freuten sie sich sehr. Da nahm er ihre Kleider und schadet ihnen nicht mehr. Diese Kleider sind ihre Federn. Es handelt sich ja um ein märchenhaftes Motiv der Schwanenjungfrauen, nicht wahr? Da sprach das eine Meerweib, Hartburg war sie genannt, Hagen, edler Ritter, wir machen euch bekannt, wenn ihr uns, kühner Degen, die Kleider wiedergebt, was ihr auf dieser Reise bei den Hunden erlebt. Sie schwammen wie die Vögel, schwebend auf der Flut. Da deuchte ihn ihr Wissen von den Dingen gut. So glaubte er um so lieber, was sie ihm wollten sagen. Sie beschieden ihn darüber, was er begann zu fragen. Sie sprach. Ihr mögt wohl reiten in König Etzels Land. Ich setz euch meine Treue dafür zum Unterpfand. Niemals fuhren Helden noch in ein fremdes Reich zu so hohen Ehren in Wahrheit. Ich sag es euch. Der Rede war da, Hagen, im Herzen froh und heer. Die Kleider gab er ihnen und säumte sich nicht mehr. Als sie umgezogen, ihr wunderbar gewandt, vernahm er erst die Wahrheit von der Fahrt in Etzels Land. Da sprach das andere Meerweib mit Namen Siegelind. Ich will dich warnen, Hagen, Aldrianens Kind. Meine Mume hat dich der Kleider halb belogen. Und kommst du zu den Hunnen, so bist du übel betrogen. Wieder umzukehren, wohl wäre es an der Zeit, die, weil ihr kühnen Helden, all so geladen seid, daß ihr müßt, ersterben in der Hunnen Land. Wer dahin reitet, der hat den Tod an der Hand. Da sprach aber Hagen, ihr betrübt mich ohne Not. Wie sollte das sich fügen, daß wir alle tot blieben bei dem Hof gelangt durch jemandes Groll? Da sagten sie dem Helden die Meere deutlich und voll. Da sprach die eine wieder, es muß nun so geschehen. Keiner wird von euch allen die Heimat wiedersehen als der Kaplan des Königs. Das ist uns wohl bekannt. Der kommt geborgen wieder, heim in König Gunters Land. Es muß also wessen, das ist der schicksalhafte Spruch. Ach, das ist es, Fatum. In grimmen Mutes sprach der kühne Hagen. Das ließen meine Herren schwerlich sich sagen. Wir verlören bei den Hunden Leben all und Leib. Nun zeig uns übers Wasser allerweisestes Weib. Sie sprach. Willst du nicht anders und soll die Fahrt geschehen, so siehst du überm Wasser eine Herberge stehen. Darin ist ein Fährmann und sonst nicht nahe noch fern. Weiter nachzufragen, des begab er sich nun gern. Hagen nach dem unheilvoll prophezeienden Gespräch mit den beiden Mervib hält nun Ausschau nach dem Fährmann. Sondern wir müssen uns darunter nicht irgendeinen simplen Fährigen vorstellen, sondern selbstverständlich handelt es sich um einen strategisch wichtigen Posten, den er einnimmt. Er ist ein Ministerialer, also ein adliger Herr des Bayernherzogs. Und Hagen stellt sich also an das Ufer und brüllt hinüber. 1550 Nun hol mich über, Ferge, sprach der Degengut. So geb ich dir zum Lohne eine Spange goldes Rot. Mir tut das Überfahren das Wisse wahrhaftig Not. Es brauchte nicht zu dienen, der reiche Schiffersmann. Lohn nahm er nur selten von jemandem an. Auch waren seine Knechte, zumal von stolzem Mut. Noch immer stand da Hagen, diesseits allein bei der Flut. Da rief er so gewaltig, der ganze Strom erscholl von des Heldenstärke. Die war so groß und voll. Und nun lockt er den Fährmann, obwohl der ein adliger Herr ist, wie gesagt, und von einer gewissen Macht und auch einem gewissen Reichtum, ist er gold- und geldgierig. Das erklärt unser Dichter psychologisch sehr klug und geschickt, denn er hat gerade geheiratet, und nun will er seine Frau schenken. 1553 Hagen, hoch an seinem Schwerte, er ihm die Spange bot, die war schön und glänzte von lichtem Golde Rot, daß er ihn überbrächte in Gelfrathens Land. Also, ein goldenen Ring steckt Hagen an die Spitze des Schwertes und schwenkt diese kostbare Gabe vor den Augen des goldgierigen Fergen. Auch hatte dieser Ferge vor kurzem sich beweibt, die Gier nach großem Gute zu bösem Ende treibt. Er dachte zu verdienen, Hagens Gold so rot. Da litt er von dem Degen hier den Schwert grimmen Tod. Er weigert sich nämlich, Hagen überzufahren, überzusetzen, weil Hagen sich unter falschem Namen gemeldet hat. »Nein, um Gottes Willen«, sprach Hagen dagegen, »ich bin ein fremder Recke, besorgt um andere Degen. So nehmt denn freundlich hin meinen Sollt und fahrt uns hinüber, ich bin euch wahrhaft, ich heult.« Aber, 1558, da sprach der Fährmann wieder, »Das kann nun mal nicht sein. Viel der Feinde haben die lieben Herren mein, drum fahr ich keinen Fremden hinüber in ihr Land. Wenn euch das Leben lieb ist, so tretet aus an den Strand.« »Das tu ich nicht«, sprach Hagen, »traurig ist mein Mut. Nehmt zum Gedächtnis die goldene Spange gut und fahrt uns über tausend Ross und auch so manchen Mann. Da sprach der Grimme Ferge, »Das wird nimmer getan.« Und nun tut er, was er nicht hätte tun sollen. Er hob ein starkes Ruder, mächtig und breit, und schlug es auf Hagen. Es war dem später leid. Dass er, Hagen, im Schiffe niederstrauchelt auf die Knie. Solchen grimmen Fergen fand er von Tronje noch nie. Noch stärker zu erzürnen, den kühnen Fremdling, schwank er seine Ruderstange, dass sie gar zersprang auf das Haupt dem Hagen. Der war ein starker Mann. Da von der böse Ferge bald großen Schaden gewann. Mit grimmiger Mute griff Hagen gleich zur Hand, zur Seite, nach der Scheide, wo er ein Waffen fand. Er schlug das Haupt ihm nieder und warf es auf den Grund. Bald wurden diese Mähren den stolzen Burgunden kund. Im selben Augenblick, als er den Fährmann schlug, glitt das Schiff zur Strömung. Das war ihm leid genug. Und nun steuert er mühsam das Schiff durch die wütenden Wogen zu seinen Herrn, zu seinen Leuten. 1566, mit Gruß ihn wohl empfingen, die edeln Ritter gut. Sie sahen in dem Schiffe, rauchen noch das Blut von einer starken Wunde, die er dem Fergen schlug. Danach ward von den Degen befraget Hagen genug. Als der König Gunther das heiße Blut ersah, in dem Schiffe schweben, wie bald sprach er da, »Wo ist denn Herr Hagen, der Fährmann, hingekommen? Eure starken Kräfte haben ihm wohl das Reben benommen.« Da sprach er mit Verleugnen, »Als ich das Schifflein fand bei einer wilden Weide, da löst es meine Hand, und ich habe keinen Fergen heute hier gesehen. Leid ist auch niemandem von meinen Händen geschehen.« Und nun wieder eine archaische Führerfigur, der Held als Steuermann, der Held als Schiffer. 1570 Laut rief da Hagen, »Legt auf den Boden her, ihr Knechte, das Geräte. Ich gedenke, daß ich mehr der allerbeste Ferge war, den man am Rheine fand. Ich bring euch hinüber, gar wohl in Gelfrathens Land.« Sie trugen zu dem Schiffe ihr Gut und ihre Wehr, nun einmal ihre Reise nicht zu vermeiden mehr. Hagen fuhr sie über. Da brachte an den Strand manchen Zierenrecken in das unbekannte Land. Da er sie wohlgeborgen über Flut gebracht, da war der fremden Meere das schnelle Held bedacht, die ihm verkündet hatte, das wilde Meerweib. Dem Kaplan des Königs ging es da schier an Leben und Leib. Sie erinnern sich, das Meerweib hatte weiß gesagt, »Einzig und allein der Kaplan des Königs wird Heil wieder nach Hause kommen.« Und nun greift Hagen dem Schicksal in den Rachen und will diesen weisen Spruch, diesen prophetischen Spruch, widerlegen, und zwar, indem er den Pfaffen ins Wasser stürzt. 1575 Bei seinem Weihgeräte er den Pfaffen fand, auf dem Heiligtume sich stützend mit der Hand. Das kam ihm nicht zugute, als Hagen ihn ersah. Der unglückselige Priester viel Beschwerde litt er da. Hagen schwang ihn aus dem Schiffe mit jäher Gewalt. Da riefen ihrer Viele, »Halt, Hagen, halt!« Giselherr, der Junge, hub zu Zürnen an. Hagen wollte es doch nicht lassen, bis er ihm Leides getan. Da sprach von Burgunden der König Gernot, »Was hilft euch wohl, Herr Hagen, des Kaplanes tot? Tät dies anders jemand? Es sollt ihm werden Leid. Was verschuldete der Priester, daß ihr so wider ihn seid?« Der Pfaffe schwamm nach Kräften. Er hoffte zu entgehen, »Wenn ihm nur jemand Hilfe!« Das konnte nicht geschehen, denn der starke Hagen, gar zornig war sein Mut, stieß ihn zugrunde nieder. Das tauchte niemanden gut. Als der arme Pfaffe hier keine Hilfe sah, da wandte er sich ans Ufer. Beschwerde litt er da. Ob er nicht schwimmen konnte, doch half ihm Gottes Hand, daß er wohlgeborgen, hinwieder kam an den Strand. Da stand der arme Priester und schüttelte sein Kleid. Daran erkannte Hagen, ihm habe Wahrheit Unmeidliche verkündet, das wilde Meerweib. Er dachte, diese Degen verlieren Leben und Leib. Hagen also wird wieder Willen zum Exekutor der Weissagung, zum Instrument des Schicksals. Und nun bricht er, wie wir heute noch redensartlich sagen, die Brücke hinter sich ab. Als sie das Schiff entladen und ans Gestalt geschafft, was darauf besessen der Könige Ritterschaft, schlug Hagen es in Stücke und warf es in die Flut. Das wunderte gewaltig die Recken edel und gut. Bruder, warum tut ihr das, sprach da Dankwart, wie sollen wir hinüber bei unserer Wiederfahrt, wenn wir von den Hunnen reiten an den Rhein. Hernach sagt ihm Hagen, das könne nimmer mehr sein. Da sprach der Held von Tronje, ich tat's mit Wohlbedacht. Haben wir einen Feigling in dieses Land gebracht, der uns entrinnen möchte in seines Herzens Not, der muss an diesen Wogen leiden, schmählichen Tod. Die Rosse standen harnd, die Säumer wohl geladen. Sie hatten auf der Reise bisher noch keinen Schaden genommen, der sich schmerzte als des Königs Kaplan. Der mußt auf seinen Füßen sich zum reine Suchen bahn. Die 26. Aventüre ist die Eröffnung des Endes. Sie müssen heftige Kämpfe kämpfen, unter anderem gegen die bayerischen Grafen Else und Gelbfrat. Der Zug führt über Passau, wo der Bischof Pilgrim sie beherbergt. Der Bischof Pilgrim, eine Figur der Zeitgeschichte, der Dichter macht sie zum Oheim, also zum Mutterbruder der Burgunderkönige. Und nun kommen sie schließlich nach Bechlaren zum Magrafen Rüdiger. Die Aventüre beginnt 1586, als sie nun alle waren, gekommen an den Strand, da fragte König Gunther, also ans jenseitige Ufer ist gemeint, nicht wahr? Da fragte König Gunther, Wer soll uns durch das Land die rechten Wege weisen, daß wir nicht irre gehen? Da sprach der starke Volker, lasst mich das Amt nur versehen. Nun haltet an, sprach Hagen, sei es Ritter oder Knecht, man soll Freunden folgen, das bedüngt mich recht, eine ungefüge Meere mache ich euch bekannt. Wir kommen nimmer wieder Heim in der Burgundenland. Das sagten mir zwei Meerfrauen heute Morgen fru. Wir kämen nimmer wieder. Nun rate ich, was man tue. Waffnet euch, ihr Helden, ihr sollt euch wohl bewahren. Wir finden starke Feinde und müssen drum wehrhaft fahren. Ich wähnt auf Lug zu finden, die weisen Meerfrauen. Sie sagten mir, nicht einer werde wieder schauen, die Heimat von uns allen bis auf den Kappellan. Drum hätt ich ihm so gerne heut den Tod angetan. Da flogen diese Meeren von Schar zu Schar einher, bleich verschrecken wurden, Degen, Kühn und Heer, als sie die Sorge faßte vor dem herben Tod auf dieser Hofreise. Das schuf ihnen wahrlich Not. Als sie nun in Bechelern, Pöchlern, beim Markgrafen Rüdiger ankommen, da ist die Freude des Gastgebers groß, vorletzte Strophe dieser Aventüre 1648, wohl mir dieser Gäste sprach sprach da Rüdiger, daß mir zu Hause kommen diese Recken her, denen ich noch selten habe einen Dienst getan. Entgegenreitet ihnen, sei es Freund oder Untertan. Und nun folgt in der nächsten Abenteure der 27. ein liebevoll gezeichnetes Kontrastbild, eine liebevoll gezeichnete Genreszene, wo das Idyll von Bechelern noch einmal die menschlichen Tugenden der Freundschaft, der Achtung vor dem Anderen, des Vertrauens und der Liebe vorführt, bevor diese Welt in Mord und Flammen Brand versinkt. Diese Stimmung der Liebe, der Neigung, des Vertrauens, die manifestiert sich in einer Verlobung. Eine Verlobung, die übrigens auch rechtliche Folgen haben wird, denn eine Schwägerschaft hat so etwas wie bindende Kraft und wenn sie nicht juristischer Art ist, so ist sie doch gewiss moralisch emotionaler Art das werden wir hören, wenn Rüdiger seinen furchtbaren Seelenkonflikt erleidet, an dem er zugrunde gehen muss. Sie werden, wie wir das längst erwarten, festlich empfangen und üppig bewirtet. Den Gästen ging zuliebe die edle Markgräfin mit ihnen zu den Tischen. Die Tochter ließ sie drinnen bei den Mäglein weilen, wo sie nach Sitte blieb. Daß sie die nicht mehr sahen, das war den Gästen nicht lieb. Als sie getrunken hatten und gegessen überall, da führte man die Schöne wieder in den Saal. Anmut gereden wurden nicht gescheut. Viel sprach deren Volker ein Degen kühn und all bereit. Und nun bereitet Volker klug und feinsinnig die Schwäger Verbindung zwischen Rüdiger und den Burgunder vor. 1674 Da sprach unverhohlen der edle Spielmann »Vielreicher Markgraf, Gott hat an euch getan nach allen seinen Gnaden. Er hat euch gegeben ein Weib so rechte Schönes, dazu ein wonnigliches Leben. Wenn ich ein König wäre, sprach der Spielmann und sollte Krone tragen, zum Weibe nehme ich dann eure schöne Tochter, die wünschte sich mein Mut. Sie ist minniglich zu schauen, dazu edel und auch gut. Der Markgraf, der als Flüchtling an Etzels Hof gekommen ist, entgegnet, wie möchte das wohl sein, dass ein König je begehrte, der lieben Tochter mein, wir sind hier beide heimatlos, ich und mein Weib, was hilft große Schönheit unserer guten Tochter Leib? Zur Antwort gab ihm Gernot der edle Degen gut, sollt ich ein Weib mir wählen nach meinem Sinn und Mut, so wäre ich solches Weibes stets von Herzen froh. Darauf versetzte Hagen in höf'schen Züchten so. Nun soll sich doch beweiben, mein Herr Giesel her, es ist so hohen Stammes die Markgräfin her, daß wir ihr gerne dienten, ich und all sein Lehn, wenn sie bei bei den Burgunden unter Krone sollte gehen. Diese Rede deuchte den Markgrafen gut und auch Gotelinde, wohl freute sich ihr Mut, da schofen es die Helden, daß sie zum Weibe nahm, Giesel her, der edle, wie er's mochte, ohne Scham. Und nun wieder die Stimme des Fatums, s' was sich soll gefürgen, wer mag das unterstehen, was geschehen muß, muß geschehen, soll ein Ding sich fügen, wer mag ihm widerstehen, man bat die Jungfrau hin zu Hof zu gehen, da schwur man ihm zu geben, das schöne Mägdelein, wogegen er sich erbot, die Wornigliche zu freien. Der Verlobungsakt ist immer der vertragliche Akt, es wird jetzt die Morgengabe zugewiesen, man bescheht der Jungfrau, Burgen und auch Land. Da sicherte mit Eiden des Edeln Königs Hand und Gernot der Degen, es werde so getan. Da sprach der Markgraf, Da ich Burgen Wir wir kennen den Umstand schon. Mancher junge Held stand ihr gegenüber in fröhlichem Mut. Er gedachte in seinem Sinne, wie noch ein Junge gerne tut. Als man begann zu fragen, die Männigliche Meid, ob sie den Recken wolle, zum Teil war es ihr Leid. Sie zögert also schüchtern mit dem Ja-Wort. Ihr riet ihr Vater Rüdiger, daß sie spräche, ja, und daß sie gern ihn nehme. Wie schnell war er da mit seinen weißen Händen, womit er sie umschloss, Gieselherr, der Junge, wie wenig sie ihn doch genoß. Da begann der Markgraf, ihr edlen Könige Reich, wenn ihr nun wieder reitet heim in euer Reich, so geb ich euch, so ist es am schicklichsten die Mark, daß ihr sie mit euch führet. Also ward es zugesagt. Als sie gegessen hatten und nun von dann fahren wollten zu den Hunden, davor will ich euch wahren, sprach der edle Markgraf, ihr sollt noch hier bestehen, so liebe Gäste hab ich lange nicht bei mir gesehen. Meine lieben Herren, ihr dürft mir es nicht versagen, wohl geb ich euch die Speise zu vierzehn Tagen, euch und dem Gesinde, das mit euch hergekommen. Mir hat der König Etzel noch gar selten was genommen. Wie sehr sie sich auch wehrten, sie mußten da bestehen, bis an den vierten Morgen. Da sah man geschehen durch des Wirtes milde, was reiten ward bekannt. Er gab seinen Gästen beides Rosse und Gewand. Also wieder die Abschiedsthermonie, die wir schon kennen. Länger als vier Tage meinen die Burgunder nicht bleiben zu können und nun wird der Abschied verschönt durch Geschenke, durch reiche Geschenke. Da meldet sich in unserem Dichte natürlich auch wieder seine sympathische Nähe zum Volk der Spielleute. 1694 Der Wirt bot seine Gaben den Degen allzumal, ehe die edeln Gäste kamen vor den Saal. Er konnte wohl mit Ehren in hoher Milde leben. Seine schöne Tochter hat er Geselherrn gegeben, da gab er Gernoten eine Waffe gut genug, die hernach in Stürmen der Degen herrlich trug. Ihm gönnte wohl die Gabe des Markgrafen Weib. Doch verlor der gute Rüdiger davon noch Leben und Leib. Das ist die schreckliche, traurige Ironie dieses Geschenks. Es wird dieses Schwert sein, das Rüdiger Gernot schenkt, mit dem Gernot Rüdiger schlagen wird. Rüdiger gab König Guntern dem Helden ohne gleich, was wohl mit Ehren führte der edle König Reich, wie selten er auch gab empfing, ein gutes Streit gewand. Da neigte sich der König vor des milden Rüdigers Hand. An sich kann ein König natürlich keine Gabe annehmen, daher also wie er selten gab Empfiehlinge, aber hier werden andeutungsweise die Standesgrenzen einmal, wenn nicht durchbrochen, so doch gelockert. Und nun ist die Reihe an Hagen. Alles dess ich ihr Gesachs brach do hagene, so ein gärtig Hinnen Meere, nicht zertragene, nüvern jenes Schildes dort an der Wand, denn wollte ich gerne führen in das Etzellenland. Das ist die Strophe 1698. Sie ist von großem Gewicht, denn dieser Schild wird eine entscheidende Rolle spielen in der finalen Auseinandersetzung zwischen Rüdiger und den Burgunden. Es handelt sich um den Schild des gefallenen Bruders oder Sohnes, das ist nicht ganz klar, Nudung heißt er, der Markgräfin. Als die Rede Hagens die Markgräfin vernahm, ihres Leids ermahnter sie, daß ihr das Weinen kam. Mit Schmerzen gedachte sie an Nudungstod, den Wittig hat erschlagen, das schuf schuf ihr Jammer und Not. Da erhob sich vom Sitze die Markgräfin mild, mit ihren weißen Händen hob sie herab den Schild und trug ihn hin zu Hagen, der nahm ihn an die Hand. Die Gabe war mit Ehren an den Recken gewandt. Rüdiger gibt ihnen nun das Geleit zu Etzel, auch das ist ein sehr wichtiger Vorgang, der weit über die Gäste der Höflichkeit hinausgeht. Geleit bedeutet die Garantie der Sicherheit und diese Garantie der Sicherheit versucht Rüdiger auch noch einzuhalten, als es um den endlichen, den letzten Kampf gegen die Burg untergeht an Etzelshof. Es folgt wieder eine interessante Szene, eine kleine Genreszene, die einzige Szene in der mittelhochdeutschen Epik, in der praktizierter Minnesang geschildert wird. Volker nämlich der Schnelle mit sin erfütteln dann dir gezoggen liechen für Gotte lindes dann. Er füttelte Sörse Döne und sang er sinuliert. Damit nahm er Urlaub, do er von Bechlaren schert. Also die klassische Minnesänger Attitüde, er spielt auf seinem Instrument, er singt ihr seinen Minnesang und dient ihr auf die Weise und wird auch von ihr belohnt. In Simrocks Übersetzung, da hat er mit der Fiedel, Volker, der schnelle Held, sich vor Gotelinde höfisch hingestellt. Er geigte süße Töne und sang und sang dazu sein Lied. Damit nahm er Urlaub, als er von Bechlaren schied. Da ließ die Margrefin eine Lade näher tragen, von freundlicher Gabe mögt ihr nun hören sagen. Zwölf Spangen, die sie aus ihr nahm, schob sie ihm an die Hand. Die sollt ihr führen, Volker, mit euch in der Hunnenland und sollt sie mir zuliebe dort am Hofe tragen, wenn ihr wiederkehret, daß man mir möge sagen, wie ihr gedient mir habt bei dem Hof gelach. Wie sie ihn gebeten, so tat der Degen Herr nach. So tat er zwar Herr nach, nur wiederkehren wird er nicht. Der Wirt sprach zu den Gästen, daß ihr nun sicherer fahrt, will ich euch selbst geleiten. So seid ihr wohl bewahrt, daß ihr auf der Straße nicht werdet angerannt. Seine Saumrosse, die belut man gleich zur Hand. Ankunft in Etzelnburg Empfang Ein Boote wird vorausgeschickt, 1714. Da ritt in Eil der Boote ins Österreicher Land. So ward es allenthalben den Leuten bald bekannt, daß die Helden kämen von Worms über Rhein. Dem Ingesind des Königs konnte es lieber nicht sein. Die Booten vordrangen mit diesen Meeren, daß die Nibelungen bei den Hunnen wären. Nun spricht Etzel, du sollst sie wohl empfangen, Krimhild, Frau we mein, nach großen Ehren kommen, dir die lieben Brüder dein. 1716 Krimhild die Frau we in ein Fenster stuunt, sie warte nach den Magen, so frünt nach frünt ent tuunt, von der Vaterlande sag sie mannigen Mann, der König frierst auch die Meere, vor Lieb er lachen begann, also Krimhild an ein Fenster ging, sie späte nach den Brüdern, wie Freund den Freund empfing, aus ihres Vaters Lande sah sie manchen ziehen heran, auch Etzel hört die Meere, vor Freud er zu lächeln begann, Nun wohl mir dieser Freude sprach da Krimhild, hier bringen meine Freunde gar manchen neuen Schild und Panzer glänzend helle, wer nehmen will mein Gold und meines Leids gedenken, dem will ich immer bleiben hold. Hier bricht wieder uraltes Urgestein an die Oberfläche, denn die Freude über die Ankunft ihrer Verwandten, die gehört natürlich nicht mehr in diesen Zusammenhang unseres Dichters, wohl aber gehört in den Kontext Krimhilds Versuch, wieder mit Hilfe ihres Goldes Helfer zu gewinnen, gegen ihre Freunde. Die 28. 29. 30. Abenteure, die beschreiben den ersten Tag an Etzels Hof. Wie Krimhild Hagenen empfiehl, 1718, als die Burgunden kamen in das Land, da erfuhr es von Bern, der alte Hildebrand, er sagte es seinem Herrn, Dietrichen war es Leid. Er hieß ihn wohl empfangen, der kühnen Ritter geleit. König Dietrich ist wie Rüdiger ein Exzulant, ein Flüchtling an Etzels Hof und gemäß der ritterlich redlichen Natur seines Wesens warnt er die Ankömmlinge. 1723 Als sie der edle Dietrich ihm entgegenkommen sah, nun mögt ihr wohl vernehmen, was er sagte da zu Frau Utens Söhnen, leid war ihm ihre Fahrt. Erwähnte, Rüdiger wüsste es und hätte es ihnen offenbart. Rüdiger aber wußte es nicht. Willkommen mir, ihr Herrn, Gunther und Gesel her, gernot und Hagen, Herr Volker auch so sehr, und Dank wartet der Schnelle. Ist euch das nicht bekannt? Schwer beweint noch Friedenswunden lassen wir nun stehen. So lange lebt Frau Kriemhild, mag schade wohl geschehen, so redete von Berne der edle Dietrich. Trost der Nibelungen, davor behüte du dich. Wie soll ich mich behüten, sprach der König her, Etzel sand uns Boten, was sollt ich fragen mehr, dass wir zu ihm ritten her in dieses Land. Auch hat uns manche Botschaft meine Schwester Kriemhild gesandt. So will ich euch raten, sprach wieder Hagen, lasst euch diese Meere doch zu Ende sagen, Dietrich, den Herrn und seine Helden gut, dass sie euch wissen lassen, der Frau Kriemhilde Mut. Da gingen die drei Könige und sprachen unter sich, Herr Gunther und Gernot und Herr Dieterich. Nun sag uns von Berne, du edler Ritter, gut, was du wissen mögest von der Königin Mut. Da sprach der Vogt von Berne, Was soll ich weiter sagen? Ich höre alle Morgen weinen und klagen, Ätzels Weib vor Kriemhild in jämmerlicher Not, zum reichen Gott vom Himmel, um des starken Siegfried Tod. Es Es ist halt zu Wenden, sprach der kühne Mann Volker der Fiedler, was ihr uns kundgetan. Lasst uns zu Hofe reiten und einmal da besehen, was uns schnellen Degen bei den Hunnen möge geschehen. Und nunmehr und von nun antritt Hagen ganz in den Vordergrund. Die kühnen Burgunden hin zu Hofe ritten. Sie kamen stolz gezogen nach ihres Landessitten. Da wollten bei den Hunnen gar mancher kühne Mann von Tronje Hagen schauen, wie der wohl wäre, getan. Es war durch die Sage dem Volk bekannt genug, daß er von Niederlanden Siegfrieden schlug, aller recken stärksten Frau Kriemhildens Mann. Drum war so großes Fragen bei Hof nach Hagen getan. Der Held war wohl gewachsen, das ist gewißlich wahr, breit die Brust und Schultern. Gemischet war sein Haar mit einer greisen Farbe, von Beinen war er lang und schrecklich von Antlitz, er hatte herrlichen Gang. Und nun eine tückische taktische Maßnahme, Kriemhilds. Sie teilt die Masse auf. Da schuf man Herberge den Burgunden legen. Gunters Ingesinde ließ man gesondert legen, das riet die Königstochter, die ihm viel Hasses trug. Da Heermann bald die Knechte in der Herberge erschlug. Dankwart, Hagens Bruder, war da Marschall. Der König sein Gesinde ihm fleißig anbefahl, daß er sie gut verpflege und ihnen geb genug. Der Held von Burgunden Holden Sinn dem Heere trug. Also zu dem Fußvolk wird Dankwart, Hagens Bruder, abgeordnet. Als Marschall, sagt der Dichter, Tuchses wäre vielleicht die korrektere Formulierung gewesen. Er jedenfalls ist der Führer dieser Gruppe und er ist der Einzige, der sich auch retten wird, als sie wehrlos, waffenlos im Saale niedergemetzelt werden, von Etzels Bruder Blüdel. Nun folgt der erste Zusammenstoß Griemhilds mit Hagen und wieder statt analytischer Erörterung die Gäste die Regie der Szene. 1737 Griemhild die Schöne mit ihr gesinnene Gier, da sie die Nibbelunge mit falschem Murt empfieh, sie kusste Kieselheeren und nahm in wieder das sach von Tronje Hagene den Helm erfasster gebannt. Nichts als eine einzige Gäste auf die Eröffnung einer Situation, die tödlich ist, nämlich Griemhild die Schöne mit dem Gesinde ging, wo sie die Nibelungen mit falschem Mut empfing. Sie küßte Geselheeren Geselheeren zu zu dieser Hochzeit getan. Kiemhild sprach, »Seid willkommen dem, der euch gerne sieht. Eurer Freundschaft willen kein Gruß euch hier geschieht. Sagt, was ihr mir bringet von Worms über Rhein, daß ihr mir so höchlich solltet willkommen sein.« »Was sind das für Sachen?« sprach Hagen entgegen, »daß euch Gaben bringen sollten diese Degen. So reich wär ich gewesen, hätt ich das gedacht, daß ich euch meine Gabe her ins Land hätte gebracht. Ich wäre wohl so wie ich hätt ich mich das Verdacht, daß ich ümine Gabe her zu Lande hätte gebracht. Das heißt, wenn ich so reich wäre, daß ich euch etwas schenken könnte. Kriemhild, nun? Nun frage ich um die Meere weiter bei euch an. Der Hort der Nibelungen, wohin ward der getan? Der war doch mein Eigen, das ist euch wohl bekannt. Den solltet ihr mir haben, gebracht in König Etzels Land. In Treuen, Frau Kriemhild, schon mancher Tag ist hin, den Hort der Nibelungen, seit ich des ledig bin, ihn ließen meine Herren senken in den Rhein, da muß er auch in Wahrheit bis zum jüngsten Tage sein. Die Königin versetzte, ich dachte es wohl vorher, ihr habt mir noch wenig davon gebracht hierher, wie wohl er war mein Eigen und ich sein Weiland pflag, drum hab ich seither immer gar manchen traurigen Tag. Ich bring euch den Teufel, sprach wieder Hagen, ich hab an meinem Schilde so viel zu tragen und an meinem Harnisch, mein Helm, der ist Licht, das Schwert an meiner Seite, dumm bring ich ihn euch nicht. Ich bring üh den Tüfel, da verlässt ihn alle höfische Zucht in dieser extremen Situation der Auseinandersetzung. Das Schwert an meiner Seite, dumm bring ich ihn euch nicht. Das Schwert an meine Hände, das ist Siegfrieds Schwert. Da sprach die Königstochter zu den Recken allzumal, man soll keine Waffen tragen hier im Saal, vertraut sie mir, ihr Helden, zur Verwahrung an. In Treuen sprach der Hagen, das wird niemals getan. Ich begehre nicht der Ehre, Fürstengattin Mild, dass ihr zur Herberge tragt meinen Schild und an der Streitgeräte. Ihr seid hier Königin, so lehrte mich mein Vater, dass ich selbst ihr Hüter bin. An dieser Weigerung Hagens erkennt Krimhild, dass die Burgunder gewarnt sind. O weh dieses Leides, sprach da Krimhild, warum will mein Bruder und Hagen seinen Schild nicht verwahren lassen, gewiß, sie sind gewarnt. Und wüsste ich, wer es hat getan, der Tod, der hielt ihn umgabend. Sie sind Gewarnot, und wesse ich, wer das täte, ich riert im immer immer sehnen Tod. Wir wissen, wer gewarnt hat, und der braust auch sofort in seinem Edelmut auf. Im Zorn gab ihr Antwort Dietrich sogleich, ich bin es, der gewarnt hat, die edeln Fürsten reich, und Hagen, den kühnen, der burgunden Mann. Nur zu, du Braut des Teufels, du tust kein Leid mir drum an. Also hier bricht natürlich wieder eine uralte Schicht in die höfische Welt von Gesittung und Sitte ein. Niemals würde ein König wie Dietrich der Herren des Reiches und Hofes der Königin eine solche Anrede zumuten wie hier Nuzur Wallandine, das heißt also Teufelin, Simok übersetzt Braut des Teufels. Da schämte sich gewaltig die edle Königin. Sie fürchtete sich bitter vor Dietrichs Heldensinn. Sie ging als dann von Dannen, kein Wort mehr sprach sie da, nur daß sie nach den Feinden mit geschwindenden Blicken sah. Unter dem Druck der sich nahenden Gefahr und Gefährdung erweist sich eine gewisse Männersolidarität. 1750 Da nahmen bei den Händen zwei der Degen sich, der eine war Hagen, der andere Dietrich. Da sprach wohlgezogen der Degen allbereit, eure Reise zu den Hunnen, die ist in Wahrheit mir leid. Da die Königstochter so gesprochen hat. Von ihr Hagen zu allem wird schon Rat. So sprachen zueinander die Recken wohlgetan. Das sah der König Etzel, der gleich zu Fragen begann. Die Meere wüsste ich gerne, wer der Recke wäre. Also er fragt nach Hagen und erkennt dann in Hagen einen alten Jugendgefährten. Das spielt an auf die Erlebnisse, die sie gemeinsam durchgestanden haben, in der Valtarius-Sage, die hier also hineinspielt und auf die wir hier nicht eingehen wollen und können. 1757 Etzel gedachte langer Meere, die waren eh geschehen. So gedacht er alter Zeiten und was vor dem geschehen. Seinen Freund von Tronje hat er hier gesehen, der ihm in seiner Jugend oft große Dienste bot. Jetzt schlug er ihm im Alter viel lieber Freunde zu Tod. Die 29. Abenteure hat die schlichte Überschrift »Wir er nicht gehen er ufsturend«, wie er nicht vor ihr aufstand. Da haben sie wieder einen Hinweis darauf, dass der Dichter in Gästen ganz einfachen Gebärden ungeheure seelische Auseinandersetzungen zu zeichnen versucht und es gelingt ihm auch. Die Auseinandersetzung wird also gesteigert, die zwischen Hagen und Krimhild durch Streitgespräche und Situationen und Gebärden. Vor allem aber ist die 29. Abenteure eine Aristie, eine Verklärung einer Männerfreundschaft, einer Kompagnonnage, eines Männerbündnisses eben zwischen Hagen und Volker. Auch das hat seine Tradition in der Heldendichtung denken wir an Homer, denken wir an Achille und Patroklos, denken wir an das französische Heldenepos, die Chanson de Roland, an das Heldenpaar Roland und Olivier, Roland und Olivier. Ich setze ein mit Strophe 1760. Noch ließ man die Herren auf dem Hofe stehen. Die Beiden ganz alleine sah man von Dannen gehen über den Hof hin ferne vor einem Palast weit. Die Außerwählten scheuten sich vor niemandes Streit. Diese beiden sind also Hagen und Volker. Sie setzten vor dem Hause sich gegenüber einem Saal, der war wie milden, auf eine Bank zu Tal. An ihrem Leibe glänzte ihr herrlich Gewand. Gar manche, die das sahen, hätten gern sie gekannt. Wie die wilden Tiere gaffte sie da an, die übermütigen Helden, mancher Hunnenmann. Da sah sie durch ein Fenster Etzels Königin. Das betrübte wieder der schönen Krim Hildesinn. Sie gedacht ihres Leides. Zu weinen hub sie an. Das wunderte die Degen, die Etzeln untertan, was ihr bekümmert hätte, so sehr den hohen Mut. Da sprach sie, das tat Hagen, ihr Helden kühn und auch gut. Sie sprachen zu der Frauen, wie ist das geschehen? Wir haben euch doch eben noch wohlgemut gesehen, wie kühn er auch wäre, der es euch müßt er empfangen. Nun also der Vorgang der Aufreizung, der erste Versuch, Grimhilds Hagen umbringen zu lassen, ermorden zu lassen. Grimhild nun an die Hunnenkrieger 1765, dem wollte ich immer danken, der Rechte dieses Leid, was er nur begehrte, ich wäre dazu bereit, ich fall euch zu Füßen, so sprach des Königs Weib, recht mich an Hagen, Er verliere Leben und Leib. Da rüsteten die Kühnen sich sechzig an der Zahl. Grimhild zuliebe wollten sie vor den Saal und wollten Hagen schlagen, diesen kühnen Mann dazu, den Fiedelspieler, das ward einmütig getan. Aber es zeigt sich, sechzig wären gewiß noch zu wenig. Da warnt Grimhild, von solchem Unterfangen Ratig abzustehen, ihr dürft in so geringer Zahl nicht mit Hagen streiten gehen, wie gesagt sechzig zu zweit. Als sie die Rede hörten, rüsteten sich mehr, vierhundert Recken. Der Königin her lag lag sehr am Herzen die Rache für ihr Leid. Da wurde bald den Degen große Sorge bereit. Als sie ihr Gesinde wohl bewaffnet sah, zu den schnellen Recken sprach die Königin da, nun hart eine Weile, ihr sollt noch stille stehen, ich will unter Krone hin zu meinen Feinden gehen. Das heißt, sie will sie provozieren durch ihre Gestalt, durch die Tatsache, dass sie an ihnen königlich vorbeischreitet. Da sah der Fiedelspieler, der kühne Spielmann, die edle Königstochter von der Stiege nahen, die aus dem Hause führte. Als er das er sah, zu seinem Heergesellen sprach der kühne Volker da, nun schauet Freund Hagen, wie sie dort her naht, die uns ohne Treue ins Land geladen hat. Ich sah mit einer Königin nie so manchen Mann die Schwerter in den Händen, also streit lustig nahen. Es ist gegen das Protokoll, dass Männer gewaffnet mit bloßen Schwertern im Gefolge einer Königin gehen. Nun sagt mir, Freund Volker, antwortet Hagen, nun, denkt ihr mir beizustehen, wenn mit mir streiten wollen, die in Krimhills lehn, das lasst mich vernehmen, so lieb, als ich euch sei, ich stehe euch mit Diensten immer wieder treulich bei. Sicherlich, ich helfe euch, so sprach der Volker, und sehe ich uns entgegen, mit seinem ganzen Heer den König zu kommen, all meines Lebens Zeit, weich ich von eurer Seite, aus Furcht nicht eines Fußes breit. Und nun die zeichenhafte Gästig. 1780 Die Königin tritt heran. Nustever von dem Sädele, sprach der Spillmann, sie ist ein Königine, und lad sie für gar, wirten ihr dir Ehre, sie ist ein Edelieb, damit ist auch getübert unser Erdwedders Lieb. Der feinsinnige, wohlerzogene Volker ermahnt also, sie beide, sie möchten aufstehen, denn es handelt sich immerhin um die Königin, ein Edelieb, und, sehr schöner Gedanke, der nämlich der Reziprozität, der Entsprechung, wenn ich Ehre einem anderen erweise, erweise ich dadurch Ehre auch mir. Das heißt also, in der Übersetzung stehen wir auf vom Sitze, sprach der Fiedelmann vor der Königstochter, so sie nun kommt heran, bieten wir die Ehre der edlen Königin, das bringt auch uns beiden an eigenen Ehren Gewinn. Nein, wenn ihr mich lieb habt, sprach da wieder Hagen, es möchten diese Degen mit dem Wahn sich tragen, daß ich aus Furcht es täte und dachte wegzugehen. Von dem Sitze mein ich, vor ihrer keinem aufzustehen, daß wir es bleiben lassen, das ziemt uns ganz allein. Soll ich dem Ehre bieten, der mir Feind will sein? Nein, ich tue es nimmer, solange ich leben soll. In aller Welt, was kümmere ich mich um Krim, Hildens, Groll? Wieder nun eine Gäste, eine Gebärde von ungeheurer Intensität, so einfach sie ist, als Tatsache wie als Schilderung. 1783 Der übermürte Hagener leit über Sinibein ein verliechtes Warten, aus des Knopfeschein ein viel lechter Jaspis, grüner dann ein Gras. Woller kannte es Krimel, das ist sie, Regis, was? Der vermessene Hagen legte über die Schenkel hin eine lichte Waffe, aus der im Knaufe schien mit hellem Glanz ein Jaspis, grüner noch als Gras. Wohlerkannte Krimel, dass Siegfried einst sie besaß, sie, diese Waffe. Diese Gebärde ist ja die eines offenen Bekennens, eher Hagen als in diesem Sinne Erbe Siegfrieds. Und eine wüste Herausforderung ist es allemal. Als sie das Schwert erkannte, das schuf ihr große Not. Der Griff war von Golde, der Scheideborte rot. Ermahnt war sie des Leides, zu weinen hub sie an. Ich glaube, Hagen hat es auch eben darum getan. Das Streitgespräch setzt sich fort, das sie beim Empfang schon begonnen hatten. 1787 Sie sprach Nun sagt Herr Hagen Wer hat nach euch gesandt, daß ihr zu reiten wagtet her in dieses Land, da ihr doch wohl wusstet, was ihr mir habt getan? Wart ihr bei gutem Sinn? Ihr dürftet euch nicht unterfahren? Nach mir gesandt hat niemand, sprach er entgegen. Her zu diesem Lande lud man drei Degen, die heißen meine Herren, ich steh in ihrem Lehn, bei keiner Hofreise pfleg ich daheim zu bestehen. Sie sprach, nun sagt mir ferner, was tatet ihr das, daß ihr es verdientet, wenn ich euch trage Hass? Ihr erschluckt Siegfrieden, meinen lieben Mann, den ich bis an mein Ende nicht genug beweinen kann. Wozu der Rede weiter, sprach er, es ist genug, ich bin es, der Hagen, der Siegfrieden schlug, den behänden Degen, wie schwer er das entgalt, daß die Frau Kriemhild die schöne Brunnhilde schallt. Das offene Schuldbekenntnis also. Es wird auch nicht geleugnet, reiche Königin, daß ich an all dem Schaden, dem Schlimmen schuldig bin. Nun räche es, wer da wolle, Weib oder Mann, ich müßt es wahrlich lügen, ich hab euch viel zu leid getan. Sie sprach, da hört ihr recken, wie er die Schuld gesteht an allen meinem Leide, wie's ihm deshalb ergeht, danach will ich nicht fragen, ihr Ätzeln untertan. Die übermütigen Degen blickten all einander an, also die 400, die sie nun geworben hat, um diese beiden Männer umzubringen, die sehen sich unsicher an und bröckeln ab und dann trollen sie sich feige. Es folgt nun der große offizielle Begrüßungsempfang durch Ätzel am Abend des ersten Tages, am Abend der Sonnenwende. Dreißigste Aventüre, wir sie der Schildwacht pflagen, Hagen und Volker nämlich diese Aventüre ist zweifellos Eigentum des letzten Dichters, das ist Lyrik in Eisen, Poesie im Panzer. Eine Reprise oder eine Fortsetzung des Vorigen, also wieder die Kompanionage, wieder die Gesellung Volker und Hagen, ein letztes Aufatmen, ein letzter Trost, eine letzte Tröstung vor dem sicheren Ende, das Kriegsgesetz, das hier leise die lieblichen Gefühle einmal zulässt. 1824 Sehen so hold da tönten seine Seiten das all das Haus erscholl, seine Kraft und sein Geschicke, die waren beide voll, süßer und sanfter zu Geigen hub er an, so spielt er in den Schlummer gar manchen sorgenden Mann. Da sie entschlafen waren und Volker das befand, da nahm der Degen wieder den Schild an die Hand und ging aus dem Hause vor die Türe stehen, zu hüten die Landfremden vor denen in Krim Hildens lehnen. Und durch diese Schildwache vereiteln sie einen wiederum geplanten Überfall. Des Nachtes wohl inmitten, wohl der Nacht inmitten, wenn es erst da geschah, Volker der Kühne einen Helm erglänzen sah, fernher durch das Dunkel. Die Krimhild untertan hätten an den Gästen gerne Schaden getan. Der Hunnenrecken einer, der das Gabalt ersah, die Türe sei behütet, wie schnell sprach er da, Was wir im Sinne hatten, kann nun nicht geschehen, ich sehe den Fiedelspieler vor dem Hause Schildwach stehen, er trägt auf dem Haupt einen Helm von Lichtem Glanz, der ist hart und lauter, stark dazu und ganz, auch lohnen die Panzerringe ihm, wie das Feuer tut, daneben steht doch Hagen, die Gäste sind in guter Hut. Da wandten sie sich wieder. Als Volker das er sah, zu seinem Heergesellen im Zorne sprach er da, nun laßt mich von dem Hause zu den Recken gehen, so frag ich um die Meere, die in Krim Hildens lehn. Also Volker will den Kampf. Hagen rät ab, denn die Saaltür wäre dann entblößt. Nein, wenn ihr mich lieb habt, sprach Hagen entgegen, kämt ihr aus dem Hause, diese schnellen Degen brächten euch mit Schwertern leicht in solche Not, daß ich euch helfen müßte, wär's aller meiner Freunde tot. Wenn wir dann beide kämen in den Streit, so möchten ihrer Zwei oder vier in kurzer Zeit zu dem Hause springen und schüfen solche Not drinnen an den Schlafenden, daß wir's bereuten bis zum Tod. Da sprach wieder Volker, so laßt es nur geschehen, daß sie inne werden, wir haben sie gesehen, so können uns nicht leugnen, die Krimhild untertan, daß sie gerne treulos an den Gästen hätten getan. Volker will wenigstens zeigen, daß ihre Feigheit entdeckt ist. Da rief der Fiedelspieler den Hunden entgegen, wie geht ihr so bewaffnet, ihr behänden Degen, wollt ihr Morden reiten, ihr Krimhild untertan, so nehmt mich zur Hülfe und meinen Heergesellen an. Niemand gab ihm Antwort, zornig war sein Mut. Pfui, feige böse Wichter, sprach der Degen gut, im Schlaf uns zu ermorden, schlichet ihr dazu heran? noch selten getan. Bald ward auch die Meere, der Königin bekannt vom Abzug ihrer Boten, wie schwer sie das empfand, da fügte sie es anders, gar grimmig war ihr Mut, da mußten bald verderben, viel der Helden kühn und gut. Die 31. bis 36. Aventüre schildert den zweiten Tag und das heißt den ersten Kampftag. Ein Kirchgang bildet die Überleitung zum Ausbruch des Kampfes. 1849 Es wird kühl im Morgen, das ist die kälteste Zeit bei der Schildwache und die Ringe des Panzers sind ja leitendes Metall. Also Merkur lennt so die Ringe, so sprach Vollkehr. Ja, wenn die Nacht Welle uns nicht wehren mehr, ich küs es an dem Lufte, es ist viel schiere Tag. Du wackten sie der Mannigen, der noch Slavhände lag. Also mir wird so kühl der Harnisch, sprach der Vollkehr, die Nacht wenig wolle nun nicht wehren mehr. Ich fühle es an den Lüften, es ist nicht weit vom Tag. Da weckten sie gar manchen, der da am Schlaf noch lag. Da schien der lichte Morgen den Gästen in den Saal, Hagen begann zu wecken, die Recken allzumal ob sie zum Münster wollten in die Messe heut. Nach christlichen Sitten erscholl der Glocken Geläut. Die Messbräuche nun der Heiden und der Christen sind natürlich unterschiedlich. Um sie nun einmal Messbräuche zu nennen, wie unser Dichter es tut. Der Gesang war ungleich. Kein Wunder mocht es sein, dass Christen mit Heiden nicht stimmten überein. Da wollten zu der Kirche, die in Gunters lehn. Man sah sie von den Betten allzumal da erstehen. Da schnürten sich die Recken in also gut Gewand, daß nie Helden wieder in eines Königsland bessere Kleider brachten. Hagen war es leid. Er sprach, ihr tätet besser, ihr trügt hier anderlei Kleid. Nun ist euch doch allen die Meere wohl bekannt, drum statt der die Hand statt wohl gesteinter Hüte die lichten Helme gut, da wir so wohl erkennen der armen Krim Hilde Mut, das ist Hagens Predigt Wort, ja sind ü doch genurgen die Märe wohl bekannt, nun traget für dir Rosen die Waffen an der Hand, für Schappel wohl gesteinet der lichten Helme Gurt, sieht wir wohl erkennen der armen Krim Hilde Murt, Würm Mürsen Hüte Strieten, das will ich üsacken, ihr sollt für Sieden Hemde dir Halsperge tragen und für dir Riechen Mäntel Gurte Schilde wieht, ob ihr Mann mit üsirne, dass ihr viel Währlichen sieht, also wir müssen heute streiten, das will ich euch sagen, und statt Seiten Erhemden sollt ihr Halsbergen tragen, das ist die Rüstung, die den Hals schützt, und statt der reichen Mäntel gute Schilde breit, zürnt mit euch jemand, daß ihr wehrhaftig seid, meine meine lieben Herren, Freund und Mannen mein, tretet in die Kirche mit lautem Herzen ein und klagt Gott dem Reichen eure Sorg und Not, denn ihr wisst unbezweifelt, es naht uns allen der Tod. Ihr sollt doch nicht vergessen, was je von euch geschah und steht vor eurem Gotte andächtig da. Lasst euch alle warnen, gute Recken her, es wendet Gott im Himmel, so hört ihr keine Messe mehr. Im Angesicht des Todes also sollen sie auch beichten, ihr sollt doch nicht vergessen, was ihr habt getan. Dieser Hagen wird ganz pastoral, fürsorglich, väterlich. 1857 So gingen zu dem Münster die Fürsten und ihr Lehen. Auf dem Heiligen Friedhof da hieß sie stille stehen Hagen der Kühne, damit man sie nicht schied. Er sprach, noch weiß ja niemand, was von den Hunden geschieht, setzet meine Freunde die Schilde vor den Fuß und lohnt es beut euch jemand feindlichen Gruß mit tiefen Todeswunden, das ist, was Hagen rät. So werdet ihr befunden, wie es euch am löblichsten steht. Das ist der Herren Sitte, daß sie gewaffnet gehen, bei allen Gastgeburten zu dreien vollen Tagen. Was uns hier geschehe, wir würden erzählen, es klagen. Krimelt weiß natürlich, daß das eine erfundene Information ist, daß man um Hof der Burgunden drei Tage lang jeweils gerüstet, gewappnet geht. Wohl vernahm die Königin Hagens Rede da, wie feindlich sie dem Degen unter die Augen sah. Sie wollte doch nicht melden den Brauch in ihrem Land, wie lang bei den Burgunden sie den auch hatte gekannt. Die Atmosphäre wird schwüler, sie droht zu explodieren, der Funke könnte zünden in einem Turnier, in einem Turnier, in dem Volker einen albernen Hunnenadligen, einen Stutzer tötet, aber den sich andeutenden Aufruhr beschwichtigt König Etzel, indem er sagt, das sei ein Versehen gewesen. Krimelt mit größter Insistenz und Konsequenz verfolgt nun weiter ihren Weg. Sie versucht Dietrich für ihren Mordplan zu gewinnen, aber er lässt sie abblitzen. Stattdessen engagiert sie aber Blödelin, Etzels Bruder. Und dann lässt sie ihren Sohn, ihren und Etzels Sohn, Ortwin, in den Ess-Saal tragen. Merkwürdig ist das, und auch der Dichter scheint sich darüber zu wundern. 1912 tun. Wieder bricht ein uraltes Motiv an die Oberfläche und stört im Zusammenhang der neuen Dichtung um 1200. Ursprünglich wollte Krimelt offenbar den Kampf provozieren, indem sie die schrecklichste aller Opferungen wagt, nämlich dafür sorgen will, dass ihr Söhnchen Hagen provoziert. Dieses Motiv aber ist in dieser Phase unserer Dichtung wieder abplaniert. Dennoch, da gibt es die dumpfe Prophezeiung Hagens, dass dieses Kind, das Krimelt jetzt in den Ess-Saal zu dem Bankett hat bringen lassen, dass dieses Kind nicht alt wird. 1918 Ihm sollten wohl vertrauen alle diese Degen, wenn er zum Mann erwüchse, sprach Hagen entgegen, doch ist der junge König so schwächlich anzusehen, man soll mich selten sehen, zu Hof, zu Ort leben gehen. Er wird selten zum Hofgang sich aufmachen, zu Ort lieben, er sieht keine Chance für das Kind. Die 32. Aventüre schildert wie Blödelin erslacken ward, das ist eine unzulängliche Verkürzung des Furchtbaren, was da geschieht. Wir erleben den unmittelbaren Anlass zum Ausbruch des mörderischen Kampfes. Blödel, Etzels Bruder nämlich, überfällt mit tausend Mann die ohne Rüstung und ohne Waffen tafelnde Schar der Burgunden Krieger. Sie entsinnen sich, Krimhild hatte dafür gesorgt, dass sie gesondert untergebracht wurden von den Herren, gewissermaßen den Offizieren. Nur Dankwort ist bei ihm. Es bricht ein furchtbarer Kampf aus zwischen den einen, den Gewappneten und den anderen. Es fallen die neuntausend Soldaten und dazu zwölf der Ritter. Der Marschall Dankwart Hagens Bruder allein, er schlägt sich durch zum Festbankett der Könige nun ein schreckliches Bild, er bricht blutbefleckt, blutüberströmt herein in die scheinbar so glanzvoll friedliche Festes Fülle. 1936 Nun mögt ihr Wunder hören und Ungeheures sagen, neuntausend Knechte lagen tot erschlagen, darüber zwölf Ritter in Dankwartens lehn. Man sah ihn welt alleine noch bei seinen Feinden stehen. Und zu Beginn der 33. Aventüre da stürzt er nun herein. Kunstvoll ist wieder die Szene arrangiert. Blut überströmt das blanke Schwert in der Hand. Als der kühne Dankwart unter die Türe trat und Etzels ingesinde zurück zu weichen bat mit Blut war beronnen all sein Gewand. Eine scharfe Waffe trug er bloß an seiner Hand. Hell auf rief der Dankwart einem Degen zu. Ihr sitzt Bruder Hagen hier zu lang in Ruh. Euch und Gott vom Himmel klag ich unsere Not. Ritter 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 und Knechte Von 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 Degen von Hagen verlies Sehnen lieb. In sollen deste Ringer klagen Wäth Lie Hü Wieb. Das ist wahrscheinlich wieder Urgermanisch gedacht und gesagt. Also sein Haupt hat Blödel verloren. Das ist ein kleiner Schade, sprach Hagen unverzagt, wenn man solche Meere von einem Frauen beklagen. Und nun bricht der Kampf im Königssaal aus. Hagen Bruder Dankwart, so hütet uns die Tür und lasst von den Hunnen nicht einen Mann herfür. So red ich mit den Recken, wie uns zwingt die Not. Unser Ingesinde liegt ohne Schuld von ihnen tot. Ich hörte schon lange von Krimhilden sagen, daß sie nicht ungerechet ihr Herzleid wolle tragen. Nun trinken wir die Minne und zahlen Etzels Wein. Der junge Prinz der Hunnen muss hier der Allererste sein. Und nun die furchtbare Tat, ortlieb das Kind erschlug da Hagen der Degen gut, das vom Schwert hin nieder zur Hand ihm floss das Blut und das Haupt herab sprang der Königin in den Schoß. Da hob sich unter Degen ein Morden grimmig und groß. Also diese Tat hatte offenbar in früheren Stadien der Dichtung Krimhild provozieren wollen, um den Kampf zu provozieren, aber logisch ist das jetzt gar nicht mehr nötig, denn der Kampf muss ja schon ausbrechen, nachdem Blödel mit seinen Leuten die Mannen der Burgunden niedergemetzelt hat. 1962 darauf dem Hofmeister, der des Kindes pflag, mit beiden Händen schlug er einen schnellen Schlag, das vor des Tisches Füße das Haupt ihm niederflog. Es war ein jämmerlicher Lohn, den er dem Hofmeister wog. Er sah vor Etzels Tische einen Spielmann, das ist der Spielmann Werbel, der die Botschaft nach Worms gebracht hat, die Einladung an Etzels Hof. Also, er sah vor Etzels Tische einen Spielmann, Hagen in seinem Zorne lief zu ihm heran, er schlug ihm auf der Geigen herab die rechte Hand. Das habe für die Botschaft in der Burgunden Land. Ach, meine Hand, sprach Werbel, Etzels Spielmann, Herr Hagen von Tronje, was hat ich euch getan? Ich kam in großer Treue in euer Herrenland. Wie rühr ich nun die Töne, da ich verlor meine Hand? Hagen fragte wenig. Es wütet ein grauenvolles Schlachten, da aber nun nach der Dramaturgie des Epos die Hauptakteure noch nicht fallen dürfen, da müssen sie auf irgendeine Weise herausgebracht werden aus dem Saal. Das ist vom Dichter wieder einmal klug arrangiert. Kriemhild, 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 zerstört, fleht Dietrich von Bern an und Dietrich erweist sich wieder als treuer, mittler und ehrlicher Magler. 1983 Kriemhild, die Reiche, rief Dietrichen an, hilf mir mit dem Leben, edler Held hin dann, bei aller Fürsten Tugend aus Ammelungenland, Denn erreicht mich Hagen, hab ich den Tod an der Hand. Nun schafft sich also Dietrich Gehör. Mit Kraft begann zu rufen der Ritter auserkoren, daß seine Stimme hallte wie ein Büffelhorn und daß die weite Feste von seiner Kraft erscholl. Dietrichens Stärke, die war gewaltig und voll, es gehört nämlich zum Bild des germanischen Helden, daß er auch über ein gewaltiges Organ verfügt. Da hörte König Gunther rufen diesen Mann in dem harten Sturme zu Horchen hub er an, er sprach, Dietrichs Stimme ist in mein Ohr gekommen, ihm haben unsere Degen wohl der seinen Wen benommen, ich seh ihn auf dem Tische winken mit der Hand, ihr Vettern und Freunde von Burgunden Land, haltet ein mit Streiten, lasst hören erst und sehen, von meinen Mannen sei geschehen. Als so der König Gunther bat und auch gebot, da senkten sie die Schwerter in des Streites Not. Das war Gewalt bewiesen, das niemand da mehr schlug. Er fragte den von Berne um die Meere schnell genug. Er sprach, viel edler Dietrich, was ist euch geschehen hier von meinen Freunden? Ihr sollt mich willig sehen, zur Sühne und zur Buße bin ich euch bereit. Was euch jemand täte, das wäre mir inniglich leid. Da sprach der edle Dietrich, mir ist nichts geschehen. Lasst mich aus diesem Hause mit eurem Frieden gehen von diesem harten Streite, mit dem Gesinn der Main. Dafür will ich in Wahrheit stets zu Dienst beflissen sein. Was müsst ihr also flehen? sprach da Wolfhardt. Es hält der Fiedelspieler die Tür nicht so verwahrt, wir erschließen sie so mächtig, dass man ins Freie kann. Nun schweig, sprach da Dietrich, du hast den Teufel getan. Da sprach der König Gunther, das sei euch freigestellt. Führt aus dem Hause, so viel euch gefällt. Ohne meine Feinde, die sollen hier bestehen. Von ihnen ist mir leides bei den Hunden viel geschehen. Also Wolfhardt hat höhnisch gesagt, wenn ihr raus wollt, bitte kämpft euch doch heraus, aber Gunther greift wieder beschwichtigend ein und sagt, ihr könnt den Saal verlassen und nun kommt die entscheidende Bedingung, ahne meine Fiende, die sollen hier bestehen, also mit Ausnahme meiner Feinde, die dürfen nicht hinaus. Und nun mit einer Schutzmantel Gebärde nimmt Dietrich von Bern die Königin Klimhild und Etzel unter seine Arme. Als das der Berner hörte, mit einem Arm umschloß er die edle Königin, ihre Angst war groß, da führte er an dem Andern Etzel aus dem Haus. Auch folgten Dietrichen sechshundert Degen hinaus. Da begann der Markgraf, der edle Rüdiger, soll aber aus dem Hause noch kommen jemand mehr, der euch doch gerne diente, so macht es mir kund, so weit es steter Friede in getreuer Freunde Bund. Antwort gab Giselherr aus Burgundenland, Frieden und Sühne sei euch von uns bekannt, ihr haltet stete Treue, ihr und euer lehnen, ihr sollt mit euren Freunden ohne Sorgen hinengehen. Als Rüdiger der Markgraf räumte Etzels Saal, fünfhundert oder drüber folgten ihm zumal, das ward von den Helden aus Treue getan, wodurch König Gunther bald großen Schaden gewann. Die nächste Aventüre, die 34. ist die kürzeste des ganzen Epos, nur 19 Strophen. Sie enthält die grausige, aber letztlich eben doch periphere Prozedur der Saalreinigung. Während Volker und Hagen das Tor bewachen, werfen die übrigen die Leichen der gefallenen Hunnen die Treppe vom Saal hinunter. Das sind siebentausend Gefallene. Aber auch mit Worten, nicht nur durch diese Handlung erniedrigen sie den Gegner. Mit gräßlich höhnender Ironie schmäht Hagen den König Etzel, der ja nicht kämpft. Wohl wäre es, sprach da Hagen, des Volkes Trost im Leid, wenn die Herren föchten allen voran im Streit wie von meinen Herren hier ein jeder tut. Die hauen durch die Helme, daß von den Schwertern fließt das Blut. Da höhnt ein Todgeweihter, man hat von germanischer Ironie gesprochen, die das Sterben verlacht, weil das Leben der Güter höchstes nicht ist. Im Übrigen habe Etzel doch keine Rachepflicht gegenüber den Burgunden, da er ja mit Siegfried nicht versippt gewesen sei. 2023 Eine ferne Sippe war es, sprach Hagen gleich zur Hand, die Etzeln zusammen und Siegfried verbannt. Er, minnte Krimhilden, eh sie gesehen dich, feiger König Etzel, warum rätst du wieder mich? Diese Rede hörte die edle Königin. Darüber ward unmutig Krimhild in ihrem Sinn, daß er sie schelten durfte vor manchem Etzelsmann. Wieder die Gäste hub sie aufs Neue dazu werben an. Sie sprach, wer von Tronje den Hagen mir schlüge und sein Haupt als Gabe her vor mich trüge, mit rotem Golde füllt ich ihm Etzels Schildes Rand, auch gäbe ich ihm zum Lohne viel gute Burgen und Land. In der fünfunddreißigsten Aventüre da fallen Hilfsvölker erzählst nämlich alle Dänen, alle Thüringer. Und in der sechstunddreißigsten Aventüre da werden neue Hunnenmassen in den Kampf geworfen, neue Kämpfe wüten, es naht die Nacht. Die sterbensmüden Burgunder die machen noch einen Versuch zu gütlicher Einigung. Zu einer Sonnenwende der große Mord geschah, ihres Herzens Jammer rechte Krimhild da, an ihren nächsten Freunden und manchem anderen Mann, wodurch der König Etzel nie wieder Freude gewann. Das ist die Strophe 2086. Mittelhochdeutsch heißt sie, seinen Sonne Wenden der große Mord geschah, daß die Frau Krimhild, der Herzeleid errach an ihren nächsten Magen und an mannigem Mann, davon der König Etzel Freude nimmer mehr gewann. Der Tag war zerronnen, ihnen schuf nun Sorgenot. Sie gedachten, wie doch besser wär ein kurzer Tod, als sich so lang zu quälen in ungefügem Leid. Da wünschten einen Frieden, die stolzen Ritter allbereit. Die Burgunder bitten, man möge sie wenigstens hinauslassen aus dem Saal ins Freie und sie dort in Gottes Namen der Übermacht ausliefern. Aber das verweigert Krimhild, denn da würden sie wiederum an Kraft und Macht gewinnen. Da sprach der junge Geselherr, viel schöne Schwester mein, wie hätt ich dir das zugetraut, als du mich über Rhein her zu Lande ladetest in diese große Not. Wie mocht ich an den Hunnen hier verdienen den Tod? Ich hielt dir stete Treue, tat nie ein Leid dir an. Ich kam auch her zu Hofe, geritten in dem Wahn, du wärst mir gewogen, fiel liebe Schwester mein. Nun schenk uns deine Gnade, da es anders nicht mag sein. Ich schenk euch keine Gnade, ungnadig selbst gewann, mir hat von Tronje Hagen so großes Leid getan, das wird nie gesühnet, solang ich hab den Leib, ihr alle müsst's entgelten, so sprach des König Etzels Weib. Merkwürdig Bisher hatte sie ja Gernot und vor allem Geselherr ihren Lieblingsbruder geschont, sie weiß ja, dass die nicht unmittelbar am Mord beteiligt war, aber in diesem furiosen Finale ist jeder der Burgunden ihr tödlicher Gegner und entfordert sie Krimhild das Unmögliche. Das ist Strophe 21 4 Wollt ihr mir aber Hagen allein zum Geißel geben, So will ich's nicht verweigern, daß ich euch lasse leben, denn meine Brüder seid ihr der gleichen Mutter Kind, so red ich um die Sühne mit den Helden, die hier sind. Nicht wolles Gott vom Himmel, sprach der Gernot, und wären unser Tausend, wir wollten alle tot vor deinen Freunden liegen, ehe wir den einen Mann hier zur Geisel geben. Das wird nimmer getan. Wir müßten doch ersterben, sprach der Gisel her, so soll uns niemand scheiden von ritterlicher Wehr. Wer gerne mit uns stritte, wir sind noch immer hier, verriet ich meine Treue an einem Freunde doch nie. Ja, dies ist also die Proklamation, die herrische Proklamation der sogenannten Nibelungen Treue. Verstehbar nur aus dem germanischen Gefolgschaftsbegriff, verstehbar nur aus dem mittelalterlichen Lehensbegriff. Lieber Tod in Ehren als Leben auf Kosten des Freundes, auf Kosten des Vasallen. Und so greift Grimhild zu dem letzten, schrecklichsten Mittel, 2111, den Saal in Brand zu stecken, gebot der Etzelsweib. Den Saal hießt zünden, das Etzellen wieb. Da quälte man den Helden mit Feuersglut den Leib. Das Haus vom Wind ergriffen, geriet in hohen Brand. Nie wurde solcher Schrecken noch einem Volke bekannt. Da riefen viele drinnen, oh weh dieser Not, da möchten wir doch lieber im Sturm liegen, tot, das möge Gott erbarmen, wie sind wir all verloren, wie grimmig recht die Königin an uns allen ihren Zorn. Da sprach darinnen einer, wir finden hier den Tod, vor Rauch und vor Feuer, wie grimm ist diese Not, mir tut vor starker Hitze, der Durst so schrecklich weh, ich fürchte mein Leben in diesen Nöten zergeh. Und da gibt Hagen den Verdurstenden den schaurigen Rat, du sprach von Tronje Hagene, der eddelen rieter Gurt, wenn der Durst twinge, der trinke hier das Blurt, das ist an solcher Hitze, noch besser den Wien, es in Mackern dessen Zieten hätt nun nicht besser gesehn. Das ist Vers 21, 14, da sprach von Tronje Hagen, ihr edlen Ritter gut, wen der der Durst will zwingen, der trinke hier das Blut, das ist in solcher Hitze besser noch als Wein, es mag jetzt zu trinken hier nichts besseres sein. Hinging der Recken einer, wo er einen Toten fand, er kniet ihm zu der Wunde, den Helm er niederband, da begann er zu trinken das fließende Blut, so wenig er es gewohnt war, er fand es köstlich und gut. Das Feuer fiel gewaltig auf sie in den Saal, sie wandten mit den Schilden es von sich ab im Fall, der Rauch und auch die Hitze schmerzten sie gar sehr, also großer Jammer geschieht wohl Helden nimmermehr. Da sprach von Tronja Hagen, stellt euch an die Wand, lasst nicht die Brände fallen auf eurer Helme Band und tretet sie mit Füßen tiefer in das Blut. Eine üble Hochzeit ist es, zu der die Königin uns lud. Unter solchen Nöten zerran zuletzt die Nacht, noch hielt vor dem Hause der kühne Spielmann wacht und Hagen sein Geselle, gelehnt auf Schildes Rand, noch größern Leids gewertig, von sich hebt ein kühler Wind. Nun lasst uns Gott vom Himmel noch Libre Zeit erleben. Eine arge Hochzeit hat uns meine Schwester Krimhild gegeben, hochgezieht ist fest, nicht Hochzeit in unserem Sinne. Da sprach wieder einer, ich spüre schon den Tag, wenn es denn uns Degen nicht besser werden mag, so waffnet euch ihr Helden, denkt an euren Leib, nicht lang so kommt wieder über uns König Etzels Weib. Der König mochte wähnen, die Gäste wären tot von den Beschwerden allen und von des Feuers Not. Da lebten doch so kühner noch drin sechshundert Mann, daß wohl nie ein König bessere Degen gewann. Der heimatlosen Hüter hatten wohl gesehen, daß noch die Gäste lebten, was ihnen auch geschehen zu Schaden war und Leide den Herrn und ihrem Lehn. Man sah sie in dem Hause noch gar wohl geborgen stehen. Man sagte Griemhilden, noch viele lebten drin. Wie wäre das möglich, sprach die Königin, daß noch einer lebte nach solcher Feuersnot. Er, will ich glauben, sie fanden alle den Tod. Noch wünschten zu entkommen die Fürsten und ihr Lehn, wenn an ihnen Gnade noch jemand ließ ergehen. Die konnten sie nicht finden in der Hunnenland. Da rächten sie ihr Sterben mit gar williger Hand. Schon früh am anderen Morgen man ihnen Grüße bot mit heftigem Angriff. Wohl schuf das Helden Not. Zu ihnen aufgeschossen ward mancher scharfe Speer. Ritterlich sich setzten, die kühnen Recken zur Wehr. Dem Heergesinnde Etzels war erregt der Mut, daß sie verdienen, wollten Frau Kriam Hildens Gut und alles willig leisten, was der Fürst gebot. Da mußte bald noch mancher von ihnen Schau in den Tod. Von Verheißen und von Gaben mochte man Wunder sagen. Sie ließ ihr Gold das Rote auf Schilden vor sich tragen. Sie gab es jedem Willig, der es wollte empfahren. Nie wurden wieder Feinde so große Schätze vertan. Gewaffnet trat der Recken eine große Macht zur Tür. Da sprach der kühne Volker, wir sind noch immer hier. So gerne sah ich Helden zum Streiten nimmer kommen. Sie haben das Gold des Königs uns zu verderben genommen. Da riefen ihrer viele nur näher zu dem Streit. Da wir doch fallen müssen, so tun wir es gern bei Zeit. Hier wird niemand bleiben, als wer doch sterben soll. Da staken ihre Schilde gleich von Speerschüssen voll. Was kann ich weiter sagen? Wohl zwölf hundert Degen versuchten's auf und nieder mit starken Schwertesschlägen. Da kühlten an den Feinden die Gäste wohl den Mut. Kein Friede war zu hoffen, drum sah man fließen, das Blut aus tiefen Todeswunden, deren wurden viel geschlagen. Man hörte nach den Freunden jegentlichen Klagen. Die Biedern starben alle dem reichen König her. Da hatten liebe Freunde nach ihnen Leid und Beschwer. So endet die 36. Aventüre. Der neue Morgen bricht an, der dritte Tag an Etzelshof, der zweite Kampftag und das ist der letzte Tag, den die Burgunder noch zu leben haben. Die 37. Aventüre ist die emotional tiefste, die künstlerisch virtuoseste Aventüre des Nibelungen Liedes. Sie ist auch die modernste. Sie schildert ein Akt der Tragik. Tragik, die dem Mittelalter grundsätzlich fern ist, weil es nicht den Konflikt zwischen gleichwertigen Mächten geben kann, in einer von Gottes Allmacht behüteten und überkrönten Welt. Rüdiger wird nun aber einem tragischen Konflikt Katexochän ausgesetzt und er geht, wie es das Wesen der Tragik ist, an diesem Konflikt zugrunde. Etzel und Krimhild machen Rüdiger den Vorwurf, er halte sich vom Kampfe fern. Rüdiger aber beruft sich auf das Geleitrecht, auf die bindende Kraft einer rechtlichen Wirklichkeit, die für das Mittelalter unzerstörbar ist. Für das Mittelalter als eine im Lehnsrecht begründete Welt sind rechtliche Verhältnisse die schlechthin diese Welt begründenden Verhältnisse. Die 37. Aventüre heißt »Wir der Magrafe rühr der Gähe ers lagen wacht«. Sie beginnt »Die Elenden« das sind also die Fremden, die in der Fremde nicht wahr? Simrock übersetzt »Die Heimatlosen hatten am Morgen viel getan. Der Gemahl Gote Lindens, Rüdiger also, kam zu Hof heran und sah auf beiden Seiten des großen Leids beschwer. Darüber weinte inniglich der getreue Rüdiger. »O weh, daß ich das Leben«, sprach der Held, gewann, und diesem großen Jammer nun niemand wehren kann. So gern ich Frieden schüfe, der König geht's nicht ein, da ihm das Unheil stärker, immer stärker bricht herein. Zu Dietrichen sandte der gute Rüdiger, ob sie's noch könnten wenden von den Königen her, dann bot ihm der von Berne, wer möcht ihm widerstehen, es will der König Etzel keine Söhne mehr sehen. Da sah ein Hunnen Recke Rüdiger das Stehen mit weinenden Augen, wie er ihn oft gesehen. Er sprach zu der Königin, nun seht, wie er da steht, den ihr und König Etzel vor allen andern habt erhöht. Nun seht ihr, wie er start, der doch Gewalt den meisten hier wie Etzelen hat. Und dem doch alles dienet, die Leute wie das Land, wie sind so viel der Burgen an Rüdigern gewandt, deren er so manche von dem König haben mag. Er schlug in diesen Stürmen noch keinen loblichen Schlag. Mich düngt ihn kümmert wenig, was hier mit uns geschieht, wenn er nach seinem Willen bei sich die Fülle sieht. Man rühmt, er wäre kühner als jemand möge sein. Das hat uns schlecht bewiesen in dieser Not der Augenschein. Mit truriger Murte der viel getrüfe Mann, denn er das retten hoerte. Der Held der blickt ihn an. Er gedacht, du sollt es arnen, du gichst, ich sieh verzagt. Du hast düdinen Meere zerhoffe zerlute gesagt. Der so zutiefst friedliche Rüdiger kann diesen Schimpf nicht auf sich sitzen lassen. Mit traurigem Mute der viel getreue Mann, den er so reden hörte, den Hunden sah er an. Er dachte, das entgiltst du, du sagst, ich sei verzagt. Da hast du deine Meeren zu laut bei Hofe gesagt. Und was macht er jetzt? Dir fußt, begund er twingen. Do lief er ihn an und slug so kräftig lieche den hünischen Mann, daß er im vor den Füßen Lackfell schiere tot. Du warst aber gemäret des König Etzelen Not. Er zwang die Faust zusammen, da lief er ihn an und schlug mit solchen Kräften den hünischen Mann, daß er ihm vor die Füße niederstürzte tot. Da war gemäret aufs Neue dem König Etzel die Not. Hin, du zage böse, sprach Dor Rürde Gär, ich han doch genur ge leid und sehr, daß ich hier nicht entfichte, zwü wiesest du mir das, ja wär ich den Gästen von großen Schulden ge Hass, nämlich verhinverzagter Bösewicht, sprach da Rüdiger, ich hatte doch des Leids genug und der Beschwer, daß ich hier nicht fechte, was rügst du mir das, wohl trüg auch ich den Gästen mit Grunde feindlichen Hass, also er würde gekämpft haben, hätt ich nicht hierher geführt, die Guntern untertan, ich war ihr Geleite in meines Herrenland, Dom durfte nicht bestreiten sie meine unselige Hand, entscheidender Satz also für diese Auseinandersetzung, ich was ihr geleite in meines Herrenland, freies Geleit war ihnen garantiert und ich stehe für dieses Geleit. Nun Eure Hand da sprach der edle Ritter er beschwerte mir den Mut und hat mir bescholten die Ehre wie das Gut, der sich aus deinen Händen so große Gaben nahm, was nun dem Lügen Bolde übel auch zustatten kam. Da kam die Königstochter, die hat es auch gesehen, was von des Helden Zorne dem Hunnen wahr geschehen. Sie beklagte es Ungefüge, ihre Augen wurden nass, sie sprach zu Rüdigerin, wie verdienten wir das, daß ihr mir und dem König noch mehrt unser Leid. Ihr habt uns edler Rüdiger verheißen alle Zeit, ihr wolltet für uns wagen, die Ehre wie das Leben. Auch hört ich viel der Recken den Preis des Mutes euch geben. Und jetzt fordert Krimhild die Eide ein, die er, der Mark Rüdiger, ihr schwören mußte, als er in Etzels Auftrag am Burgunder Hofe um sie warb. Strophe 21, 49 Ich mahne euch nun der Treue, die mir schwor eure Hand, da ihr mir zu Ätzeln rietet, Ritter auserkannt, daß ihr mir dienen wolltet bis bis an unseren Tod. Des war mir armen Weibe noch niemals so bitter Not. Rüdiger, nun, das kann ich nicht leugnen, ich schwor euch, Königin, die Ehre wie das Leben gäb ich für euch dahin. Die Seele zu verlieren habe ich nicht geschworen. Zu diesem Hof Gelage bracht ich die Fürsten wohlgeboren. Da spürt man, wie schon christlicher Geist in diese Szene eindringt. Germanisch wäre das nicht verständlich, daß die Ehre und das Leben einer Seele, wie auch immer verstehbaren Seele gegenübergestellt werden. In germanischer Zeit wäre es gegangen um Ehre und um Leben. Aber Rüdiger glaubt an seine christlich unsterbliche Seele und die darf er nicht beflecken. Sein Seelenheil darf er nicht in Frage stellen und wieder beruft er sich darauf, daß er das Geleit garantiert hat zu diesem Hofgelage bracht ich die Fürsten wohlgeboren. Sie sprach, Gedenke Rüdiger der hohen Eide dein von deiner stetten Treue, wie du den Schaden mein immer wolltest rächen und wenden all mein Leid. Der Magraf entgegnete, ich war euch stets zu Dienst bereit. Und nun mischt sich auch Etzel noch ein und das Königspaar, das ist sensationell und für mittelalterliche Verhältnisse schier unerträglich, das Königspaar erniedrigt sich in tiefster Selbstdemütigung. Etzel der Rieche pflegen pflegen auch begann, do buten sie sich beide zu füessen für den Mann, den edelen Magrafen unmurtes Mann dosach. Der filgetrüwe Reckl harte jämmerlichen sprach, also Etzel der Reiche hub auch zu flehen an. Da warfen sie sich beide zu Füßen vor den Mann, den edlen Magrafen man da in Kummer sah. Man muss das verstehen, vor den Mann, das heißt, die Könige, König und Königin, die entbinden sich gewissermaßen ihrer Lehnsherren Pflicht dadurch, dass sie ihre königliche Würde abwerfen und sich dem Mann, das heißt, dem Dienstmann zu Füßen legen. Und kein Wunder, unmurtes Mandosach an Rüdiger, das ist ihm zutiefst schrecklich, eine Peinlichkeit, die er nicht verwinden kann. Und so bricht es denn aus ihm heraus, Vers 21, 53, O weh mich Gottes Armen, dass ich ditzge lebe tan, aller mine Ehren, der muss ich abestan, trüben und züchte, der Gott an mir gebot, o weh Gott von Himmel, daß mich's nicht wendet der Tod, o weh mir unseelgen, muß ich den Tag erleben, aller meiner Ehren soll ich mich nun begeben, aller Zucht und Treue, die Gott mir gebot, o weh Herr des Himmels, daß mir's nicht wenden will, der Tod. Und jetzt die tragische Situation schlechthin, »s welches ich nu lasse und das Ander begahn, so han ich Bösliche und viel üblele getan, las aber ich sie beide mich schändet, eludiert, nur roche mich bewiesen, der Mürze Lebbene geriert.« Die klassische Situation der Tragik, nicht die zwischen Recht und Unrecht, zwischen der überwertigen und der unterwertigen Macht, sondern die zwischen Recht und Recht, das ist das der Vasalität, der Lehnspflicht, das Andere Recht, ist das der Freundestreue und der Geleitsicherung. Also so heißt es in 21 54, »Welches ich nun lasse, das Andere zu begehen, so ist doch immer übel und arg von mir geschehen. Was ich tue und lasse, so schild mich alle Welt. Und nun seine Zuflucht in seinem christlichen Glauben. Nun möge mich erleuchten, der mich dem Leben gesellt, nur ruere mich bewiesen, der mir zerlebene geriert. Rüdiger ist in eine schlechthin tragische Situation gestellt, schlechthin tragisch, wie das Mittelalter sie in der Regel nicht kennt. Das Mittelalter ist eine tragik ferne Zeit, weil unter dem alles überwölbenden Himmel von Gottes unerforschlichem Willen und Gottes Gnade es keinen Konflikt geben kann zwischen Recht und Recht. Er aber, Rüdiger, erleidet diesen Konflikt, so war es zu hören in Strophe 21, 54, welches ich nun lasse, s welches ich nun lasse, und das ander begann, so han ich bösliche und viel übele getan, las aber ich sie beide, mich schändet eludiert, nur ruere mich bewiesen, der Myrze Lebbene geriert. Diese letzte Zeile, sie richtet sich, wenn auch verhohlen, an einen christlichen Gott. Was immer ich nun lasse und das andere tue, so handle ich schlecht, lasse ich aber beides, dann wird die Welt mich verachten. Nun weiter 21, 55, da baten ihn so dringend der König und sein Weib, dass bald viele Helden mussten Leben und Leib von Rüdigers Hand verlieren und selbst der Held erstarb. Nun mögt ihr bald vernehmen, welchen Jammer er erwarb. Er wußte wohl, nur Schaden und Leid sei sein Gewinn. Er hätt es auch dem König und der Königin gern versagen wollen. Der Held besorgte sehr, erschlüg er ihrer vereinen, dass er der Welt ein Gräuel wäre. Und nun macht er, Rüdiger, in seiner Verzweiflung einen ebenso leidenschaftlichen wie hilflosen Versuch der Lösung dieses Konfliktes. Er macht das, was man in mittelalterlicher Fachsprache eine Diffidation nennt, was also in der Lehnsterminologie eine Abschwörung, eine Aufkündigung, eine Absage heißen würde. Er versucht seiner Lehnsmann Funktion ledig zu werden, aus dem Lehnsverhältnis entlassen zu werden, 21 57. Da sprach zu dem Könige, dieser kühne Mann, Herr Etzel, nehmt zurücke, was ich euch gewann, das Land mit den Burgen, bei mir soll nichts bestehen, ich will auf meinen Füßen hinaus in das Elend gehen, ich will auf meinen Füßen in das Elende gehen, wieder also die Situation des Exzellenten und ein zweites Mal wird er nun, so zumindest kündigt er es an, ein Exzellent sein, ins Exil gehen. Aber diese verzweifelte Lösung prallt ab an dem nicht minder verzweifelten Willen des Königs Paares, sich gegen die Feinde durchzusetzen. Da sprach der König 21 21 60 Die Leute mögen wähnen, ich sei zu verzagt. Keiner meiner Dienste war ihnen je versagt, den hoch edlen Fürsten, wie ihrem letzten Mann. Nun reut mich diese Freundschaft, die ich an ihnen gewann. Wir erinnern uns des Idylls von Bechelahn, der Situation, der Freundschaft, ja, der Liebe, der Geschenke, die Gurtelend und Rüdiger den Gästen gaben und das kostbarste Geschenk war ja die Tochter, die sie mit Giselher verlobten. Und an diese Versippung erinnert Rüdiger in der nächsten Strophe, wieder verzweifelt ein neues Argument suchen, das ihn am Kampf geben, die Burgunder gegen die Nibelungen hindern möchte. 21 61 Giselher dem Degen gab ich die Tochter meinen. Sie konnte auf Erden nimmer besser vergeben sein, seh ich auf Zucht und Ehre, auf Treu oder Gut. Nie ein so junger König trug wohl tugend reichern Mut. Aber da sprach wieder Grimhild viel edler Rüdiger, nun lass dich erbarmen unseres Leids beschwer, mein und auch des Königs. Gedenke wohl daran, dass nie ein Wirt auf Erden so leide Gäste gewann eben die Burg unter die Nibelung. Da begann der Magraf zu der Königin her. Heute muß mit dem Leben entgelten, Rüdiger, was ihr und der König mir liebes habt getan. Dafür muß ich sterben, es steht nicht länger mehr an. Darum muß ich sterben, das mag nicht lang gestahnt. Ich weiß, daß noch heute meine Burgen und mein Land euch ledig werden müssen von dieser Heldenhand. So befehle ich euch auf Gnade, mein Weib und mein Kind und all die Heimatlosen, die dazu Bechlaren sind. Mit diesen zutiefst schrecklich traurigen Worten erzeugt er ab einem dem Königspaar nichts als einen leidenschaftlichen Jubel. Nun lohne der Gott, rührte Gehr, sprach der König Do. Nun lohne Gott dir, Rüdiger. Der König sprach da so. Er und die Königin, sie wurden beide froh. Uns seien wohl befohlen alle Leute dein, auch trau ich meinem Heile, du selber werdest glücklich sein. Und nun das schwere Wort, das schwer liers er an dir vage Seele und lieb. Da setzte er auf die Waage die Seele wie den Leib. Da begann zu weinen König Etzels Weib. Er sprach Ich muß euch halten den Eid, den ich getan. O weh meiner Freunde, wie ungern greif ich sie an. Und es steht dahin, ob der Eid, an den Eid meint, den er einst Griemhild geschworen hat, als er in Etzels Auftrag um sie warb und schwor, er würde jedes Leid rächen, daß ihr angetan werde, oder ob er die Eide des Lehnsmannes gegenüber dem Lehnsherrn meint, eigentlich wiegt Letzteres wohl schwerer. 2167 Man sah ihn von dem König hinweg gehen traurig glich. Da fand er seine Recken nahestehen bei sich. Er sprach, ihr sollt euch waffnen, ihr all in meinem Lehn. Die kühnen Burgunden muß ich nun leider bestehen. Das ist wieder sinnlos übersetzt, denn Mittelhochdeutsch leider enthält noch ganz stark die Substanz, die Farbe des Leides. Unser Adverb leider ist ja bis zur Belanglosigkeit abgeschwächt. Also man müßte sagen, die kühnen Burgunden muß ich zu meinem Schmerz, muß ich zu meinem Leid bestehen. Aber man merkt eben, daß die Übersetzung von Simrock eben doch auch schon 170 Jahre alt ist und auch ihrerseits so etwas ist wie ein historischer Text. 21 68 Nach den Waffen riefen die Helden alt zur Hand, ob es Helm wäre oder Schildes Rand. Von dem Ingesinde ward es herbeigetragen, bald hörten Leidemere die stolzen Fremdlinge sagen. Gewaffnet ward da Rüdiger mit fünfhundert Mann, darüber zwölf Recken zu Hilfe sich gewann, die wollten Preis erwerben in des Sturmes Not. Sie wußten nicht die Meere, wie nahe ihnen der Tod. Da sah man unterm Helme den Markgrafen gehen, scharfe Schwerter trugen, die in Rüdigers Lehen, dazu vor den Händen die lichten Schilde breit. Das sah der Fiedelspieler, dem war es ohne Maßen leid, Volker, und der durchschaut natürlich die Funktion, in der Rüdiger und seine Leute herankommen. Hingegen der junge kindliche Gieselherr, nächste Strophe, da sah der junge Gieselherr seinen schwer gehen, Schwieger Vater, mit aufgebundenem Helme, wie mocht er da verstehen, wie er damit es meine, es sei denn, treu und gut. Da gewann der edle König von Herzen fröhlichen Mut, nun wohl mir solcher Freunde, sprach da Gieselherr, die wir gewonnen haben auf der Fahrt hierher, meines Weibes Willen ist uns Hilfe nah, lieb ist mir meine Treue, daß diese Heirat geschah. Wir würden in unserer rechtlichen Terminologie nicht von Heirat, sondern von Verlobung reden, aber ich erwähnte ja schon mehrfach, daß der eigentlich rechtsverbindliche Akt im Mittelalter die Verlobung ist, die Versippung der beiden Familien, die Hochzeit ist dann nur noch der Vollzug. Volker aber durchschaut die Situation in der nächsten Strophe, wess ihr euch wohl tröstet, sprach der Spielmann, wann saht ihr noch zur Söhne, also aus Friedensgründen, so viel der Helden nahen, mit aufgebundenen Helmen, die Schwerter in der Hand. Rüdiger will an uns verdienen, seine Burgen und sein Land. Ehe der Fiedelspieler die Rede sprach voll aus, den edlen Markgrafen sah man schon vor dem Haus, seinen Schild, den Guten, setzte er vor den Fuß, da mußte er seinen Freunden versagen, Dienste und Gruß. Rüdiger der Edlen rief da in den Saal, ihr kühnen Nibelungen, nun wehrt euch allzumal, ihr solltet mein genießen, ihr entgeltet mein. Wir waren ehemals Freunde, der Treue will ich ledig sein, so wie die rechtliche Defidatio, also Absage des Lehnsverhältnisses König Etzel gegenüber misslang, so kann diese nicht widerlegt werden, das ist gewissermaßen eine sittliche Defidatio, die Absage der Freundschaft. Edo waren wir Freunde, der Trüwe will ich ledig sehen, diesen Bruch aber wird, wir werden es lesen, Hagen verhindern können. Da erschraken dieser Meere die Notbedrängten schwer, ihnen war Trost entsunken, den sie gewähnt vorher, dagegen sie streiten wollte, dem jeder Liebe trug. Sie hatten von den Feinden schon Leid erfahren genug. Das verhüte Gott vom Himmel sprach Gunther der Degen, daß ihr eurer Freundschaft tätet so entgegen und der großen Treue darauf uns sann der Mut. Ich will euch wohl vertrauen, daß ihr das nimmer mehr getut. Janemag ich's nicht gelassen, sprach der kühne Mann, ich muß mit üs treten, wann ich's gelobbet hahn, nu werd ich kühne degene, so lieb üs sie der lieb. Mich in Woll des nicht erlassen, des König erzählen wieb. Das heißt bei Simrock, es ist nicht mehr zu wenden, sprach der kühne Mann, ich muß mit euch streiten, wie ich den schwur getan. Nun wehrt euch, kühne Degen, wenn euch das Leben wehrt, da mir die Königin nicht andere Willkür gewährt, das heißt, keine andere Möglichkeit läßt, und statt streiten sollte man doch lieber kämpfen sagen. Ihr widersagt uns nun zu spät, sprach der König her, nun möge euch Gott vergelten, viel edler Rüdiger, die Treue und die Liebe, die ihr uns habt getan, wenn ihr bis ans Ende euch halten wolltet daran. Wir wollen stets euch danken, was ihr uns habt gegeben, ich und meine Freunde lasse die uns leben, der herrlichen Gaben, als brachtet her in Etzels Land mit Treue des gedenket edler Rüdiger, also zwiefache Mahnung an zwiefach bindendes sittliches und juristisches Recht, zum einen die bindende Kraft der Gaben und dann, als ihr uns brachtet her, ihr habt unser Geleit garantiert. Wie gern ich euch das gönnte, sprach Rüdiger der Degen, daß ich euch meiner Gabe die Fülle dürfte wägen, nach meinem Wohlgefallen, wie gerne tät' ich das, so es mir nicht erwirbe der edlen Königin Hass, wenn es mir nicht einbringen würde, die Feindschaft gibt, edlen königin. last ab, edler Rüdiger, sprach wieder gernot, nie ward ein Wirt gefunden, der es den Gästen bot, so freundlich und so gütlich, als uns von euch geschehen, das sollt ihr auch genießen, so wir lebendig entgehen. Das wollte Gott, sprach Rüdiger, fiel edler gernot, daß ihr am Reine wäret und ich wäre tot, so rettete ich die Ehre, da ich euch soll bestehen, es ist noch nie an Helden von Freunden übler geschehen. Nun lohnt euch Gott, Rüdiger, sprach wieder gernot, eurer reichen Gabe, mich jammert euer Tod, soll an euch verderben, so tugendlicher Mut, hier trage ich eure Waffe, die ihr mir gabet, Degengut. Wir erinnern uns, unter den Gastgeschenken beim Abschied von Bechelahn war das Schwert, das Rüdiger gernot schenkte. Die Waffe jetzt, sie hat mir noch nie versagt, in all dieser Not. Es fiel vor ihrer Schärfe mancher Ritter tot, sie ist stark und lauter, herrlich und gut. Gewiß so reiche Gabe, kein Recke je wieder tut. Und wollt ihr es nicht meiden, wieder uns zu gehen? Erschlagt ihr mir die Freunde, die hier bei mir stehen? Mit eurem Schwerte nehme ich Leben, euch und Leib. So reut ihr mich, Rüdiger, und euer herrliches Weib. Nun, Rüdiger, das wolle Gott, Herr Gernot, und möchte es geschehen, daß hier nach eurem Willen alles könnte ergehen und euren Freunden bleiben, Leben möchte und Leib, euch sollten wohl vertrauen, meine Tochter und mein Weib. Und bei dem Stichwort Tochter nimmt Giesel hier wieder das Wort, da sprach von Burgunden des schönen Ute Kind, wie tut ihr so, Herr Rüdiger, die mit mir kommen sind, die sind euch all gewogen, ihr greifet übel zu, eure schöne Tochter wollt ihr verwitwen allzu froh. Wenn ihr und eure Recken mich wollt im Streit bestehen, wie wäre das unfreundlich, wie wenig ließ es sehen, dass ich euch vertraute vor jedem anderen Mann, als ich eure Tochter mir zum Weibe gewann. Wie recht unfreundlich heißt natürlich nicht unfreundlich in unserer Gegenwartssprache, sondern gegen den Geist der Freundschaft. Und Freundschaft, ich kann es nicht oft genug sagen, hat bindende Kraft. Gedenket eurer Treue, sprach der Rüdiger, und schickt euch Gott von Hinnen, viel edler König her, so lasst es nicht entgelten, die liebe Tochter mein, bei aller Fürstentugend geruht ihr gnädig zu sein. So soll ich's billig halten, sprach Giselher das Kind, doch meine hohen Freunde, die noch im Saal hier sind, wenn die vor euch ersterben, so muß geschieden sein, diese stete Freundschaft zu dir und der Tochter dein. Das heißt also, Giselher, das Kind nennt ihn unser Dichter immer, das heißt, er ist noch ein junger Mann, er ist vielleicht 19 oder 20. Giselher, also hier wertet ganz eindeutig, die Sippenbindung ist eine gewaltige Kraft und Macht, aber die Mage, das sind die Blutsverwandten, doch meine hohen Freunde, wenn die von euren Waffen sterben, dann wird geschieden sein, diese stete Freundschaft, die Füllstete Freundschaft, damit meint er eben, die auf der Versippung beruhende Freundschaft, die ist dann geringeren Wertes, die ist dann aufgehoben, Blutsverwandtschaft geht über Sippenbindung. Nun möge Gott uns Gnaden, sprach der kühne Mann, da hoben sie die Schilde und wollten nun hinan zu streiten mit den Gästen in Kriamhildens Saal. Laut rief da Hagen von der Stiege her zu Tal. Und nun kommt die, wie ich meine, erschütterste Szene des ganzen Kampfes, vielleicht des ganzen Liedes. »Beliebet »Beliebet Wiele«, »Fill Edel rührte Gähe«, also sprach du Hagene, »Wir wollten retten mehr, ich und mine Heeren, als uns des zwingend Not. Was mag gehelfen ätzeln, unser ellender Tod?« »Also verharrt noch eine Weile«, »Fill edler Rüdiger«, also sprach der Hagen, »Wir reden erst noch mehr, ich und meine Herren, wie uns zwingt die Not. Was hilft es ätzeln, finden wir in der Fremde den Tod?« »Ich stehe in großen Sorgen«, sprach wieder Hagen. »Der Schild, den Frau Gutland mir gab zu tragen, den haben mir die Hunnen zerhauen vor der Hand. Ich brach den doch in »Herr in Etzels Land«, »dass es Gott vom Himmel vergönnen wollte, dass ich so guten Schildrand noch tragen sollte, als du hast vor den Händen«, viel edler Rüdiger, so bedürftig in dem Sturme keiner Halsberge mehr, also keine schützenden Rüstung mehr. Was ist da geschehen? Hagens Schild ist zu hauen, kein Wunder bei den fürchterlichen Kämpfen, die wir beobachtet haben, und natürlich liegen da Dutzende, Hunderte von Schilden der bereits Gefallenen herum. Er könnte sich also jederzeit einen anderen Schild nehmen. Was macht er? Er bittet den Mann, der ansetzt, ihn zu bekämpfen, um dessen Schild. In spiegelnder Gebärde also provoziert er die Wiederholung jenes Geschenkes, das ihm als Gastgeschenk beim Aufenthalt in Bechland von Rüdigers Ehefrau von Gutelind von der Wand herabgeholt und gegeben wurde. Wiederholung also der Gabe und damit auch Wiederholung des Geistes, der in einer Schenkung lebendig ist. Wir werden darüber noch etwas ausfälliger nachzudenken haben. Ich lese diese beiden Strophen aber erst einmal um ihres den Inhalt wiedergebenden Klanges willen in Mittelhochdeutsch. Ich stehnen großen Sorgen sprach aber Hagene denn Schild denn mir Frau Gottelind gab Zertragene denn habend mir die Hühnen zerhaufen vor der Hand Ich fuhrten fröndliche in das etzelen Land als Freund daß des Gott von Himmel ruachen wollte daß ich Schild so Gurten noch tragen sollte so denn du hast vor Hände für Edelröer der Geher so bedorft ich in dem Stürme der Scheiner Hals Berge mehr In Spiegel der Gäste also verdoppelt Hagen den Geschenkakt provoziert er die Verdoppelung des Geschenkaktes um dessen rechtlich moralische Wirkung erneut zu verlebendigen Nun Rüdiger Wie gerne wollte ich dir dienen mit meinem Schilde wagte ich dir zu bieten ihn vor Krim Hilde doch nimm ihn hin Hagen und trag ihn an der Hand hach dürftest du ihn führen heim in der Burg und den Land Und die Kampfgenossen auf beiden Seiten die verstehen den emotionalen den juristisch moralischen Gehalt dieses Vorgangs 21 97 als er den Schild so willig zu geben sich erbot die Augen wurden vielen von heißen Tränen rot es war die letzte Gabe es durfte fort nicht mehr einem Degen Gabe bieten von Bechlern Rüdiger wie grimm mich auch Hagen wie hart auch war sein Mut ihn erbarmte doch die Gabe die der Degen gut so nah seinem Ende noch hatte an ihn getan mancher edle Ritter mit ihm zu trauern begann Hagen nun lohnt euch Gott vom Himmel viel edler Rüdiger es wird eures gleichen auf Erden nimmer mehr der heimatlosen Degen so milde Gabe gebe so möge Gott gebieten dass eure Milde immer lebe milde ist falsch übersetzt das heißt hier tuckend und das heißt eben die Reinheit eures Charakters so soll das Gott gebierten das übertukend immer lebbe und Hagen fährt fort O weh mir dieser Meere sprach wieder Hagen wir hatten herzensschwere schon so viel zu tragen das müsse Gott erbarmen gilt uns mit Freunden Streit da sprach der Markgraf wieder das ist mir innigliche Leid und nun die ungeheuerliche Konsequenz die kaum glaubliche Konsequenz jetzt Hagen nicht berühren im Kampfe meine Hand ob ihr sie alle erschlügett die von der Burg und den Land die Gabe bindet den beschenkten Hagen Hagen also verweigert den Kampf gegen den Freund und Volker wie sie gleich hören werden wird sich anschließen das ist ein ungeheurer Augenblick Rüdiger aus der Pflicht der Vasalität heraus verrät die Freunde Hagen aus der Pflicht der Freundschaft heraus verrät die Vasalität er Hagen der Inbegriff der Lehnenstreue lässt die Freundestreue obsiegen des neig ihm mit Züchten der gute Rüdiger da neigte sich ihm dankend der gute Rüdiger die Leute weinten alle das nicht zu wenden mehr dieser Herzens Jammer das war zu große Not Vater aller Tuckende lag an Rüdiger tot da sprach von der Stiege Volker der Spielmann da mein Geselle Hagen euch trug den Frieden an so biet ich auch so stetten euch von meiner Hand das habt ihr wohl verdient an uns da wir kamen in das Land als wir ankamen in Bechlam nämlich ihr sollt viel edler Margraf mein Bote werden hier diese roten Spangen gab Frau Gutlinde mir daß ich sie tragen sollte bei dieser Lustbarkeit ich tue es schaut selber daß ihr mein Zeuge seid wir erinnern uns das Abschiedsgeschenk an Volker waren goldene Spangen armreife und gutelend gab sie ihm als Dank dafür daß er ihr ein Minnelied gesungen und gespielt hatte Wollt es Gott vom Himmel sprach da Rüdiger daß euch geben dürfte die Markgräfin noch mehr die mehrere sag ich gerne der lieben Herren mein seh ich gesund sie wieder des sollt ihr außer Zweifel sein und nach diesem bewegenden Gespräch diesen Gesprächen und nach Hagens Gelöbnis in den Kampf nicht eingreifen zu wollen da er nun Rüdigers Schild trägt erneut seine Gabe von ihm empfangen hat beginnt der tödliche Kampf Wir halten einen Augenblick ein und referieren noch einmal was da geschehen ist in dieser 37 Aventüre Nach mittelalterlicher Anschauung entspricht aller Wahrheit ihre Verwirklichung in der Form Rüdiger hat Freundschaft aber die Form seines Verhaltens scheint dieser Wahrheit ihre Wirklichkeit zu nehmen So muss also Hagen ihn zu einem offenen Akt der Freundschaft zwingen Die Freundschaft der Burgunder bedurfte eines solchen Beweisgestus überhaupt nicht Als der mörderische Kampf ausbrach in der Halle da gewährten sie Sie werden sich erinnern da gewährten sie Rüdiger und seinen 500 Mann freien Abzug von der Tenne des Ares um es antikisch auszudrücken denn er ist Trüvenstädte Damit haben sie ihm wieder geschenkt was er ihnen an Liebe geschenkt hatte als sie ihm erlaubten mit seinem Mann den Saal zu verlassen und man möchte meinen dass sie ihn durch diese Freigabe die ihm gewiss das Leben rettete zu künftiger Neutralität verpflichteten Hagen 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 hat Hagen hat also das Unmögliche möglich gemacht den Feindeskampf zu akzeptieren und die Freundestreue zu halten im Feindeskampf die Freundestreue zu bestätigen das konnte er am Waskenstein noch nicht die Anspielung auf die Valtarius Sage werden wir noch lesen und Etzel spielte ja bereits auf sie an seine Haltung dort die den Lehns-Eid den er Gontarius geschworen hatte über die Freundschaft zu Valtarius stellt die Miterlebenden erkennen den Wert der Gabe und des Vorgangs sehr genau wir hörten daß ihre Tränen diesen Vorgang besiegeln und dann stürzt Rüdiger sich in den Kampf wir werden das gleich hören zu seinem Ende so wenig ein christlicher Ritter wie am Anfang dieses Tages als er das habe ich kurz referiert den höhnenden Hunnenritter mit der Faust umrannte bis er Rüdiger fallen wird von Gernot und dem eigenen Schwert erschlagen und Gernot mitnehmend in den Tod und als die Waffen schweigen und mit Rüdiger alle seinem Mann gefallen sind da erwacht erneut Krimhills Misstrauen wir werden das lesen aber wir haben einen entscheidenden Zug der Episode ausgespart Hagen erklärt nachdem er den Schild erhalten hat dass er Rüdiger nicht anrühren wolle im Kampf und Volker folgt diesem Vorbild des Freundes ausdrücklich begründet Hagen diese Enthaltung die sich gewiss mörderisch auswirkt auf die Burgunder und ihre Kampfkraft er begründet diese Enthaltung mit dem Schild Geschenk ich zitiere noch einmal Strophe 2201 Nun lohne ich ü der Gabe Phil Edel rührte gär Swir halt kein ü gebaren des recken her das nimmer ü gerühret instriete hier min hand ob ir sie alles lügert dir von Burgunden land das ist eine erschütternde und ungeheuerlich zu vernehmende Kündigung Hagen Inkarnation des Prinzips Gefolgschaftstreue erklärt hier mit kargen Worten er sei gesonnen seine Herren nicht zu verteidigen mögen sie auch fallen und man darf vermuten dass diese Haltung am Tode seines Herrn Gernot ihren Anteil haben wird dieser Augenblick einer bestürzenden Verzicht Proklamation ist ein Augenblick großer Kunst der Dichter hat den Ausgleich geschaffen die Gewichte wieder ins Lot gebracht und die gestörte Ordnung wieder eingerichtet Rüdiger Inbild der Freundschaft der Güte der zart beschenkenden Liebe lässt seine Freunde im Stich um die Lehnstreue zu halten Hagen Inbild der Vasalität der in der unbarmherzigen Härte seines Linsmanns Begriffs selbst den Mord nicht gescheut hatte Hagen lässt seine Herren im Stich um die Freundestreue zu halten Dieser Rollentausch ist wahrlich ein wunderbares und großartiges Symbol der Aussöhnbarkeit des im Leben gegründeten Widerspruchs Diese Helden jeder der Vertreter eines Treueprinzips bekunden in ihrer kontrafaktischen Bezogenheit das Prinzip Treue schlechthin Hagen Hagen ist nicht ohne weiteres Befugt zu diesem gewaltigen Gestus Er bedarf der Mitwissenden und das heißt der Mitverstehenden Helfer Das sind die Burgundenkönige und Rüdiger 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 der Lehnsmann war gescheitert an dem Wall von Hass den seine Herren Etzel und Krimhild gegen die Feinde bauten Er wurde nicht freigegeben Sie haben das gehört die Defidatio der Versuch der Defidatio misslang Hagen aber weiß daß die Burgunderkönige nicht sind wie die Wallandenne die Teufel in Krimhild und der schwache Etzel Sie haben ihn schon freigegeben bevor er fragte und den Spielmann dazu Ihre Haltung ist nicht minder adlich als die Hagens In der Bewährung seiner Freundestreue bewährt sich die Ihre ob sie gleich kämpfen müssen und töten So vollbringen sie das Wunder Rüdiger als dem Freunde ihre Liebe zu zeigen und ihn als den Feind zu fällen Aber es bedurfte des unmittelbaren Anlasses zur Demonstration solcher Haltung Ihre Freundesgesinnung hatten die Nibelungen deutlich genug werden lassen als sie Rüdiger unversehrt aus dem Hallenbau entließen davon sprachen wir Um die Doppelseitigkeit der Freundschaftsbindung zu bezeugen musste Hagen erneut Bindung herstellen Eine zentrale Rolle in den Beziehungen der Menschen untereinander spielt bei den Germanen nicht nur bei ihnen aber hier geht es um germanisches Erbe spielt bei den Germanen die Gabe das Geschenk Die Lust ja die Gier nach Gold nimmt für den späten Betrachter also für uns für den späten Betrachter der alten Geschichten und sagen oft beklemmende ja groteske Züge an Man würde jedoch den Wert der Gabe verkennen wollte man ihn lediglich im Materiellen sehen Die Schenkung hat magische Wirkung sie bindet den Mann den Gebenden wie den Nehmenden sie schafft insbesondere für den der sie empfängt eine Verpflichtung Der Empfänger ist in der Gewalt des Gebers Schenken das bedeutet Friede und Bündnis Gabe und Freundschaft sind identisch Ein banales Rudiment dieser Tradition haben wir ja heute noch und praktizieren es heute noch wenn wir eingeladen sind dann pflegen wir in der Türe mit einer Verbeugung Blumen oder ein Buch oder eine CD zu überreichen Gabe und Freundschaft sind identisch bei einer solchen Übertragung aber geschieht ja mehr als die bloße Übereignung eines äußerlichen Besitzes das Geschenk nämlich das Geschenk hat eine Seele trägt ein Teil dessen in sich der es besaß und wird diese Seele offenbaren da sind wir also nicht mehr in der Gegenwart sondern in mythischen oder historischen Zeiten die Gabe also stiftet zwischen dem Gebenden und dem Empfangenden ein inneres Verhältnis das gegenseitig verpflichtet die dem geschenkten Gegenstand innewohnende Kraft wie auch seine friedenstiftende Wirkung die wird im Mittelalter noch unvermindert stark empfunden wie die Literatur allerwärts zeigt Hagen wir erinnern uns Hagen hat von Frau Gottelind der Markgräfin zunächst kein Geschenk nehmen wollen dann aber erbittet er sich Nudungsschild an dem früher Tod haftet Gottelind bricht in Tränen aus als sie ihn nimmt und gibt dieser Schild ist nun im Kampf zerhauen worden da bittet Hagen noch einmal in spiegelnder Gästig die Erneuerung des rituellen Schenkaktes provozierend damit provoziert er zugleich die dem beschenkten allein geziemende Haltung die Friede und der Suane heißt Friede Süde so also muss man Hagens Handeln allererst verstehen nicht als Anlaß Rüdigers Seelengröße sichtbar zu machen und nicht auch vornehmlich als einen das freundschaftliche Verzeihen demonstrierenden Akt sondern das überlegende Wiederherstellen des verletzten Sittengesetzes die Heilung des versehrten Rüdiger ist gewiss auch Teil der Symbolhandlung doch es folgert erst aus ihrer primären Bedeutung die aber heißt Hagen will nicht gegen den Freund kämpfen er will hier darf hier die Freundestreue über die Gefolgschaftstreue stellen er der den Freund Siegfried um der Gefolgschaftstreue Willen verriet verlässt jetzt seine Gefolgsherren um der Treue zu seinem Freund Rüdiger Willen der Hagen des ersten Teils wird durch den Hagen des zweiten Teils dementiert entscheidend ist freilich dass er diesen tiefsinnigen das Pendel der Weltzeit wie der gleichmäßig schwingen machenden Akt nur durchführen kann dank der Nobilitas derer die von diesem Akt betroffen werden und schweigend die Handlung des Gefühls zu einer auch des Rechtes steuern den Riß der die Weltordnung verwundete da blind das Gesetz die Freundschaft verwundete diesen Riß heilt versöhnend die Freundschaft die das Gesetz aufhebt rechtens aufhebt denn da Rüdiger der Lehns nicht freigegeben wurde wird Hagen der Lehns freigegeben nun sind es die Burgunder die ihren Schild opfern ihre Waffen schwächen um damit die Kraft der Gewichte sittlicher Weltordnung zu retten da Rüdiger die Freunde um der Lehns treue willen bekämpfen muss so muss Hagen die Lehnsherren um der Freundes treue willen allein lassen die Zeit ist wieder in den Fugen das Leben das Leben zwar ist verspielt aber die sich töten werden sich hier nicht als Mörder töten noch als Feinde und sie werden ihre Menschlichkeit über den Tod hinaus retten in der sie Recht und Gesetz erfüllt und vor der Erstarrung zur Chimäre der Ideologie bewacht haben Dieses Symbol und dieser Symbol Vorgang wurzeln in dem germanischen Sittenbereich der Gabe und des Gabentausches das heißt dem Bereich der Friedensstiftung mit in dem Rechtsbereich gerade im Recht eignet der Symbol Sprache eine gewaltige Kraft bis auf den heutigen Tag und ihre Magie war naturgemäß allererst gebunden an Waffen und Kriegsgerät das Schwert die Lanze die Fahne oder den Schild auch an Rüdigers Schild Nunmehr stürmt also Rüdiger an gegen seine Freund Feinde Strophe 2206 Nach diesem Angeloben den Schild hob Rüdiger Sein Mut begann zu toben Nicht länger säumt er mehr Auf lief er zu den Gästen wohl einem Recken gleich viel kraftvolle Schläge schlug da dieser Mag Graf Reich Volker und Hagen die zwei traten beiseit wie ihm verheißen hatten die Degen allbereit noch traf er bei den Türen so manchen kühnen an daß Rüdiger die Feindschaft mit großen Sorgen begann aus Rache Willen ließen ihnen das Haus hinein gehe Not und Gunther das mochten Helden sein zurück Wichter Giesel her für wahr es war ihm leid er versah sich noch des Lebens drum miet er Rüdiger im streit da sprangen zu den Feinden die in Rüdigers lehn hinter ihrem Herren sah man sie kühnlich gehen schneidende Waffen trugen sie an der Hand da zerbrachen viel der Helme und mancher herrliche Rand Schildrand natürlich da schlugen auch die müden noch manchen schnellen Schlag auf die von Bächelan der tief und eben brach durch die lichten Panzer und drang bis auf das Blut sie frommten in dem Stürme viel Wunder herrlich und gut das edle Heergesinde war alle nun im Saal Volker und Hagen die sprangen hin zum Mahl sie gaben niemand Frieden als dem einen Mann das Blut von ihren Heben von den Helmen nieder ran Sinne gaben Frieden ihr Mann wann dem einen Mann wie da der Schwert der Tosen so grimmig erklang daß unter ihren Schlägen das Schildgespänge sprang die Schildsteine rieselten getroffen in das Blut da fochten sie so grimmig wie man es nie wieder tut der Vogt von Bechelaren schuf hin und her sich Bahn wie einer der mit ungestüm im Sturme werben kann des Tages ward ein Rüdiger herrlich offenbar daß er ein Recke wäre kühn und ohne Tadel gar hier standen diese Recken Gunther und Gehernot sie schlugen in dem Streite viele der Helden Tod Giesel herrn und Dankwart am Heile wenig lag da brachten sie noch manchen hin zum jüngsten Tag wohl erwies auch Rüdiger daß er stark war genug kühn und wohl gewaffnet hei was er Helden schlug das sah ein Burgunde da schuf der Zorn ihm Not davon begann zu nahen des edlen Rüdiger Tod Gehernot der Starke rief den Helden an er sprach zum Markgrafen ihr wollt mir keinen Mann der meinen Leben lassen fiel edler Rüdiger das schmerzt mich ohne Maßen ich ertrage es nicht länger mehr nunmehr wird die Tragik auf die Spitze auf die Schwertspitze getrieben in dem mörderischen Kampf wird nun kontradiktisch die bindende Kraft der Gabe in ihr Gegenteil verkehrt Rüdiger hat Gernot ein Schwert geschenkt und jetzt wird Gernot mit diesem Schwert den Schenkenden erschlagen allerdings diese Untat an dem Schenkenden sie kann nur geschehen indem auch der Beschenkte sein Leben gibt 2217 Gernot zu auf des Helmes Siegermär und streit des Königs Etzel Etzel daß wir an ihn vertan was er nur begehrte er tat nicht wohl daran der uns rächen sollte der will des Friedens pflegen da gab ihr Volker Antwort dieser herrliche Degen wir wollen nicht grübeln wieso Volker hören konnte was Grimhild doch im vertrauten Gespräch zu Etzel sagt das ist eine Beziehung auf Realitäten die in dieser Dichtung keine Rolle spielen Volker also dem ist nicht also leider viel Edelkönigs Weib und dürft ich lügen strafen ein so hehres Weib so hättet ihr recht teuflisch Rüdigern verlogen er und seine Degen sind um die Sühne gar betrogen so willig vollbracht er was ihm sein Herr gebot dass er und sein Gesinde hier fielen in den Tod nun seht euch um Frau Grimhild wem ihr gebieten wollt euch war bis an sein Ende rüdiger getreu und hold wollt ihr mir nicht glauben so schaut es selber an zu ihrem König sah König Etzels Mann wohl nimmer leider geschah also er wird nicht der Leichnam wird nicht den Hunden ausgeliefert sondern er wird nur demonstrativ gezeigt das spielt eine gewisse Rolle denn es wird sich nachher in Kampf entspinnen als Dietrich von Bern und Hildebrand den Leichnam Rüdigers sich erbitten aus der Macht der Burgunder da sie den Markgrafen Tod sahen vor sich tragen dafür möchte euch kein Schreiber wir können noch sagen Dichter zu Schildern noch zu sagen die ungebärd geklage so vom Weib als Mann die sich aus Herzensjammer da zu erzeigen begann König Etzelsjammern war so stark und voll wie eines Löwenstimme dem reichen König Scholl der Wehruf der Klage auch ihr schufs große Not sie weinten übermäßig um des guten Rüdiger Tod sie klackten ungefurge des guten Rüdiger lieb alle alle leute alle mannen dietrichs fallen und in einem meer von blut sind noch übrig hildebrand auf der einen seite hagen und gunther auf der anderen und nun berichtet hildebrandt der sich dem gemetzel entzogen hat mit knapper not übrigens nur hildebrandt berichtet dietrich und der will genauere botschaft nun haben von den unglaublichen vorgängen er befiehlt seine leute sie sollten sich wappnen und erfährt daß er ein könig nicht nur ohne land sondern auch ohne leute ist 38 av wie herrn dietrichs mann alle erslacken wurden da hort man allenthalben jammer also groß das palast und türme von dem wurf er dos do hort es auch von berne ein dietriches mann durch desis darken meere wie er bald er garen begann der jammer allenthalben zu solchem maße schwoll daß von der wehklage palast und turm erscholl da vernahm es auch ein berner dietrichs untertan der schweren botschaft willen wie eilens kam er heran da sprach er zu dem fürsten hört mich her dirterich was ich noch je erlebte so herzensjämmerlich hörte ich noch niemals klagen als ich jetzt vernahm ich glaube daß der könig selber nun zu schaden kam wie wären sonst die leute allen solcher not der könig oder krimhild eines daß ich ihnen Frieden bot. Und nun, Hildebrands Neffe, da sprach der kühne Wolfhardt, ich will zum Saale gehen, der Meere nachzufragen, was da sei geschehen, und will euch dann berichten, viel lieber Herr, mein, wenn ich es dort erkunde, worum die Klage möge sein. Da sprach der edle Dietrich, wenn man sich zorns versieht und ungestümes Fragen zur Unzeit dann geschieht, das betrübt den Recken allzu leicht den Mut. Drum will ich nicht, daß Wolfhardt ihr die Frage da tut. Das ist sehr prophetisch gesehen, denn Wolfhardts Ungestüm wird den Kampf ausbrechen lassen. Da bat er Helfriechen, also ein anderer seiner Helden, da bat er Helfriechen hinzugehen geschwind, ob er erkunden möge, bei Etzels Ingesinnt oder bei den Gästen, was da wär geschehen. Da wurde nie bei Leuten so großer Jammer gesehen. Der Bote kam und fragte, was ist hier geschehen? Da ward ihm zum Bescheide, nun mußt uns auch zergehen der Trost, der uns geblieben, noch war im Hunnenland. Hier liegt der Schlagen, Rüdiger, von der burgunden Hand. Nicht einer ist entkommen, der mit ihm ging hinein. Das konnte Helfriechen nimmer leider sein. Für wahr, er mochte mehrere noch nie so ungern sagen. Er kam zu dir, Triechen, zurück mit Weinen und Klagen. »Was bringt ihr uns für Kunde?« sprach der Dirterich. »Wie weinet ihr so heftig, Degenhelferich?« Da sprach der Edlericke. »Wohl hab ich Grund zu klagen. Den guten Rüdiger haben die Burgunden erschlagen.« Da sprach der Held von Berne. »Das wolle nimmer Gott. Eine starke Rache wäre so des Teufels Spott. Wie hätt an ihnen Rüdiger verdient solchen Sollt. Ich weiß wohl die Kunde, er ist den Fremdlingen Holt.« Da sprach der kühne Wollfahrt. »Und wär es geschehen, so sollte es ihnen allen an Leib und Leben gehen. Wenn wir's ertragen wollten, es bricht uns Spott und Schand. Uns bot so große Dienste des guten Rüdigers Hand.« Der Vogt von Ammelungen, also Dietrich, erfragte es gern noch mehr. In ein Fenster setzte er sich. Ihm war das Herz so schwer. Da hieß er Hildebranden zu den Gästen gehen, Bei ihnen zu erforschen, was da wäre geschehen. Der sturmkühne Recke, Meister Hildebrand, »Weder Schild noch Waffen«, trug er an der Hand. Er wollte in seinen Züchten, heißt es mittelhochdeutsch, also in seinen Züchten, zu den Gästen gehen, das heißt also höflich, ungewappnet. Aber von seiner Schwesterkinde, also seinem Neffen, mußt er sich gescholten sehen. Da sprach der Grimme Wolfhardt, »Geht ihr dahin so bloß«, also ungewappnet, »so kommt ihr ungescholten nimmer wieder los. So müßt ihr dann mit Schanden tun, die Widerfahrt. Geht ihr dahin in Waffen, so weiß ich, dass es mancher spart, also dass man es sich und euch ersparen wird, euch zu beschimpfen.« Da rüstete der Alte sich nach des Jungen Rat. Das ist zweifellos auch ironisch oder zumindest melancholisch gemeint. »Do garte sich der Wiese durch des Tumben Rat.« Ehe er es inne wurde, standen in ihrem Staat, in ihrer Rüstung nämlich, die Recken Dietrichs alle, die Schwerter in der Hand. Leid war das dem Helden, er hätte es gern noch abgewandt. Er frug, wohin sie wollten. »Wir wollen mit euch hin.« Ob von Tronja Hagen wohl dann noch ist, so kühn, mit Spott zu euch zu reden, wie ihm zu tun gefällt? Als er dieses hörte, erlaubt es ihnen, der Held. Da sah der kühne Volker wohlgewaffnet gehen die Recken von Berne in Dietrichens Lehn, die Schwerter umgegürtet, die Schilde vor der Hand. Er sagt es seinen Herrn aus der Burgundenland. Da sprach der Fiedelspieler, »Dorten sehe ich nahen, recht in Feindesweise, die Dietrich untertan, gewaffnet unter Helmen. Sie wollen uns bestehen. Nun wird es an das Üble mit uns Fremdlingen gehen.« Es wehrte nicht lange, so kam auch Hildebrand. Da setzte er vor die Füße, seinen Schildesrand, und begann zu fragen, die Guntern untertanen. »O weh, ihr guten Degen, was hatte euch Rüdiger getan? Mich hat mein Herr Dietrich her zu euch gesandt. Ob erschlagen liege Helden, von eurer Hand dieser edle Markgraf? Wie gab man uns Bescheid? Wir könnten nicht verwinden, also schweres Herzeleid.« Da sprach der Grimme Hagen, »Die Mär ist ungelogen. Wie gerne ich's euch gönnte, wärt ihr damit betrogen, Rüdigern zuliebe. So lebt er uns noch, denn nie genug beweinen mögen Frauen und Mannen doch. Als sie das Recht vernahmen, Rüdiger sei tot, da beklagten ihn die Recken, wie ihre Treue gebot. Dietrichens Mannen sah man die Tränen gehen übern Bart zum Kinne. Viel Leid war ihnen geschehen. Siegstab, der Herzog von Bern, sprach zur Hand, »O weh, wie all die Güte hier gar ein Ende fand, die uns Rüdiger hier schuf, nach unseres Leides tagen.« »Der Trost der Heimatlosen«, Rüdiger nämlich, »liegt von euch Helden erschlagen.« Da sprach von Ammelungen der Degen Wolfwein, »Und wenn ich vor mir liegen, hier seh den Vater mein, mir würde nimmerleider als um Rüdigers Tod.« »O weh, wer soll nun trösten, die Markgräfin in ihrer Not?« Da sprach im Zornmute der kühne Wolfhardt, »Wer leitet nun die Recken auf mancher Heerfahrt, wie von dem Markgrafen so oft geschehen ist?« »O weh, viel edler, Rüdiger, daß du uns so verloren bist!« Wolfbrand und Helferich und auch Helmnot mit allen ihren Freunden beweinten seinen Tod, nicht mehr fragen mochte vor Seufzen Hildebrand. Er sprach, »Tut denn, ihr Degen, warum mein Herr uns gesandt?« »Gebet uns den Toten, Rüdiger, aus dem Saal, an dem all unsere Freude erlitt den Jammerfall. Laßt uns ihm so vergelten, was er an uns getan hat mit großer Treue und an manchem anderen Mann.« Wir sind hier auch Vertriebene, wie Rüdiger, der Degen. Wie laßt ihr uns warten? Laßt uns ihn aus den Wegen tragen und dem Tode lohnen noch dem Mann. Wir hätten es wohl billig bei seinem Leben getan. Gunther scheint gütlich zuzustimmen. Da sprach der König Gunther, »Nie war ein Dienst so gut, als denen ein Freund dem Freunde nach dem Tode tut. Das nenn' ich stete Treue, wenn man das leisten kann. Ihr lohnt ihm nach Verdienste. Er hat euch Liebes getan.« Aber der cholerische junge Wolfhardt scheint diese vernünftigen und melancholischen Worte für ein Hinhalten zu bewerten. Und nun also braust er auf, »Wie lange sollen wir flehen?« Interessanterweise also das Verbum »pflegen«, mittelhochdeutsch, »betteln«, meint er damit also. Sie flehen ja gar nicht. Sie hatten ja nur gebeten. »Also, wie lange sollen wir flehen?« »Sprach Wolfhardt, der Held.« »Da unser Trost der Beste liegt von euch gefällt. Und wir ihn nun leider nicht länger mögen haben. Laßt uns ihn hinentragen, dass wir den Recken begraben.« Zur Antwort gab ihm Volker, »man bringt ihn euch nicht her. Holt ihn aus dem Hause, wo der Degenherr mit tiefen Herzenswunden gefallen ist ins Blut. So sind es volle Dienste, die ihr hier rüdigern tut.« Da sprach der kühne Wolfhardt, »Gott weiß, Herr Fiedelmann, ihr müßt uns nicht noch reizen. Ihr habt uns leidgetan. Dürft ich's vor meinem Herrn?« So kämt ihr drum in Not. Doch müssen wir es lassen, weil er den Streit uns verbot. »Herr Spillmann ist sicherlich verächtlich gemeint,« Herr Fiedelmann übersetzt in diesem Falle Simrock zutreffend. Und nun reizt ein Wort das andere. Wir gehört haben, wie die Welt in Tränen versinkt, wie der Jammer, die Klage, die Not, die Verzweiflung um den Tod des Kurten Rüdiger. Alle diese gewaltigen und gewalttätigen Männer rührt und ergreift und erschüttert. Da möchte man ja doch meinen, dass nun vielleicht die Chance zum Frieden gegeben ist. Aber was ist? Diese Helden reizen an dadurch wütige, aggressive, übermütige Reden auf und dann wird ein schrecklicher Kampf ausbrechen. Also Volker, der Herr Spillmann, antwortet auf Wolfhardts gereizte Bemerkungen 2268. Da sprach der Fiedelspieler, »Dir fürchtet sich zu viel, der, was man ihm verbietet, alles lassen will. Das kann ich nimmer heißen, rechten Heldenmut.« Die Rede dünkte Hagen von seinem Heergesellen gut. Also Volker verhöhnt Wolfhardt, weil Wolfhardt erklärt, »Ich darf nicht mit euch kämpfen, so gerne ich's möchte, aber mein Herr, nämlich Dietrich, hat es uns verboten.« Daraufhin also, Volker, »der Furcht ist gar zu viel, was man ihm verbietet, der's alles lassen will. Der hat allzu viel Angst, der, weil man's ihm verbietet, alles lassen will.« Das wird er zu bereuen haben, dieses Wort. »Lasst's lieber unterwegen«, fiel ihm Wolfhardt ein. »Ich verstimm' euch so die Seiten, dass ihr noch am Rhein, wenn je ihr heimreitet, habt davon zu sagen. Euer Überheben mag ich mit Ehren nicht ertragen.« Da sprach der Fiedelspieler, »Wenn ihr den Seitenmein die guten Töne raubtet, eures Helmesschein müßte trübe werden dabei von meiner Hand, wie ich halt auch reite in der Burgundenland.« »Da wollt er zu ihm springen«, »Wolfhardt will auf ihn zuspringen. Doch blieb nicht frei die Bahn. Hildebrandt, sein Ohrheim, hielt ihn mit Kräften an. »Ich sehe, du willst wüten in deinem dummen Zorn.« »Da hätten wir auf immer meines Herren Hult verloren.« Aber Volker reizt weiter. »Lasst los den Löwenmeister! Er hat so grimmigen Mut.« »Doch kommt er mir zu nahe«, sprach Volker der Degen gut, »hätt er mit seinen Händen die ganze Welt erschlagen, ich schlag' ihn, daß er nimmermehr ein Widerwort weiß zu sagen.« Da Robb ergrimmte heftig den Bernern der Mut. Den Schild ruckte Wolfhardt, ein schneller, recker gut. Gleich einem wilden Löwen lief er auf ihn an. Die Schar seiner Freunde ihm rasch zu folgen begann. Mit weiten Sprüngen setzt er bis vor des Saales Wand. Doch er eilte ihn vor der Stiege noch der alte Hildebrand. Er wollt ihn vor ihm selber nicht lassen in den Streit. Zu ihrem Willen fanden sie gern die Gäste bereit. Also auch Hildebrandt, der bisher ja der Repräsentant, der Vertreter der Weisenmäßigung war, ist durch diese Reizreden derartig in Feuer geraten, daß er sogar noch seinen jungen Neffen überholt beim Ansturm auf die Burgunder in ihrem Saal. »Da sprang hin zu Hagen, Meister Hildebrandt. Man hörte Waffen klingen an der Heldenhand. Sie waren sehr im Zorne, das zeigte sich geschwind. Von der beiden Schwertern ging der feuerrote Wind.« Also das Bild für die Funken, die sprühen, wenn die Schwerter auf die metallenen Rüstungen schlagen. »Da wurden sie geschieden in des Streites Not. Das taten die von Berne wie Kraft und Mut gebot. Als sich von Hagenwand der Meister Hildebrandt, da kam der starke Wolfhardt auf den kühnen Volker gerannt. Also geschieden wurden sie nicht etwa friedlich, sondern in dem Kampfgetümmel wurden sie auseinandergetrieben und neue Paare gingen gegeneinander an. Also Wolfhardt rennt nun Volker an, mit dem er sich ja schon weitlich mit Worten gestritten hatte. Auf den Helm dem Fiedler schlug er solchen Schwang, dass des Schwertes Schärfe durch die Spangen drang. Das vergalt mit Ungestüm der kühne Fiedelmann. Da schlug er Wolfharten, dass er zu sprühen begann, dass er stirben begann, dass die Funken stieben. Feuers aus den Panzern hieben sie genug, grimmen Hass jedweder zu dem anderen trug. Da schied sie von Berne, der Degen Wolfwein. Wäre er kein Held gewesen, so konnte das nimmer sein. Gunther der Recke mit williger Hand empfing die hehren Helden aus Ammelungenland. Dies ist natürlich eine furchtbare Parodie. Gunther der König wird hier geschildert, als empfinge er, was ja zu seinen Königspflichten oft und oft gehört hat, als empfinge er mit williger Hand, also freundwillig, Gäste, hohe Helden aus Ammelungenland. Aber hier ist die furchtbare Wirklichkeit ja anders und die Formulierung ist nur als Ironie zu verstehen. Gunther der Recke mit williger Hand empfieh dir, Heldemäre von Ammelungenland. Giesel, Herr der Heere, die lichten Helm faß, der frummte er da viel Manniges, von blurte Rot unde nass. Also Gunther der Recke mit williger Hand empfing die hehren Helden aus Ammelungenland. Giesel, Herr der Junge, die lichten Helme gut, machte in dem Sturme manchen nass und rot von Blut. Dankwart, Hagens Bruder, war ein grimmer Mann. Was er zuvor im Streite Herrliches getan, an König Etzels Recken, das schien nun gar ein Wind. Nun erst begann zu toben des kühnen Aldrianes Kind. Richard und Gerbart, Helfrich und Wichard, in manchen Stürmen hatten die selten sich gespart, das ließen sie wohl schauen, die in Gunthers Lehn. Da sah man Wolf branden, in dem Streite herrlich gehen. Da focht, als ob er wühte, der alte Hilde brannt. Viel gute Recken mußten vor Wolfhartens Hand auf den Tod getroffen, sinken in das Blut. So rechten Rüdigers Wunden diese Recken kühn und gut. Da focht der Herzog Sigg starb, wie ihm der Zorn gebot. Ach, was guter Helme brach in des Sturmes Not dort an seinen Feinden, Dietrichens Schwester, Sohn. Neffe also ist er von Dietrich, der Herzog sich starb. Er konnte in dem Sturme nicht gewaltiger drohen. Volker der Starke, als er das ersah, wie Sigg starb der Kühne aus Panzerringen da Bäche Blutes holte, das schuf dem treuen Zorn. Er sprang ihm hin entgegen. Da hatte hier bald verloren von dem Fiedelspieler das Leben Sieg starb. Volker ihm seiner Künste so vollen Anteil gab, er fiel von seinem Schwerte nieder in den Tod. Das rechte Meister Hilde brannt, wie ihm sein Eifer gebot. »O weh des lieben Herrn«, sprach Meister Hilde brannt, »der uns hier erschlagen, liegt von Volkers Hand. Nun soll der Fiedelspieler auch länger nicht gedeihen.« Hilde brannt der Kühne, wie konnte er grimmiger sein. Da schlug er so auf Volker, daß von des Helmes Band die Splitter allwärts stoben, bis zu des Saales Wand, vom Helm und auch vom Schilde dem kühnen Spielmann. Davon der starke Volker nun auch sein Ende gewann. Da drangen zu dem Streite die in Dietrichs Lehn. Sie schlugen, daß die Splitter sich wirbelnd mußten drehen, und man der Schwerter Enden in die Höhe fliegen sah. Sie holten aus den Helmen heiße Blutbäche dar. »Schwerter Enden« ist natürlich wieder unsinnig, und daß man »Ort des Werte«, heißt im Urtext, »viel hohe Fliegergen sah«, »Ort« heißt »Spitze«, »vor Ort« heißt »an der Spitze eines Schachtes«, eines Stollens. »Und daß man »Ort des Werte«, müßte also übersetzt werden, »und man der Schwerter Spitzen«, »in die Höhe fliegen« sah. Sie holten aus den Helmen heiße Blutbäche dar. Nun sah von Tronje Hagen Volker den Degen tot. Das war ihm bei dem Feste die allergrößte Not, die er gewonnen hatte, an Freund und Untertan. Oh weh, wie grimmig Hagen, den Freund zu rächen begann. Bei dem Feste ist natürlich wieder ironisch, Mittelhochdeutsch Hochgeziehte, also unser Wort Hochzeit, aber Mittelhochdeutsch meint es eben jede hohe Zeit, nicht nur die spezifische Eheschließung. Jetzt also, Hagen. »Nun soll es nicht genießen, der alte Hildebrandt. Mein Freund, der liegt erschlagen von des Heldenhand, der beste Heergeselle, den ich je gewann.« Den Schild rückt er höher, so ging er schlagend hin dann. Helferich der Starke Dankwarten schlug. Guntern und Geselherrn war es leid genug, als sie ihn fallen sahen in der starken Not. Doch hatten seine Hände wohl vergolten seinen Tod. Derweil schuf sich wolfhart hin und wieder Bahn, alles niederhauend, was Guntern untertan. Er machte nun zum dritten Mal die Runde durch den Saal. Da fiel von seinen Händen gar mancher Recke zu Tal. Sie müssen, wenn Sie hören, wieder und dann hin und wieder Bahn. Und er machte nun zum dritten Mal die Runde. Das lesen wir noch einmal in Mittelhochdeutsch, damit ich es Ihnen besser erklären kann. »Die Wiele, gier auch Wollfahrt bei die Widder und die Dann. Alles Hauwände, die Gunteres Mann. Er was dir dritten Kehre, nun kommen durch den Saal. Da fiel von seinen Handen, will man eine Grecke zu Tal.« So beschreibt der Dichter in der Antike wie im Mittelalter »Die Furche, die blutige Furche, die der gewaltige Herrscher und Held schlägt in die Schar seiner Feinde.« »Bustrophedon« heißt das im Alten Griechisch. Also das ist die jeweilige Ackerfurche, die in der Wende den Helden zurückgehen lässt und seinen blutigen Weg erneut kehren lässt und zurückgehen lässt, um erneut zuzuschlagen. »Die Widderkehre« heißt das im Mittelhochdeutsch. Da rief der edle Gieselherr Wolfharten an. »O weh, daß ich so grimmen Feind je gewann! Kühner Ritteredel, nun wende dich hierher! Ich will es helfen enden, nicht länger trag ich es mehr!« Zu Gieselherren wandte sich Wolfhart in den Streit. Da schlugen sich die Recken manche Wunde weit. Mit solchem Ungestüme er zu dem König drang, daß unter seinen Füßen übers Haupt das Blut ihm sprang. Mit schnellen, grimmen Schlägen der schönen Ute Kind empfing da Wolfharten den Helden hochgesinnt. Wie stark auch war der Degen, wie sollt' er hier gedeihen? Es konnte nimmer kühner ein so junger König sein. Da schlug er Wolfharten durch einen Harnischgut, daß ihm aus der Wunde niederquoll das Blut. Zum Tode war verwundet Dietrich ins Untertan. Wohl mußt er sein, ein Recke, der solche Werke getan. Als der kühne Wolfhart die Wund an sich empfand, den Schild ließ er fallen, höher in der Hand hob er ein starkes Waffen, das war wohl scharf genug, durch Helm und Panzerringe der Degen Gieselherrn schlug. Den grimmen Tod einander hatten sich angetan. Da lebte auch niemand weiter, der Dietrich untertan. Hildebrand, der Alte, Wolfharten fallen sah. Gewiß vor seinem Tode solch Leid ihm nimmer geschah. Denn Wolfhart ist sein Neffe. Sie haben sich nun alle wechselseitig niedergemetzelt und warten in Blut, wofern sie noch leben. Und das sind nur ganz wenige. Wir haben ja längst erlebt, dass unser Dichter sich mit einem Furor der Pedanterie in die Schilderung von zwei Gelegenheiten stürzt, nämlich die von Festen und von Kämpfen. Und was nun die Schilderung der Kämpfe in dieser 38. der vorletzten Aventeure angeht, so möchte man meinen oder doch vielleicht sogar hoffen, dass der Dichter in der Schrecklichkeit dieser Kämpfe auch die Sinnlosigkeit, die brutale, fürchterliche Sinnlosigkeit dieser Kämpfe deutlich machen will. Strophe 2299, letzter Teil dieser 38. Aventeure. Erstarben waren alle, die in Gunters Lehn und die in Dietrichens. Hildebrand sah man gehen, wo Wolfhard war gefallen, nieder in das Blut. Er umschloß mit Armen den Helden kühn und gut. Er wollte ihn aus dem Hause tragen mit sich fort. Er war zu schwer, doch lassen mußt ihn der Alte dort. Da blickte aus dem Blute der Todwunde Mann. Er sah wohl sein Ohrheim, Hilfe gern ihm hindern. Da sprach der Todwunde, Viel lieber Ohrheim mein, Mir kann zu dieser Stunde Eure Hilfe nicht gedeihen. Nun hütet euch vor Hagen, Fürwahr, ich rat' euch gut, Der trägt in seinem Herzen Einen grimmigen Mut. Und wollen meine Freunde Im Tode mich beklagen, Den Nächsten und den Besten, Den sollt ihr von mir sagen, Daß sie nicht um mich weinen, Das tun immer Not. Von eines Königs Händen Fand ich hier herrlichen Tod. Diese absurde Verherrlichung des eigenen Todes Ist wiederum nur zu verstehen Aus mittelalterlichem Standesdenken, Das sich als Standesdenken, Auch als moralisches Denken erweist. Ein Held, Von einem König erschlagen, Ehrt durch seinen eigenen Tod Wiederum dann auch noch sich selber. Ich hab' auch so vergolden, Mein Sterben hier im Saal, Das schafft noch den Frauen Der guten Ritter Qual. Will's jemand von euch wissen, So mögt ihr kühnlich sagen, Von meiner Hand alleine Liegen hundert wohl erschlagen. Da gedacht auch Hagen an den Fiedelmann, Dem der kühne Hildebrandt das Leben abgewann. Da sprach er zu dem Degen, Ihr entgeltet nun mein Leid, Ihr habt uns hier benommen, Manchen Recken kühn im Streit. Er schlug auf Hildebranden, Daß man wohl vernahm, Balmungen dröhnen, Den Siegfrieden nahm, Hagen der Kühne, Als er den Helden schlug, Balmunges Siegfrieds Schwert. Da wehrte sich der Alte, Er war auch streitbar genug. Dietriches Recke, Ein breites Waffenschwang Auf Hagen von Tronje, Das scharf den Stahl durchdrang. Doch konnte nicht verwunden Gunters Untertan, Da schlug ihm Hagen wieder Durch einen Harnisch, Wohlgetan. Als der alte Hildebrandt Die Wunde recht empfand, Besorgt er größern Schaden Noch von Hagens Rand, Den Schild warf er auf den Rücken, Dietrichs Untertan. Mit der starken Wunde Der Held vor Hagen entbrannt. Er tritt also Einen ehrenvollen Rückzug an, Da er ja nun schon verwundet ist, Und außerdem mit Recht Argwöhnt, Daß es noch schlimmer Kommen könnte. Also wirft er zum Schutz Seiner Rückfront Den Schild auf den Rücken. Da lebte auch von allen Den Degen niemand mehr Als Gunter und Hagen, Die beiden Recken her. Mit Blut ging Beronnen Der alte Hildebrandt. Er brachte Leidemäre, Da er Dietrichen fand. Schwer bekümmert sitzen, Sah er da den Mann. Also diese Übersetzung hält man nicht aus. Das heißt mittelhochdeutsch, Du Sacher Toreglichen, Toreglichen sitzen hier den Mann. Toreglichen, das heißt in großer Trauer. Noch größern Leideskunde Nun der Fürst gewann. Als er Hildebranden Im Panzer sah, So rot, Da fragte er nach der Ursache, Wie ihm die Sorge gebot. Nun sagt mir, Meister Hildebrandt, Wie seid ihr so nass Von dem Lebensblute Und wer, Wer tat euch das? Ihr habt wohl mit den Gästen Gestritten in dem Saal? Ihr liest es billig bleiben, Wie ich so dringend befahl. Da sagte er seinem Herrn, Hagen tat es mir, Der schlug mir in dem Saale Diese Wunde hier, Als ich von dem Recken Zuwenden mich begann, Kaum, daß ich mit dem Leben Noch dem Teufel entran. Da sprach der von Berne, Gar Recht ist euch geschehen, Da ihr mich Freundschaft hörtet, Den Recken zugestehen, Und doch den Frieden brachet, Den ich ihnen bot. Wer mir's nicht ewig schande, Ihr solltet's büßen mit dem Tod. Nun zirnt mir, Herr Dietrich, Darauf nicht allzu sehr, An mir und meinen Freunden Ist der Schade gar zu schwer. Wir wollten Rüdiger gerne tragen Aus dem Saal, Das wollten uns nicht gönnen, Die, welchen Gunther befahl. Und jetzt, Dietrich, O weh mir dieses Leides! Ist Rüdiger doch tot? Das muß mir sein, Ein Jammer vor aller meiner Not. Gotelind, die Edle, Ist meiner Base Kind. O weh der armen Weisen, Die dort zu Bechlaren sind. Also Gotelind ist die Tochter Der Schwester seines Vaters, Base. Herze, Leid und Kummer Schuf ihm Rüdigers Tod. Er hub an zu weinen, Den Helden zwang die Not. O weh der treuen Hilfe, Die mir an ihm erlag, König Etzels Degen Nie verschmerzen ich mag. Könnt ihr mir, Meister Hildebrandt, Rechte Kunde sagen, Wie der Recke heiße, Der ihn hat erschlagen? Er sprach, Das tat mit Kräften Der starke Geernot. Von Rüdigers Händen Fand auch der König den Tod. Er sprach zu Hildebranden, So sag den Meinen an, Daß die alsbald sich waffnen, So geh ich selbst hinan, Und befehlt, Daß sie mir bringen Mein lichtes Streitgewand. Ich selber will nun fragen, Die Helden aus Burgundenlandt. Da sprach Meister Hildebrandt, Wer soll mit euch gehen? Die euch am Leben blieben, Die seht ihr vor euch stehen, Das bin ich ganz alleine. Die anderen, die sind tot. Da erschrak er dieser Meere, Es schuf ihm wahrhafte Not, Da er auf Erden nimmer Noch solches Leid gewann. Er sprach, Und sind erstorben Alle, die mir untertan, So hat mein Gott vergessen. Ich armer Dietrich, Ich herrschte ein mächtiger König, Heereinst und gewaltiglich. Das ist in der Übersetzung Wieder viel zu schwach, Wir haben ja mehrfach schon Die Erfahrung gemacht, Daß in ganz erschütternden, Extremen Augenblicken Der Dichter sich einer Ganz einfachen, schlichten, Volksliedhaften Sprache bedient. So auch jetzt. Wann er Leid so Großes Zerwerlde Nier gewann, Er's brach, Und sind erstorben Alle, meine Mann, So hat mein Gott vergessen, Ich armer Dietrich, Ich was ein König Heere, Vielgewaltig und der Riech. Wieder sprach da Dietrich, Wie konnte's nur geschehen, Daß sie all erstarben, Die Helden außersehen, Von den Streitmüden, Die doch gelitten Not, Also erschlagen sind Von den doch längst Erschöpften Burgunden. Mein Unglück schuf's alleine, Sonst verschonte sie der Tod. Wenn dann mein Unheil wollte, Es sollte sich begeben, So sprecht blieb von den Gästen Einer noch am Leben. Da sprach Meister Hildebrandt, Das weiß Gott, Niemand mehr als Hagen ganz alleine Und Gunter, der König Heer. O weh, lieber Wolfhardt, Und hab ich dich verloren, So mag mich bald geräuen, Daß ich je ward geboren, Siegstab und Wolfwein Und auch Wolfbrandt, Wer soll mir denn helfen In der Ammelungenland? Helferich der Kühne Und ist mir der erschlagen, Gerbart und Wichert, Wann höre ich auf zu klagen? Das ist aller Freuden Mir der letzte Tag. O weh, Daß vor Leide Niemand doch ersterben mag, Daß es nicht möglich ist, Zu sterben nur Aus der Macht des Schmerzes Und des Kummers heraus. Damit endet Die achtunddreißigste Aventüre Die neununddreißigste Aventüre Ist die letzte. Wie Gunter und Hagene und Krimheld Wurden erst langen. Du suchte der Herr Diertrich Selbe sin Gewand Im Half, Daß er sich wafend Meister Hildebrandt. Du klaggete also Sehrer der kräftige Mann, Daß das Hus Erdiersen von siner Stimme Begann. Das ist wieder Ein interessantes, Realistisches, Materielles Detail Aus mittelalterlicher Alltagswirklichkeit. Ein Ritter kann sich Natürlich diese schwere Rüstung Nicht alleine anlegen, Dazu braucht er Knappen. Und daher Die an sich sonst Nicht verständliche Formulierung, Da suchte sich Herr Diertrich Selber Sein Gewand. Das ist die Geste Dafür, Daß er nun wirklich Ganz allein ist. Nur Der Alte Hilft ihm. Ihm half, Daß er sich waffnete Meister Hildebrandt. Da klagte so gewaltig Der kraftvolle Mann, Daß von seiner Stimme Das Haus Zu schüttern Begann. Dann gewann er wieder Rechten Heldenmut. Im Grimm Wart gewaffnet Da der Degen gut, Seinen Schild Den festen, Den nahm er an die Hand. Sie gingen bald von dannen, Er und Meister Hildebrandt. Da sprach Von Tronje Der Hagen. Dort sehe ich zu uns gehen, Ditterich den Herrn. Der will uns bestehen Nach dem großen Leide, Daß wir ihm angetan. Nun soll man heute schauen, Wen man den Besten nennen kann. Und dünkt sich denn von Berne Der Degen Ditterich Gar so starkes Leibes Und so fürchterlich Und will er's an uns rächen, Was ihm ist geschehen, Also sprach der Hagen. Ich bin wohl Mann, Ich bin wohl Mann, Ihn zu bestehen. Die Rede hörte Dietrich Mit Meister Hildebrandt. Er kam, Wo er die Recken Beide stehen fand, Und außen vor dem Hause, Gelehnt an den Saal. Seinen Schild den Guten, Den setzte Dietrich In leidvollen Sorgen Sprach da Dietrich. Wie habt ihr so geworben, Herr Gunther, Wieder mich, Einen Heimatlosen? Was tat ich euch wohl je, Daß alles meines Trostes Ich nun verweiset mich seh? Ihr fandet nicht Genüge An der großen Not, Als ihr uns rüdigären Den Recken schluget tot. Ihr missgönntet sie mir Alle, die mir untertan. Wohl hätte ich solchen Leides Euch Degen nimmer getan. Gedenkt an euch selber Und an euer Leid. Eurer Freunde sterben Und all die Not im Streit, Ob es euch guten Degen Nicht beschwert den Mut. O weh, wie so unsanft Mir der Tod Rüdigers tut. So leid geschah auf ihr, Werden niemanden je. Ihr gedachtet wenig An mein und euer Weh. Was ich Freuden hatte, Das liegt von euch erschlagen. Wohl kann ich meine Freunde Nimmermehr genug beklagen. Wir sind wohl nicht so schuldig, Sprach Hagen entgegen. Zu diesem Hause kamen Alle eure Degen Mit großem Fleiß gewaffnet In einer breiten Schar. Man hat euch wohl Die Meere nicht gesagt, Wie sie war. Was soll ich anders glauben? Mir sagt Hildebrandt, Euch baten meine Recken Von Amelungenland, Daß ihr ihnen Rüdigern Gebet aus dem Haus. Da botet ihr Gespötte Nur den kühnen Helden heraus. Da sprach der Vogt vom Reine, Sie wollten Rüdigern tragen, Sagten sie, Von Hinnen, Das ließ ich versagen, Ätzeln zum Trotze, Nicht aber deinem Heer. Bis darauf zu schelten, Wolfhardt begann Der Degen Heer. Da sprach der Held von Berne, Es sollte nun so sein. Diese schicksalhafte, Sich ergebende, In das Fatum ergebende Formel, Die kennen wir schon viele Male Aus dem Liebe Lungenlied. Es musset also siehnt. Gunther, edler König, Bei aller Tugend dein, Ersetze mir das Herzeleid, Das mir von dir geschehen. Versöhne's, kühner Ritter, So daß ich mög's dir zugestehen. Ergib dich mir zum Geisel, Mit Hagen, deinem Mann. So will ich verhüten, So gut ich immer kann, Daß euch bei den Hunnen Jemand Leides tut. Ihr sollt an mir erfahren, Daß ich getreu bin und gut. Hier erweist sich wieder einmal Die hohe Achtung, Die der Dichter vor Dietrich von Bern hat, Der Inbegriff aller Nobilitas. Er will also Gunther und Hagen Zu seinen Gefangenen machen, Zur Gesel, zur Geisel, Weil dann sie gewissermaßen Sein Eigentum sind Und weil er sie auf diese Weise Schützen kann, Vor dem mordgierigen Neid, Mordgierigen Neid, Hass der Königin Krimhild. Aber wie wir unsere Helden kennen, Werden sie sich auf ein so weises, So friedliches, So nobles Angebot Nicht einlassen. Und in der Tat, Jetzt antwortet Hagen, Das entwelle Gott von Himmeles, Sprach Dohagene, Das sich dir ergeben, Zwene Degene, Dir noch so wehrliche, Gewaffentgeggende stahnt, Und noch so leddegliche, Vor ihr Fienden gahnt. Das verhüte Gott vom Himmel, Sprach Hagen entgegen, Das sich dir ergeben, Sollten zwei Degen, Die noch in voller Wehre, Gewaffnet vor dir stehen, Und noch so frei und ledig Vor ihren Widersachern gehen. Da gibt es ein Kriegerethos, Das durchaus selbstmörderischer Natur ist Und jede Weisheit Und jede Vernunft Außen vor lässt. Noch einmal versucht Dietrich es Mit seiner Vernunft, Mit seiner Weisheit Oder auch Güte. Irren sollt es nicht versprechen, So reddete Dietrich, Gunther und der Hagene. Irr habt beide mich, So sehr er beswäret Das Herz und auch den Murat, Wärt ihr mich's ergätzen, Dass ihr's viel Billichen tut. Also noch einmal, Obwohl Dietrich schwer verletzt worden ist Durch die Tötung seiner Nächsten, Durch diese beiden, Versucht er ihnen zuzureden. Ihr solltet's nicht verweigern, So sprach Dietrich, Gunther und Hagen. Ihr habt so bitterlich Beide mir bekümmertes Herz Und auch den Mut. Wollt ihr mir das vergüten, Dass ihr es billig Licht tut. Vergüten in dem Sinne, Als ihr euch mir ergebt. Weiter Ich geb euch meine Treue Und reich euch drauf die Hand, Dass ich mit euch reite, Heim in euer Land. Ich geleit euch wohl nach Ehren, Ich stürbe denn in Tod Und will um euch vergessen All meiner schmerzhaften Not. Also, es sei denn, ich sterbe, Sonst will ich euch In Ehren nach Hause begleiten. Aber Begehrt es nicht weiter, Sprach wieder Hagen. Wie ziemt es, Wenn die Meere wär, Von uns zu sagen, Dass zwei so kühne Degen Sich ergeben eurer Hand, Sieht man bei euch Doch niemand Als alleine Hildebrandt. Da sprach Meister Hildebrandt, Gott weiß, Herr Hagen, Den Frieden, Den Herr Dietrich Euch hat angetragen, Es kommt noch an, Die Stunde, Ihr möchtet gern Ihn nehmen. Der Sühne meines Herrn Könnt ihr mit Fug Euch bequemen. Also auch der alte, Hautigen Hildebrandt Deutet an, Wenn ihr euch ergebt, So tut ihr es in Ehren. Und nun geraten Im Angesicht Des unmittelbar bevorstehenden Endes, Inmitten unsäglichen Leides, Da geraten die beiden Großen Recken Hildebrandt und Hagen In ein zänkisch beleidigendes Streitgespräch. Das ist eine absurde, groteske Komik In finaler Phase. Auch das hat man als germanischen Geist charakterisiert. Wie alte Weiber zanken sie. Ich würde das nicht in meinem Deutsch sagen, Weil es der Political Correctness Zu widersprechen droht, Aber Gottlob sagt der Dichter selber. Also Hagen jetzt, 2343. »Auch nehme ich eh die Sühne«, sprach Hagen entgegen, »ehe ich mit Schimpf und Schande Aus dem Saal vor den Degen Flöhe, Meister Hildebrandt, Wie ihr hier habt getan. Ich wähnt auf meine Treue, Ihr stündet besser euren Mann.« Wir erinnern uns, Hildebrandt warf seinen Schild auf den Rücken Und zog sich zurück, Als er von Hagen verwundet war. Sehr vernünftig. Aber Hagen nimmt das hier zum Anlaß, Ihn zu verhöhnen. Darauf antwortet Hildebrandt, »Was verweiset ihr mir das?« Und jetzt der Gegenschlag, Erinnerung an eine Szene des Valtarius, Der Walther-Sage, Wo Hagen auf seinem Schild gesessen hat, Das ist also die Gäste des Unbeteiligtseins, Als sein Freund Walter So viel der Freunde schlug. Da hat er also die Freundestreue Über die Lehnstreue siegen lassen. Und darauf spielt jetzt unser Dichter an, Darauf spielt jetzt Hildebrandt an. Darauf antwortet Hildebrandt, »Was verweiset ihr mir das?« »Nun, wer war's, der auf dem Schilde Vor dem Waskensteine saß, Als ihm von Spanien Walter So viel der Freunde schlug. Wohl habt ihr an euch selber Noch zu rügen genug.« Und nun mischt sich in dieses Gezänk Der König Dietrich ein. Da sprach der edle Dietrich, »Wie ziehmt solchen Degen Sich mit Worten schelten Wie alte Weiber pflegen?« »Ich verbiete's, Meister Hildebrandt, Sprecht hier nicht mehr, Mich heimatlosen Recken, Zwingt so große Beschwer.« »Lasst hören, Reckerhagen«, Sprach der Dietrich. »Was spracht ihr zusammen, Ihr Degen tugendlich, Als ihr mich gewaffnet Sahet zu euch gehen?« »Ihr sagtet, ihr alleine Wolltet mich im Streit bestehen.« »Das wird euch niemand leugnen«, Sprach Hagen entgegen. »Wohl will ich's hier versuchen, Mit kräftigen Schlägen, Es sei denn, mir zerbreche Das Nibelungenschwert.« »Mich entrüstet das zu Geiseln, Unser beider Wart begehrt.« Als Dietrich erhörte Hagens Grimmenmut, Den Schild behendet zuckte Der schnelle Degen gut, Wie rasch ihm von der Stiege Entgegen Hagen sprang. Nibelungsschwert das Gute Auf Diertrichen laut erklang. »Das wußte wohl, Herr Dietrich, Daß der kühne Mann Grimmenmutes fechte. Zu Schirmen sich begann Der edle Vogt von Berne Vor ängstlichen Schlägen.« Wohl erkannt er Hagen, Diesen auserwählten Degen. Also wohl erkannt ist falsch, Erkannte Hagen. Und zweitens sind die Schläge Natürlich nicht ängstlich. Das deutsche Wort »Angest« entspricht dem lateinischen »Angustus« und das heißt »enge«, »bedrängen«, nicht wahr? Es sind also bedrängende Schläge. Es ist unsinnig, dass Simrock hier mit angstlichen Slägen vor ängstlichen Schlägen übersetzt. Ich lese deswegen die Strophe noch mal mittelhochdeutsch. Und mache eben deutlich, dass Dietrich von Bern, der ja eben nicht nur tapfer, sondern auch klug ist, sich deshalb schützt, verteidigt gewissermaßen und noch nicht angreift, weil er die gewaltige Heldenkraft Hagens kennt. Alter 2349, Mittelhochdeutsch. »Do wässe wohl, Herr Dietrich, daß der kühne Mann viel grimmes Murtes wäre, schirmen im Begann der Heere von Berne vor angstlichen Slägen, wohl erkannte Hagenen denn viel zierlichen Decken.« Auch scheut er Balmungen eine Waffe stark genug, nur unterweilen Dietrich mit Kunst entgegenschlug, bis daß er im Streite Hagen doch bezwang. Er schlug ihm eine Wunde, die gar tief, war und lang. Der edle Dietrich dachte, dich schwächte lange Not. »Mir brächt es wenig Ehre, gäb ich dir den Tod. So will ich nur versuchen, ob ich dich zwingen kann, als Geisel mir zu folgen.« Das ward mit Sorgen getan. Den Schild ließ er fallen, seine Stärke, die war groß. Hagenen von Tronge mit den Armen er umschluss. So ward von ihm bezwungen, dieser kühne Mann. Gunther der Edle darauf zu trauern begann, darum betruren begann. Wir stellen fest, so furchtbar dieser Kampf für Hagen endet, indem er vergeiselt wird, es widerspricht dem ritterlichen Ehrenkodex, daß ein anderer, ein zweiter, eingreift. Und so hat weder Hildebrandt sich auf die Seite Dietrichs gestellt, als der gegen Hagen kämpfte, noch hat Gunther sich zur Seite Hagens gestellt, als Hagen gegen Dietrich kämpfte, sondern darauf zu truern begann. Und nun der letzte Akt Hagenen band da Dietrich und führt ihn, wo er fand, Kriemhild die Edle. Und gab in ihrer Hand den allerkönsten Recken, der jemals Waffen trug. Nach ihrem großen Leide ward sie da fröhlich genug, da neigte sich dem Degen vor Freuden Ätzels Weib. Nun sei dir immer selig, das Herz und auch der Leib. Du hast mich wohl entschädigt, aller meiner Not. Ich will dir's immer danken, es verwehre's denn der Tod. Du hast mich wohl ergätzet, aller meiner Not. Wir erinnern uns, dieses Werbung Ergetzen, Entschädigen spielte eine Rolle, als Rüdiger am Hof zu Worms um Kriemhild warb und ihr schwor, er werde sie ergetzen, als Unheils, daß ihr jemals zugefügt wurde oder würde, also entschädigen, vergessen machen. Da sprach der Edle Dietrich, Nun laßt ihn am Leben, edle Königstochter. Ob es sich mag begeben, gar wohl er euch vergütet, das Leid, daß er euch tat. Er soll es nicht entgelten, daß ihr ihn gebunden saht. Da ließ sie Hagen entführen in ein Haftgemach, wo niemand ihn erschaute und er verschlossen lag. »Gunther, der Edle, hub da zu rufen an, wo blieb der Held von Berne? Er hat mir Leides getan.« Krimmelt also lässt Hagen einkerkern, wo ihn niemand sehen kann. »Das ist wichtig, daß sie isoliert werden, Gunther und Hagen.« Dietrich also nun auf den Ruf Gunthers. »Da ging ihm hin entgegen von Bern, Herr Dietrich.« Gunthers Kräfte waren stark und ritterlich. Da säumte er sich nicht länger, er rannte vor den Saal. Von ihrer beider Schwertern erhob sich mächtiger Schall. So großen Ruhm erstritten Dietrich seit langer Zeit. In seinem Zörne tobte Gunther so sehr im Streit. Er war nach seinem Leide von Herzen Feind dem Mann. Ein Wunder mußte es heißen, daß daher Dietrich entrann. Sie waren alle beide so stark und mutesvoll, daß von ihren Schlägen Palast und Turm erscholl. So heben sie mit Schwertern auf die Helme gut. Da zeigte König Gunther einen herrlichen Mut. Doch zwang ihn der von Berne, wie Hagenen war geschehen. Man mochte durch den Panzer das Blut ihm fließen, sehen von einem schaufen Schwerte, das trug Herr Dietrich. Doch hatte sich Herr Gunther gewehrt der müde Ritterlich. Der König ward gebunden von Dietrichens Hand, wie nimmer Könige sollten leiden solch ein Band. Er dachte, ließ er ledig Guntern und seinen Mann, wem sie begegnen möchten, die müßten all den Tod empfahnen. Also die tiefste Demütigung für den Herrscher, für den König, ist, daß er gebunden wird. Daher der Dichter es vier Könige nirne sollten, lieden solch ein Band, obwohl ein König solche Bande niemals leiden dürfte. Aber, Dietrich meinte eben, wenn er ledig ließe, also frei laufen ließe, den König und seinen Mann, wem sie begegnen möchten, sie müßten all den Tod empfahnen. Dietrich von Berne nahm ihn bei der Hand. Er führte ihn hingebunden, wo er Grimhilden fand. Der Frauen mit seinem Leide des Kummers viel verschwand. Sie sprach, »Willkommen, Gunther, aus der Burgundenland!« Er sprach, »Ich müßt euch danken, viel edle Schwester mein, wenn euer Gruß in Gnaden geschehen könnte sein.« »Ich weiß euch aber, Königin, so zornig von Mut, daß ihr mir und Hagen solchen Gruß im Spotte tut.« Also hohntriefend hat sie einen scheinbar friedlichen Vollkommensgruß ausgesprochen. Ich lese das mal mittelhochdeutsch. »Dietrich von Berne, der nahm ihn wie der Hand, du fuhrt er ihn gebunden, da er Grimhilde fand. Du, was mit Siemeleide Irrsorgen viel erwandt!« Sie sprach, »Willkommen, Gunther, außer Burgundenland!« Er sprach, »Ich sollt euch niegen, viel edles Westermin, ob übergrüßen möchte, gnädiglicher sehn.« »Ich weiß euch, Königinne, so zornig gemurt, daß ihr mich und Hagenen Filswaches grüßen geturt.« Da sprach der Held von Berne »Königstochter her!« »So gute Helden sah man, als Geisel nimmermehr, als ich, edle Königin, brachten eure Hut. Nun komme meine Freundschaft den Heimatlosen zugut. »Nu sollt ihr dir elenden, min fil vol geniessen lan!« »Das heißt, ihr sollt sie davon profitieren lassen, daß ich Verdienste um euch habe.« »Sie jach, sie täte es gerne!« »Mir nicht!« »Sie sprach, sie täte es gerne!« Da ging Herr Dieterich mit weinenden Augen von den Helden tugendlich. »Da rächte sich entsetzlich, König Etzelsweib.« Den auserwählten Recken nahm sie Leben und Leib. Sie ließ sie gesondert ins Gefängnis legen, daß sich nie im Leben wieder sahen die Degen, bis sie ihres Bruders Haupt hin vor Hagen trug. Grimhildens Rache ward an beiden grimm genug. Hinging die Königstochter, wo sie Hagen sah. »Wie feindselig« sprach sie zu dem Recken da. »Wollt ihr mir wiedergeben, was ihr mir habt genommen? So mögt ihr wohl noch lebend heim zu den Burgunden kommen.« Wir merken, daß da wieder einmal Ältestes aufbricht in die neue Zeit, denn die neue Zeit hatte den Rache-Gedanken, die Rache für die Tötung ihres geliebten Mannes Siegfried, als des Movens dieser Dichtung gesehen. Aber die uralte Schicht meint, es geht um Goldgier, es geht um den Hortbesitz. Und deswegen triumphiert sie also nicht als Recherin Siegfried, sondern »Wollt ihr mir wiedergeben, was ihr mir habt genommen?« »So mögt ihr wohl noch lebend heim zu den Burgunden kommen.« Damit ist nicht etwa Siegfried gemeint, in metaphorischer Formulierung, könnt ihr ihn lebendig machen, sondern der Hort ist gemeint. Denn da sprach der Grimme Hagen, »Die Rede ist gar verloren,« fiel edle Königstochter. »Den Eid hab ich geschworen, daß ich den Hort nicht zeige. So lange noch am Leben blieb einer meiner Herren, so darf ich ihn niemand geben.« »Ich bring es zu Ende«, sprach das edle Weib. Dem Bruder ließ sie nehmen, Lebender und Leib. Man schlug das Haupt ihm nieder, bei den Haaren sie es trug vor den Held von Tronge. Da gewann er Leids genug. Als der Unmutvolle seines Herrenhaupt ersah, wie der Griemhilden sprach der Recke da, »Du hast's nach deinem Willen zu Ende nun gebracht. Es ist auch so ergangen, wie ich mir hatte gedacht.« Dieses Schluss-Trutz-Wort lese ich noch einmal auf Mittelhochdeutsch. »Ich bring es an ein Ende«, so sprach das edle Weib. Das sagt sie auf Hagens Bekenntnis hin. »Ich werde den Ort des Hortes nicht verraten, solange einer meiner Herren noch lebt.« So haben wir es uns geschworen. Nun gut, daraus zieht sie die Konsequenz. »Ich bring es an ein Ende«, so sprach das edle Weib. »Do hier's sie, ihr Bruder, nehmen da den Lieb. Man schlug ihm ab das Haubet, wie Haare sie es truog für den Held von Tronje. Du wart im Leide genug. Also der Ungemurte seines Herren Haubet sach, wie der Griemhilde do der Recke sprach, du hast es nach deinem Willen seinem Ende bracht und ist auch recht ergangen, als ich mir hätte erdacht. Nun ist von Burgunden der edle König tot, Geselherr der Junge, dazu Herr Gernot. Den Hort weiß nun niemand als Gott und ich allein. Der soll dir Teufelsweibe immer wohl verholen sein. Mit diesem furchtbaren Trotzwort endet Hagen, Triumph des Gefesselten über den Freien. Nun ist von Burgunden der Edelkönig tot, Geselherr der Junge und auch Herr Gernot. Den Schatz, den weiß nun Niermann, wann Gott und der Min, der soll dich wahlen dennne, immer wohl verholen sie. Sie sprach, so habt ihr üble Vergeltung mir gewährt, so will ich doch behalten Siegfriedens Schwert. Das trug mein Holder Friedel, als ich zuletzt ihn sah, an dem mir Herzensjammer von euren Schulden geschah. Also Siegfrieds Schwert hat das letzte Wort. Und wieder ereignet sich, worauf wir schon so oft hingewiesen haben, in den extremen Augenblicken, in seelischen, in den materiell extremen Augenblicken, da wird die Sprache ganz einfach. Hold ist ein schlichtes Wort, lieb, nicht wahr? Und Friedel ist schon damals um zwölfhundert ein altmodisches Wort, wieder ein volksliedhaftes Wort. Sie sprach, so habt ihr üble Geltes mich gewährt, so will ich doch behalten, dass Siegfriedens Schwert. Das trug min Holder Friedel, do ich in junges Sach an dem mir Herzen leide, von euren Schulden geschah. Das letzte, was sie an ihm sah, jenes Schwert, das sie jetzt im gefesselten Hagen von der Seite zieht. Sie zog es aus der Scheide. Er konnte es nicht wehren. Da dachte sie dem Recken, das Leben zu versehren. Sie schwang es mit den Händen, das Haupt schlug sie ihm ab. Das sah der König Etzel, dem es großen Kummer gab. Weh, rief der König, wie ist hier gefällt von eines Weibes Händen der allerbeste Held, der je im Kampf gefochten und seinen Schildrand trug. So feind ich ihm gewesen bin, mir ist Leid um ihn genug. Da sprach der alte Hildebrandt, Es kommt ihr nicht so gut, daß sie ihn schlagen durfte. Was man auch mir tut, ob er mich selber brachte, in Angst und große Not, je dennoch will ich rächen dieses kühnen Tronjas Tod. Hildebrandt im Zorne zu Krimhilden sprang. Er schlug der Königstochter einen schweren Schwertes, schwang. Wohl mußte sie erfahren von Hildebrandt'n Pein. Was konnte ihr da helfen? Ihr verzweifeltes Schrein? Zwei grässliche, zutiefst demütigende, ganz und gar unmenschliche, alle Würde zerstörende Akte. Da ist der gewaltigste Held und er wird erschlagen, ihm wird der Kopf abgeschlagen von einer Frau. Und da ist eine hoch edle, auf ihre Weise gewaltige Frau und von wem wird sie erschlagen? Von einem alten, gewaltigen Helden. Die, da sterben sollten, die lagen allumher. Zu Stücken lag verhauen die Königin her. Dietrich und Etzel huben zu weinen an und inniglich zu klagen, manchen Freund und Mann. Da war der Helden Herrlichkeit hingelegt im Tod. Die Leute hatten alle Jammer und Not. Mit Leide ward beendet des Königs Lustbarkeit. Wie immer leidt die Freude am letzten Ende verleiht. Da schließt sich der Ring. Sie erinnern sich, in einer der ersten Strophen, in der ersten Aventeure, genau in der Strophe 17, da ist die Rede von Krimhilds Falkentraum. Und ihre Mutter, die Königin Ute, deutet ihr diesen Traum. Und Krimhild weiß diese Deutung, die den Falken mit einem edlen Mann, mit einem edlen Geliebten vergleichen will, der zerrissen wird von zehn Arm, von zwei Adlein. Krimhild weist diesen Traum kindlich übermütig zurück, denn, was sagt ihr mir von Manne? Von einem Mann will ich nichts wissen, das geht mich nichts an. Ich will ja niemals lieben, weil sie altklug schon weiß, wie Liebe mit Leide zu Jungest lohnen kann. Ich will sie mieden beide, und kann mir nirma Misse garen. Lieb und Leid, Glück und Schmerz, Liebe und Leid will ich vermeiden, denn kann mir nichts passieren, so das noch kindliche Wesen Krimhilds. Und nun hören wir also, als ihr die Liebeleide zaller jungen Gäste geht, das erste und das letzte Sprichwort des Nibelungenliedes. Ich kann euch nicht bescheiden, was seither geschah, als daß man Frauen und Ritter immer weinen sah. Dazu die edeln Knechte um lieber Freunde tot. Hier hat die Mär ein Ende. Das ist die Nibelungennot. Und dieses letzte halbes Dutzend Verse möchte ich Ihnen denn doch noch mittelhochdeutsch lesen. Wafen, sprach der Fürste, wie er ist nu totgeleggen von eines Webeshanden der allerbeste Decken, der ihr kommtze Sturme oder ihr Schild getrug. Swierfierend ich im Wehre, es ist mir Leide genug. So Dietrich von Bern, als er sieht, wie Krimhild Hagens Haupt abgeschlagen hat. Doß brach der alte Hildebrand, ja genüsset sie es nicht, daß sie ins Flachen torste. S was halt mir Geschicht, s wie er mich selben brachte in angestliche Not, jedoch so will ich rächen des kührenden Tronjäres Tod. Hildebrand mit Zorne zur Krimhildes sprang, er slurg der Königinne einen Zwerenswertes swang. Ja, Tett, irr die Sorge, von Hildebrande weh, was mochte sie gehelfen, daß sie so gröslichen schree? Do was Gelegen aller, da der Feigen lieb, des Stücken was Gehauven, do das Ätele wieb, Dirtrich und Ätzel weinendu begann. Sie klagerten innergliche bei die Mag und der Mann. Düfel, Michel, Ehre, was da Gelegen tut, die Lüte hätten alle Jamer und Not. Mit Leide, was verändert, des Königes hochgezieht, als ihr die Lierbe Leide, zaller jungen Gäste geht. Ich entkann ün nicht bescheiden, was Siddar da geschach, wann Ritter und de Fraufen weinen man da sach, da zur dir edeln Knechte, der lieben Fründe tot. Hier hat das Meer ein Ende, ditz ist der Nibbelunge Not. Und wir enden, indem wir uns erinnern, an Goethes Wort, das er 1827 gesagt hat. Und er hat es gesagt, übrigens zu jener Übersetzung von Simrock, die die Grundlage unserer Lesung war. Die Kenntnis dieses Gedichts gehört zu einer Bildungsstufe der Nation. Jedermann sollte es lesen, damit er nach dem Maß seines Vermögens die Wirkung davon empfange.